Irgendwann falsch abgebogen. Aus meinem Leben als Absolutbeginner. Von Michi Wort. Gelesen von Michi Wort. Kapitel 1. Intro. Sie. Sie müssen aufhören mit den Zähnen zu malen. Das ist nicht gut. Sie ist meine Zahnärztin Frau Dr. Körner. Durch eine Art, ich würde sagen Vergrüßungsbrille, schaut sie mich an und redet auf mich ein. Schon ein merkwürdiges Teil. Der eigentlichen Brille ist offenbar eine zweite hinzugefügt worden. Wie ein kleines Fernglas. Ein Opernglas schaut die Apparatur aus. Zusätzlich auch noch beleuchtet. Die Frau Dr. will es wohl ganz genau wissen und jede noch so kleine Verfehlung bei meiner Mundhygiene ans Tageslicht befördern. Ein Schmunzeln kann ich mir zum Glück verkneifen. Ihre OP-Maske hat sie bereits abgenommen, sodass ich den unteren Teil ihres Gesichts gut erkennen kann. Von der Brille lenkt er allerdings auch nicht ab. Und mit den Augen weiter herunterzufahren, erscheint mir momentan nicht angemessen. Die Behandlung oder besser den Wartungsdienst haben wir schon hinter uns gebracht. Ich brauche ja den Stempel im Serviceheft. Das ist hier nicht anders als bei mir in der Autowerkstatt. Nur ohne Öl und Filter und so. Auch die lästige und für mich höchst quälende Tortur der Zahnsteinentfernung habe ich bereits überstanden. Wir sind quasi im Nachgespräch. Also diese Ansprache, in der nochmal ordentlich ein schlechtes Gewissen erzeugt werden soll. Sie putzen falsch. Nicht so stark aufdrücken. Und so weiter. Sonst passiert das, das und natürlich das. Nun kommt sie mit dem Malen. Mit den Szenen malen? Wer macht denn sowas? Wirklich etwa so, als ob ich das täte? Und wie sieht das aus? Pinsel zwischen die Beißer und los geht's Bob Ross? Vor Jahren sah ich mal einen Typen in einer TV-Show. Irgendwas mit Casting oder Talent. Der malte Bilder mit seinem Pimmel. Ja, ernsthaft. Sehr skurril. Was denkt ihr überhaupt von mir? Ich greife nach dem kleinen Becher, der links am Behandlungsstuhl steht, spüle mir den Mund aus, sehe, wie das rötlich verfärbte Wasser im Abfluss des kleinen Beckens verschwindet, wende mich ihr zu und schaue sie fragend an. Ich. Ähm. Wie bitte? Sie. Na, Sie malen mit den Zähnen. Also knirschen. Damit zerstören Sie die Substanz. Jetzt fällt der Groschen. Malen, nicht malen. Sag doch gleich knirschen. Dann versteht das auch so ein simpel gestrickter Vogel wie ich. Aber tue ich das wirklich? Nie gemerkt. Der Pimmelpikasso kommt mir wieder in den Sinn. Ein Schamgefühl setzt ein. Peinlich, peinlich. Hoffentlich laufe ich nicht noch rot an. Glücklicherweise kann sie mit ihrer futuristischen Brille nicht meine Gedanken lesen. Kann sie doch nicht, oder? Sie. Ich kann das deutlich an ihrem Zahnbild erkennen. Lassen Sie Ihren Stress nicht an den Zähnen aus. Die vergessen nichts. Stress? Mein ganzes Leben ist die ultimative Stressvermeidung. Das kenne ich gar nicht. Nee, gibt's nicht. Trotzdem hat sie es irgendwie geschafft. Das schlechte Gewissen ist da. Ich nicke und gelobe mich zu bessern. Nun liege ich hier auf meinem Bett und die Erinnerung an dieses Gespräch holt mich ein. Sie hatte tatsächlich recht. Ich tue es wirklich. Morgen für morgen erwache ich mit verkrampfter Kiefermuskulatur und bilde mir ein, dass über Nacht wieder ein paar Millimeter Zahn verschwunden sind. Inzwischen fahre ich bestimmt nur noch auf der Felge. Mein letzter Ausweg? Eine Beischiene. Ich orderte mir einen Asien-Import zum Selbstanfertigen. Kann noch nicht so schwer sein. Dentale Bastelstunde oder so ähnlich. Den Rohling einfach erhitzen und dann an die Zähne pressen. Und fertig. Dass erhitzen mit Heiß zusammenhängen könnte und Heiß am Zahnfleisch eher unangenehm ist, wurde mir erst deutlich, als es zu spät war. Aua, aua. Die Angst, das Heil über Nacht auch noch zu verschlucken, ließ mich dann vollends davon wieder Abstand nehmen. Eine Lösung für das Problem? Habe ich noch nicht gefunden. Aber inzwischen ein Verdacht. Verhext. Ja, verhext hat die liebe Frau Doktor mich. Sie war es doch, die mir diese Marotte überhaupt erst ins Unterbewusstsein einpflanzte. Das Problem gibt es, seitdem sie mich darauf gestoßen hat. Vorher nichts. Eigentlich ist sie eine sehr hübsche, kleine, zierliche Person. Also Frau natürlich. Schätze sogar in meinem Alter. Man darf sich aber nicht blenden lassen. Ein Detail hat sie verraten. Welches? Die roten Haare. Ganz genau. Hexen haben doch rote Haare, oder? Muss ich morgen früh mal googeln. Ach was. Egal. Das ist jetzt so. Die Geschichte ist doch voll von denen. Wie hieß die gleich? Die aus Schweden. Die mit den Sommersprossen und dem Affen. Ähm. Keine Ahnung. Die hatte doch auch rote Haare. Ganz genau. Aber war die überhaupt eine Hexe? Hm. Weiß ich gar nicht. Zaubern konnte die aber, glaube ich. Oder diese andere. Das junge Mädchen von den ganzen Hörspielkassetten. Mit ihrem Besen. Ähm. Nee. Blond, glaube ich. Egal. Schuldig. In allen Anklagepunkten. Eindeutig. Scheiterhaufen. Nichts anderes ist akzeptabel. So reite ich auf mein Gedanken Richtung Nacht. Verdammt. Ist das scheiße heiß hier. Seit zwei Stunden liege ich in meinem Bett, wälze mich von der einen auf die andere Seite, baue im Minutenrhythmus das Kopfkissen neu zusammen und ärgere mich. Ärgere mich darüber, dass mein sonst so zuverlässiger Schlaf nicht über mich kommen will. Es war der heißeste Tag des Jahres. Oder seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Des Jahrhunderts? Auf jeden Fall so ähnlich. 36 Grad zeigte das Thermometer heute in der Werkstatt bei uns im Geschäft. Zeit für Hitze frei? Fuck you. Zu Diskussionen über Klimawandel, CO2-Ausstoß oder vergleichbaren Themen regt in der Kfz-Branche auch so ein Tag wie heute nicht weiter an. Also. Hosen hochkrempeln, Fresse halten und weiter fleißig den Buckel krumm machen. Working Class Hero. Danke Kapitalismus. Fuck you. Auch die Nacht verschafft keine Abkühlung. Sämtliche Fenster und Türen in der Wohnung sind weit geöffnet. Eine gewisse Form vom Durchzug, sei er auch noch so klein, ist einfach nicht hinzubekommen. Ich liege auf meinem Bett und werde förmlich angeschrien. Die roten Ziffern auf der Digitalanzeige meines Weckers rufen mir jede vergangene Minute vorwurfsvoll entgegen. Ich überlege ihm einfach den Stecker zu ziehen, denke dann aber an den Morgen und befürchte, es ohne seine Hilfe nicht hochzuschaffen. Also, Stecker bleibt drin. Erschwerend dazu kommt der Umstand, dass ich leicht unteralkoholisiert bin. Der tägliche Einschlafpegel ist einfach nicht erreicht. Selbstversagen. Wie so oft. Obwohl am gestrigen Abend das zu Neigegehen der Biervorräte durchaus meine Wahrnehmungsschwelle erreichte, konnte ich mich heute in der Mittagspause irgendwie nicht durchringen, für Nachschub zu sorgen. Die halbe Stunde Freizeit zwischen Vor- und Nachmittag will gut überlegt sein. Da gilt es vieles abzuwägen. Der Discountmarkt direkt neben unserer Firma ist zu dieser Tageszeit immer ein unerträgliches Wagnis und die Arschkarte lauert überall. In jedem Gang, jedem Regal, jeder Tiefkühltruhr und so weiter. Ist der Laden heute voll oder leer? Ist gerade nur eine oder sind doch ausnahmsweise mal zwei Kassen besetzt? Hat der Typ da vorne einen Wagen dabei? Oder teilt er erstmal in aller Seelenruhe jedes einzelne erworbene Produkt in seinem mitgebrachten Beutel und Taschen auf? Zahlt die Omi jetzt mit Karte? Oder wird bis auf den letzten Cent Kleingeld mit der Kassiererin abgerechnet? Diese ständige Ungewissheit über die Dauer meines Aufenthalts in diesem Supermarkt und vor allem wie viel Pausenzeit mir dann noch verbleibt, führt regelmäßig zu einem inneren Kampf. Soll ich oder soll ich nicht? Heute also nicht. Den Einkauf in den Feierabend verlegen ist ebenfalls wenig lukrativ, da dann ja auch noch das werktätige Volk mit hineinströmt. Sicher ist man nur am frühen Morgen. Direkt bei Ladenöffnung. Da kämpft man maximal gegen ein paar Rentner, die aber ausschließlich darauf aus sind, sich die aktuellsten Angebote unter den Nagel zu reißen. Bis die ihre Beute eingefahren haben, bin ich längst wieder raus. Funktioniert leider alles nicht am heißesten Tag des Jahres oder Jahrhunderts. Alles frisch Erworbene würde ja bei Backofentemperaturen im Auto den Tag über quasi verdampfend zerlaufen oder wie auch immer. Also beschränke ich den Feierabend auf die letzten zwei Biere, die mir geblieben sind. Zumindest war so erstmal der Plan. Ich entscheide mich dann doch mit Cola-Mix-Getränken, also Cola mit Weinbrand, ein wenig aufzustocken, um so den schönen Einschlafglimmer herbeizuführen. Neben ordentlich Sodbrennen machen die mich aber einfach nur noch wacher. Glaubt man ja gar nicht bei einem so koffeinhaltigen Getränk. Da hätte ich ja eventuell auch vorher mal selbst drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Die logische Konsequenz? Die Dosierung des Alkohols erhöhen? Fällt leider aus. Morgen früh geht's wieder ins Geschäft. Da ist es unumgänglich mit der Uhr zu trinken, um am nächsten Tag wieder arbeits- und vor allem fahrtüchtig zu sein. Egger Dacke kommt mir in den Sinn. Kennt heute kaum noch einer. Leider. Viele Weltmeister sind Alkoholiker geworden, aber ich bin der erste Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Ganz genau. Das war sein Spruch. Ein Einzelstück, der Eckart. Ein Unikat. Zweiter deutscher Profi-Boxweltmeister überhaupt. Und ganz wichtig. Der erste im Stehen. Schmeling lag ja noch im Ringstaub und sortierte seine Kronjuwilen, als er zum Sieger ernannt wurde. Ja, der Eckart. Ein richtiges norddeutsches Original. Saufen und boxen. Gleichzeitig. Also parallel eigentlich. Und immer topfit. Alles reinhauen. Erst sich immer schön selbst vermöbeln lassen und dann aufdrehen und dem anderen so richtig den Arsch aufreißen. Herrlich. Eine Kopie seines WM-Gürtels hängt heute in meinem Wohnzimmer. Der für die Europameisterschaft fehlt leider noch. Aber diese gierigen Asiaten wollen immer gleich so viel Kohle für ihre in der Ausführung eher bescheidenen Fälschungen. Irgendwann muss ich da nochmal zuschlagen. Nützt ja nichts, oder? Der Eckart hat's verdient. Wer, wenn nicht er? Ich möchte auch gern ein Eckart-Dacke sein. Rest in Peace, alter Kämpfer. Die Gedanken schweifen ab. Der Wecker schreit nun 1.25 Uhr. Normal eine Zeit, in der ich das erste Mal zum Wasserlassen wieder zu mir komme. Danach aber ohne Probleme sofort in die nächste Tiefschlafphase abtauche. Ich schwitze immer noch wie verrückt und versuche meinen Organismus vom Schlafen zu überzeugen. Der? Fuck you. Alles aussichtslos. Ein Summen, das mal dichter und mal weiter entfernt erscheint, gesellt sich dazu. Eine Mücke nehme ich mal an. Zum wiederholten Male vor mich das Kopfkissen neu. Es ist doch einfach unglaublich, dass man sich an dem einen Tag in die Federn legt und alles passt und am nächsten glaubt man auf einem unbearbeiteten Stück Holz zunächtigen. Der rötliche Schimmer des Weckers dominiert weiter den Raum. Reicht das Licht der Ziffern, um die Mücke zu binden und von mir fernzuhalten? Wohl kaum. 2.05 Uhr. Scheißegal. Ich gehe all in. Nein, kein weiteres Glas Weinbrand-Cola. Nur Weinbrand wäre sicher besser. Nein, mein liebster, engster, nettester Kindheitsfreund soll das Ruder für mich herumreißen. Der Fernseher. Gutes, altes, solides TV-Programm. Auch in meiner Welt nur noch ein seltener Begleiter. Ich mache mich auf, die Fernbedienung zu greifen. Das durchgeschwitzte Laken klebt am Rücken. Ich beginne zu suchen. Auf dem erhöhten Kasten, der Bett und Wand trennt, liegt sie offensichtlich nicht. Ich schiebe meine Hände im Dunkeln in alle möglichen Richtungen. Werfe zwischendurch sämtliche Decken einmal hoch. Alte Taschentücher kommen zum Vorschein. Igitt! Fahre durch alle Ritzen. Und muss dann schließe ich doch einmal kurz das Licht anmachen. Etwas, das ich in Anbetracht der lauernden Insektenmassen vor meinem Fenster natürlich unbedingt vermeiden wollte. Projekt Fliegengitter kommt mir in den Sinn. Wie lange wohne ich jetzt schon hier? Zehn Jahre? Seit zehn Jahren plane ich das Anbringen dieser Feinmaschinennetze zum Schutz vor ungebetenen Besuchern. Und? Loser! Da! Auf dem Sessel neben dem Bett. Zwischen den getragenen Kleidungsstücken der vergangenen Tage. Welcher Schwachmat hat sie da wohl wieder hingelegt? Offensichtlich ich. Es summt wieder. Diesmal dichter. Egal. Der Fernseher als neue Lichtquelle wird sicher von mir ablenken. Ich drücke die Power-Taste und mein schönster, tollster, klügster Kindheitsfreund meldet sich bereit. Ich starte dann mit durchs Programm zu zappen. Zapp, zapp, zapp. Gemäß der persönlichen Sendereihenfolge erstmal die Kanäle, die ich vierteljährlich als Großsponsor gewissermaßen selbst finanziere. Zur Sitzung der Rundfunkräte ladet ihr mich ja nicht ein. Daher schaue ich jetzt einfach mal nach dem Rechten. Also kein Stress. Will ja niemanden auf die Füße treten. Aber man wird ja wohl nochmal fragen dürfen, oder? Alles keine Eye-Catcher bis jetzt. Zapp. Der erste etablierte Privatsender in meinem Ranking. Oh! Eines dieser aktuell mega angesagten Reality-Formate. Laufen die da jetzt schon rund um die Uhr? Also non-stop sozusagen? Bestimmt aus der Konserve. Egal. Das verspricht auf jeden Fall Drama, Sex und, äh, vor allem Sex. Ein wilder Haufen bestehend aus perfekt gestylter, von oben bis unten tätowierter, solarjung gebräunter, gutaussehender und vor allem junger Menschen. Kurz bleibe ich hängen. Treiben die es gleich miteinander? Ich hoffe doch. Mindestens. Seit wann sind eigentlich wieder Nasenringe modern? Waren die jemals weg? Keine Ahnung. Irgendwie doch nicht so meins. Zapp. Der nächste werbefinanzierte Vertreter. Ein Typ erklärt einem älteren, verwirrten Mann, dass all die Schätze, die der in den vergangenen Jahrzehnten zusammengesammelt hat, ausschließlich Schrott sind und jetzt in einem riesigen grünen Müllcontainer entsorgt werden sollen. Ach Gott, wie herzlos. Aufgrund der Klamotten, die dort alle tragen, tippe ich mal auf eine etwa zehn Jahre alte Wiederholung. Den älteren Mann gibt es inzwischen wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Einfach abtransportiert, entsorgt mit all seinen Kostbarkeiten und diese schamlosen Mitternachtsredakteure lassen ihn immer wieder auferstehen. Okay. Zapp, Zapp, Zapp. Schmuddel TV, das kenn ich. Um diese Uhrzeit ist jener Kanal seit Jahren ein stabiler Begleiter. Kurze, sexy Filmchen, die aber offensichtlich auch schon ewig in der Endlosschleife laufen. Nur unterbrochen von zum Teil verstörender Werbung. Ich spiele mit dem Gedanken, mich trotzdem inspirieren zu lassen. Die roten Leuchtziffern befehlen mir aber etwas anderes. Zapp, Zapp. Da, einer meiner Favoriten. Im Normalfall ein Garant für unterhaltsame C-, D- und E-Movies. Jetzt, aktuell kreischt der Wecker 2.36 Uhr, Teleshopping. Ein Typ schneidet mit einem Messer eine Bratpfanne durch. Spricht das jetzt für das Messer oder gegen die Pfanne? Verkaufsfernsehen wie in den guten alten 90ern. Dieser Akkuschrauber mit zwei Bohrfuttern kommt mir in den Sinn. Das lief doch früher ständig in diesen Formaten. Wie seamesische Zwillinge war der Bohrfutterkopf, beziehungsweise die Köpfe. Hat sich das eigentlich durchgesetzt? Muss ich morgen mal googeln. Zapp, Zapp, Zapp. Okay. Was ist das denn? Gerichtshow? Das ist ja noch zehnmal mehr 90er als Teleshopping. Soll das wirklich noch jemanden erreichen? Oder ist das die neue Alternative zum Testbild? Einfach irgendeinen Schrott durchlaufen lassen, schaut ja eh keiner. Ach Gott, das scheint sogar noch im alten 4-zu-3-Format produziert worden zu sein. Jetzt haben die das einfach großgezogen. Sämtliche Einstellungen wirken oben und unten wie abgeschnitten. Wenn das nicht der Augenblick ist, in dem alle Mücken, Spinnen, Bettwanzen und Sackgrabben freiwillig das Zimmer verlassen, glaube ich an gar nichts mehr. Weiter. Zapp, Zapp. Ein sprechender Leibbrot. Och nö. Zapp, Zapp, Zapp. Langsam bin ich durch und kein Hitler. Kein Hitler? Glaube ich nicht. Kann nicht sein. Genau das brauche ich jetzt. Eine schon x-mal gesehene Doku, die mich ins Reich der Träume versetzt. Das dritte Reich der Träume fällt mir ein. Wäre es das bloß geblieben. Ich muss kurz schmunzeln und überlege, warum. Also nochmal vom vorn. Da. Eines dieser unzähligen Nachrichtenprogramme. Das ist doch. Das ist doch. Nee, er ist der Weltkrieg. Egal. Die sonore Stimme des Sprechers sollte mir die Nacht und den Schlaf retten. Ich lasse mich langsam darauf ein. Tarifstreit beendet. Oktoberfest kann trotz Corona stattfinden. Der grune Wald brennt. Hä? Was mache ich denn jetzt schon wieder? Anstatt die zackigen, abgehackten, nachträglich in Farbe gegossenen Wackelweltkriegsbilder zu genießen und langsam wegzudämmern, bleiben meine Augen ununterbrochen an der Newstickerleiste im unteren Bildschirmbereich hängen. Ehrlich jetzt? Wer lässt sich so ein Blödsinn einfallen? Das ist doch die reinste Qual. Wie soll ich da jemals in den Schlaf finden? Wenigstens das Summen ist verstummt. Gerichtsschoß? Vielleicht doch besser als gedacht, oder? Wahrscheinlich wurde ich aber einfach schon erwischt und dieser Parasitschild glücklich und beseelt durch mein Weinbrand-Cola-Blutgemisch in irgendeiner staubigen Ecke des Zimmers. Noch wacher und aufgedrehter als jemals zuvor in dieser Nacht fälle ich die Entscheidung, meinen größten, liebevollsten, ehrlichsten Kindheitsfreund vorerst das Vertrauen zu entziehen und schalte ab. Diese tropische Nacht hat einfach kein Erbarmen. Das Kopfkissen erscheint mir inzwischen nur noch wie ein mittelalterliches Folterinstrument. Es passt einfach nicht zu meinem Schädel. Irgendwie muss es doch gehen. Im Kopf kreisen eine Vielzahl von Gedanken. Sie kreisen und kreisen und kreisen. Kapitel 2 Begegnung So langsam komme ich wieder zu mir, wo immer ich auch gewesen sein mag. Keine Ahnung. Von irgendwoher kommt ein lautes, permanentes Rauschen. Er scheint nah, aber trotzdem fern genug, sodass es die Kulisse nicht vollends bestimmt. Trotzdem eher bedrohlich. Wo zum Teufel bin ich? Was mache ich hier? Nach einigen Momenten des Überlegens stellt sich eine Erkenntnis ein. Ich hab's. Logisch, ich träume. Das kann nur ein Traum sein. Fuck you Gerichtsschoß. Doppelmittelfinger. Irgendwie muss ich doch noch in den Schlaf gefunden haben. Auf der anderen Seite scheint doch alles ziemlich real hier zu sein. Zu real für einen Traum? Nein. Traum ist gut. Es muss so sein. Habe ich alle schon einmal erlebt. In immer wiederkehrenden Abständen bin ich nächtlicher Gast oder besser Zeuge eines Flugzeugabsturzes. Die stetige Regelmäßigkeit bewegt inzwischen den Impuls, auch im Traum sofort davon auszugehen, dass es genau das ist. Eben ein Traum. Sobald sich das Riesending dann und der brennenden Getöse der Erdoberfläche nährt, bin ich mir dann doch jedes Mal sicher. Heute ist es wirklich die Realität und ich bekomme endlich meine Katastrophe. Bis dann der Moment des Erwachens sich über mir aufbaut und lauthals ruft, reingefallen, du Loser. Also unabhängig, wie real oder nicht hier alles ist. Ich träume. Basta. Keine Diskussion. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Hm. Oder? Doch noch einmal Zweifel. Was ist, wenn das hier alles die direkten Folgen eines Schlaganfalls sind? Ach Gott, ach Gott. Ja, das ist einleuchtend. Das kann nur ein Schlaganfall sein. Muss sein. Aber wie? Ich? So jung, so gesund. Und nun soll alles vorbei sein? Ja, okay. Das Rauchen und der Alkohol. Aber das geht doch eher auf die Pumpe, glaube ich. Und überhaupt? Das eine verengt doch die Gefäße, das andere erweitert sie. Also quasi Minus mal Minus gleich Plus. Also klassische Win-Win-Situation. Oder so ähnlich. Das sollte ich morgen auf jeden Fall mal googeln. Morgen? Ja, morgen. Wer stirbt denn schon so früh an einem Schlaganfall? Hoffentlich nicht ich. Ach Gott. Ich habe Angst. Während ich nach den ersten Lebenserscheinungen suche und herumtaste, ob schon eine Gesichtshälfte nicht mehr ordnungsgemäß ihre Arbeit leistet, hält sich die Szenerie langsam auf. Ich werde klarer. Puh, nix Schlaganfall. Da müsste es doch eher anders herumlaufen, oder? Schleppend beginne ich, die Umgebung wahrzunehmen. Offensichtlich stehe ich auf einem betonierten oder asphaltierten Untergrund und halte etwas in der Hand. Was steht da? Wertbohnen? Wertbohnen? Ähm, ach, Wertbohnen. 70 Cent. Kaffee-Gutschein. Warmer, frisch gezapfter Urin als Gegenleistung für einen Zuschuss zum nächsten kochend heißen Coffee-to-go. Oder besser, to drive. Das kenne ich doch. Jetzt fällt der Groschen. Ich stehe auf einer Autobahn. Oder besser, eine Autobahn-Raststätte mit angeschlossener Toilette. Während ich die eine neue Wahrheit gerade realisiere, erkenne ich im Hintergrund auch, um welche es sich handeln muss. Ein Restaurant als Brücke direkt über die Fahrbahn gebaut. Das habe ich schon mal gesehen. Mensch, wie nennt sich das denn hier nochmal? Ein Schild zur Identifizierung kann ich nirgends ausmachen. Könnt ihr ja mal nachfragen. Nee, das machen nur Loser. Mann, denk nach. Was gab's denn da so alles? Ähm, gibt doch wirklich nichts Schlimmeres als Namen, die einem gewissermaßen auf der Zunge liegen, heraus wollen und der kleine Hamster im Kopf, der sonst so emsig sein Laufrad antreibt, hält einfach die Tür zu. Irgendwas mit D. Die, Do, Da. Jetzt aber, ich hab's. Da mehr Berge. Ganz genau. Raststätte, da mehr Berge. Irgendwo zwischen Bremen und dem Ende dieser Autobahn. Im gefühlten Niemandsland. Parallel zum neuerlichen Erkenntnisgewinn entdecke ich auch mein Camper. Mein Wohnmobil. Ein Mobile Home mit italienischer Motorisierung. Alkohol-Variante, Baujahr 1998. Ja, aus dem letzten Jahrtausend, um mein ganzer Stolz. Eine Art Zeitmaschine, die mich bei jedem Betreten in die guten alten 90er Jahre zurückversetzt. Seine weiße Pracht macht es unmöglich, ihn länger anzuschauen. Zu sehr reflektiert er das Sonnenlicht. Nennt man das Schneeblind? Keine Ahnung. Aber bei Schnee und Sonne ist das doch so ähnlich. Blaue und gelbe Zierstreifen verschönern das Erscheinungsbild noch. Auf dem Fahrradträger am Heck ist mein Rennrad fixiert. Es leuchtet in der für den Hersteller unverkennbaren Farbe Celeste. Irgendwie eine Mischung aus Weiß, Grau, Grün und Blau. Für viele Jahre war es mir ein treuer Begleiter. Inzwischen mehr Alibi. Als Alleinreisender mit dem Rad auf dem Träger wicke ich auf Campingplätzen nicht mehr ganz so sonderbar. Wieso ist der komische Kerl da eigentlich die ganze Zeit solo unterwegs? Hat er keine Frau oder Freundin? Nee, schau mal wie der aussieht. Total verkommen, verwahrlos, verlumpt. Sexualstraftäter auf Freigang bestimmt. Pass auf, dass er sich den Kindern nicht nähert. Ach was, schau mal, der hat das Rennrad dabei. Der ist Sportler, bestimmt im Trainingslager. Bilde ich mir so zumindest ein. Beim Zusammenfügen aller Erkenntnisse komme ich zum Ergebnis, dass das ja eigentlich nur die Reise in den lang geplanten Sommerurlaub sein kann. Oder nicht? Kann eigentlich nur so sein. Und die Erinnerungslücken? Wo kommt die jetzt her? Keine Ahnung. Erschöpfung vermutlich. Überbeanspruchung. Eine nicht erkannte Lebensmittelunverträglichkeit. Die neue Hämorrhinensalbe, deren Dosierung noch nicht ganz auf den Alkoholkonsum eingestellt ist. Wäre alles möglich. Ganz genau. Der Kollege eines Nachbarn oder ein Kumpel des Kollegen oder der Bruder des Schwagers oder so ähnlich, ist neulich sogar beim Kacken bewusstlos von der Kloschüssel gekippt. Diagnose? Zu stark gepresst. Mit daraus folgendem Sauerstoffmangel im Gehirn. Also das hat er mir so auf jeden Fall so erzählt. Das kleine Tausche-Urin gegen Kaffee-Zettelchen in meiner Hand würde die These erst einmal unterstützen. Nun gut. Der Platz ist nahezu komplett gefüllt. Die warten sicher nur auf so einen Spinner wie mich, der ihn in den so dringend benötigten Raum für das Einhalten ihrer Ruhezeiten streitig macht. Sorry. Ein Brummifahrer putzt sich die Zähne. Das Wasser dafür entnimmt er einen kleinen Kanister, der auf dem hinteren Kotflügel seiner Zugmaschine steht. Wie spät ist es eigentlich? Zähneputzzeit? Da bin ich heute aber früh dran. Die Camperlänge von knapp sechs Meter würde auch locker Platz in der Pkw-Zone finden. Doch bedeutet das meist, vorwärts einparken und rückwärts wieder raus. Das stresst mich einfach nur. Und den will ich ja vermeiden. Die Rückfahrkamera meines Gefährts bietet da auch wenig Hilfe. Der kleine 5-Zoll-Röhrenmonitor mit Schwarz-Weiß-Bild erinnert mich eher an die ersten Versuche, Westfernsehen zu schauen, als dass er mir eine wirkliche Unterstützung wäre. Willkommen in den 90ern. Zeitmaschine, sag ich doch. Ohne Einweiser kommt man da eigentlich guten Gewissens nicht wieder in die Spur. Und Fragen will ich ja auch keinen. Das wirkt doch so richtig verzweifelt. Loser. Also, immer vorausschauend parken. Auf einem Grünstreifen zwischen den Parkbuchten entdecke ich auf einem Tisch sitzend eine Person. Wobei der Grünstreifen eher ein Braunstreifen ist. Die Sonne hat in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. Photosynthese hat da sicher schon länger nicht mehr stattgefunden. Der Tisch befindet sich zwischen zwei Bänken. Und die sind noch einmal eingerahmt von zwei überquellenden Mülltonnen. Dann muss Mr. Orange aber noch einmal ran. Ich versuche unauffällig einen genaueren Blick zu erhaschen. Und sehe meinen ersten Verdacht bestätigt. Junge Frau mit Rucksack und Handgepäck. Das kann in dieser eher menschenfeindlichen Umgebung nur eines bedeuten. Trempe. Oder besser Tremperin. Sagt man das heute noch so? Ist das noch die politisch korrekte Bezeichnung? Oder fällt Trempe auch in die Rubrik von Wörtern oder Begriffen, die man nur noch mit dem Anfangsbuchstaben abkürzt? Vielleicht besser Anhalter. Anhalterin. Oder Mitreisende. Keine Ahnung. Mein liebster, charmantester, bester Kindheitsfreund hat mich einiges über dieses Speziesmensch gelehrt. Eine in den meisten Fällen weibliche Person wird möglichst aufreizend am Straßenrand postiert, fragt nach Mitfahrgelegenheit und ehe man sich versieht, springt ihr Liebhaber, Lebensabschnittsgefährte oder einfach nur der aktuelle Sexualpartner aus dem Gebüsche mit ins Auto. Während der nette, hilfsbereite Fahrer den Chauffeur spielt, vergnügen sich die beiden auf den Fondsitzen. Am Ende wird man gar noch ausgeraubt. Oder noch Schlimmeres. Nee, nicht mit mir. Ihre Bank-Tisch-Kombination liegt direkt auf meinem Weg. Kurz überlege ich, einen Bogen einzuschlagen, um mich dem Wohnmobil von der anderen Seite zu nähern. Aber damit rechnet sie bestimmt. Wahrscheinlich haben sie und ihr durchtriebener Freund mich schon ausgespäht. Quasi das perfekte Opfer. Wahrscheinlich haben auch sie mich erst in diesen komatösen Zustand versetzt. Ich ändere die Taktik nochmal und entscheide mich für die Option Smartphone. Ich suche meine Hosentasche. Ähm, okay, da ist es. Wenigstens das haben sie mir gelassen. Ich senke den Blick, wische angestrengt mit dem Daumen hin und her rauf und runter und versuche dabei einen möglichst vertieften Gesichtsausdruck aufzusetzen. Scheint zu funktionieren. Herrlich diese Teile. Bin mir sicher, genau dafür hat der liebe Gott uns mit ihnen gesegnet. Unangenehme Begegnungen einfach wegwischen oder swipen? Keine Ahnung. Irgendwie so auf jeden Fall. Den Erfolg unmittelbar vor Augen bin ich nun auf ihrer Höhe. Nur wenige Meter trennen mich, den Camper und den Start in den Sommerurlaub. Ganz kurz schaue ich hoch. Wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Oder halt so lange, wie mein Kopf für diese Auf- und Abbewegung benötigt. Einen weißen, dünnen Strickpullover scheint sie zu tragen. Die Ärmel bis kurz unter die Ellbogen zurückgeschoben. Blaue, enge Jeans. Und ja, was sind das? Sneakerschuhe? Nennt man die auch Sneaker, wenn die über die Knöchel gehen? Über der Bank liegt eine Jacke. Sicher ihre. Blau mit grauem Futter. So College-Style, würde ich sagen. Sie. Hallo? Wie erstarrt und klammere ich dieses elektronische Wunderding in meine Hand. Steige sogar noch den Ausdruck von Konzentration in meinem Gesicht. Sie. Hallo? Kann ich dir kurz eine Frage stellen? Och nö. Verdammte Scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Warum muss dich Ochse auch unbedingt aufschauen? Loser. Ich. Ähm, ja klar. Kein Problem. Die verfluchte Treppehexe hat mich einfach ausgetrickst. Und doch, es ist ein Problem. Sage ich so natürlich nicht, sondern versuche gerade meine Mimik von angestrengt in menschenfreundlich umzubauen. Sie. Du fährst doch sicher die Autobahn weiter Richtung Köln, oder? Wäre es möglich, dass du mich ein Stück mitnimmst? Ich beiß auch nicht. Aber ich beiße. Und zwar vor Wut gleich in diese Tischkante. Scheiße, scheiße, scheiße. Alles genau so, wie es mir mein liebster, treuester, engster Kindheitsfreund prophezeit hat. Ganz miese Nummer. Wirklich. Ganz, ganz mies. Ich ändere ein wenig meine Kopfhaltung und schaue ihr nun das erste Mal direkt ins Gesicht. Ich. Ähm, kein Problem. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass meine zweite Antwort fast identisch mit der ersten ist, geht beim Ja meine Stimme merkwürdiger und vor allem peinlicherweise irgendwie nach oben. Das Ja verkommt zu einem Krächzen. Gott, wie armselig. Noch immer habe ich nicht ganz realisiert, was hier gerade abläuft. Ich fühle mich an diverse Begegnungen in unserer Fußgängerzone zurückversetzt. Vor einem kleinen Stand mit Campingtischchen und Sonnenschirmchen drücken mir junge, attraktive Frauen eine Patenschaft für ein Kind in Afrika aufs Auge. Alles, was in unserer Welt schützenswert ist, unterstütze ich durch Zuwendungen, die genau so zustande gekommen sind. Ich habe für den Bau von Brunnen gespendet, verpflege arme Zirkustiere im Winterquartier und werde nach meinem Ableben das bisschen Restkörper, was geblieben ist, jungen Studenten opfern, die dann das Rumschnippeln an mir üben können. In dieser Konstellation kann ich einfach nicht Nein sagen. Mann, was für ein Loser. Und auch diese Frau ist attraktiv. Mehr noch, sie wirkt auf mich wie eine engelsgleiche Erscheinung. Ein Wesen, welches eine Magie, eine Aura umgibt, die mich völlig unerwartet trifft. Kann mich nicht erinnern, jemals etwas Vergleichbares verspürt zu haben. Okay. Außer vielleicht bei den unzähligen Wohltätigkeitsorganisationen, die mich regelmäßig in der Fußgängerzone überrumpeln. Nee, Quatsch. Das eben war magisch. Das ist magisch. Ich fühle mich wie verzaubert. Das Gesicht. Einfach nur wunderschön. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob ich nicht vielleicht gerade wieder das Bewusstsein verloren habe. Oder alles doch nur ein Schlaganfall ist und ich inzwischen vor der Himmelspforte stehe und um einen das bitte. Oder in meinem Fall eher bettele. Wenn so der Himmel aussieht, ich komme. Ich stehe immer noch vor der Banktischkombination auf diesem grünen, also braunen Streifen zwischen den Parkbuchten. Das Rauschen im Hintergrund nehme ich nicht mehr wahr. Ich schaue in zwei dunkle, fast tiefschwarze große Augen. Ein wenig asiatisch muten sie an. Sagt man das heute noch so? Keine Ahnung. Über den Augen dunkle Braun. Die Nase zierlich. Rote, volle Lippen und eine wilde, kaum zu bändigende, dunkelblonde, hochgesteckte Haarpracht. Hohe Wannknochen und kleine Lachfältchen an und unter den Augen vervollkommenen dieses perfekte Gesicht. Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt. Wenn's sein muss, weiter. Für immer werde ich dir ein treuer Begleiter sein. Sie. Okay, großartig. Wo müssen wir hin? Inzwischen hat sie sich eine Zigarette angezündet. Die Schachtel legt sie hinter sich auf den Tisch. Das ist so eine Bigbox, nennt man die, glaube ich. 14,90 Euro für Kippen. Ganz schön teuer. Aber okay. Wer billig kauft, kauft halt zwei- oder dreimal. Oder so ähnlich. Mann, sie sieht auch beim Rauchen einfach nur großartig aus. Das täte sie wahrscheinlich auch beim Ertränken von Katzen in der Regentonne. Oder beim Todprügeln von Robbenbabys an der Küste Neufundglanz. Einfach herrlich. Sie springt vom Tisch. Und? Und? Das Gesicht ist weg. Wo ist es hin? Ah, da oben. Sie ist mindestens einen Kopf größer als ich. Wahrscheinlich so um die 1,80 Meter. Vielleicht auch etwas mehr. Das ist ja mal wieder typisch für mein Leben. Egal. Mein königlichster schlauster Sonnigster Kindheitsfreund hat mich im jahrelangen Training auf solche Momente vorbereitet. Ein Rennfahrerfilm der frühen 90er kommt mir in den Sinn. Da ist die Angehimmelte auch deutlich größer als der Held der Story. Und trotzdem sind sie ein Traumpaar. Ganz genau. Geht doch. Durch die Höhenverschiebung fällt mein Blick nun plötzlich auf ihren Busen. Also auf den weißen Strickpulli natürlich. Aber halt auf die Region. Beschämt und etwas irritiert reiße ich den Kopf herum und weise Richtung Wohrmobil. Ich. Da hinten. Der Weiße da. Ich kreische wie ein aufgeregtes Kleinkind, das zum ersten Mal in sein Töpfchen geschissen hat und es in der Hoffnung auf Lob unbedingt der ganzen Welt zeigen will. Mh. Sie. Du, ich kann auch eine Maske aufsetzen, wenn's dich sonst stört. Hab alles dabei. Cool. Jetzt mit Maske bestehe? Und wie die riechen, weiß ich schon gar nicht. Also, einfach nur hinreißend. Ich starte den Camper. Während ich. Während ich bemüht bin, mich zwischen die LKWs zu quetschen, versucht sie mit Hilfe des kleinen Schminkspiegels in der Beifahrersonnenblende ihre Haarpracht etwas zu bändigen. Da. Eine Lücke. Das Gaspedal ist jetzt voll am Anschlag. Der 2,8 Liter Turbomotor gibt seine besten Töne von sich. Und aus den Lautsprechern scheppert meine eigens für den Urlaub bei einem Streaming-Dienst erstellte Camper-Playlist im Zufallswiedergabemodus. Und? Bestes amerikanisches Country-Geheule. Ja, nee, ist klar. Unter all den Mega-Hits spielen die Typen da am Zufallsgenerator genau jetzt, in diesem Moment, diese alte lahme Nashville-Nummer. Falls sie mich nicht vorher schon für total merkwürdig gehalten hat, jetzt tut sie's mit Sicherheit. Wahrscheinlich wartet sie gerade auf den Moment, in dem ich mir einen Cowboy-Hut aufziehe, die konfederierten Flagge umhänge und mit den Armen wedle, als würde ich auf einem wilden Rodeo-Pferd ums Überleben kämpfen. Danke, Streaming-Dienst. Fuck you. Ich schaue kurz aus dem Augenwinkel herüber. Aber keine Reaktion. Immer noch die Haare. Der kleine Country-V-Paar bleibt anscheinend ohne Folgen. Nun lehnt sie sich auf den Beifahrersitz etwas zurück, zieht ihr linkes Bein hoch, umschlingt es mit den Armen, schaut in meine Richtung und dann... Konversation. Sie. Wirklich cool, dass du mich mitnimmst. Sag mal, wie heißt du überhaupt? Ich wende den Blick für einen Moment von der Straße und schaue kurz in diese Augen, die mir so tief erscheinen, als wären es zwei riesige schwarze Ozeane. Ich. Äh, Michael. Du kannst mich aber auch Michi nennen. Du kannst mich aber auch Michi nennen? Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Michi nennen? Nenn mich lieber gleich komplett bescheuert. Oh Gott, oh Gott. Als nächstes zeige ich dir meine Sammlung von Stofftieren und Porzellanpuppen. Ach ja, und wenn du bei Wikipedia unter Triebtäter nachschaust, könnte es sein, dass du mein Foto dort entdeckst. Würde mich nicht wundern, wenn sie gerade in ihrer Tasche das Pfefferspray und den Elektroschocker etwas weiter nach oben befördert hat. Ihre Mimik kann das aber gut überspielen. Und sie schenkt mir ein freundliches Lächeln. Sie. Michi, okay. Langsam erringe ich die Fassung wieder und auch halbwegs rechtzeitig schießt es mir ein. Ich. Ach ja, und wie ist dein Name? Den Impuls nach dein Name, noch schöne Frau dran zu hängen, kann ich zum Glück widerstehen. Sie. Vera. Einfach nur Vera. Ohne Koseform. Das saß. War das jetzt schon nach etwa 10 Minuten Fahrt, ihrer Art mir den Todesstoß zu verpassen? Eine Kriegserklärung? Für eine winzige Sekunde bin ich davon überzeugt und auf dem besten Weg das Wohnmobil durch die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr, in unseren sicheren Untergang zu steuern. Wir beide bis in den Tod vereint. Im nächsten Augenblick erkenne ich ein kleines, schelmisches, leicht schadenfrohes Lächeln in ihrem Gesicht. Es macht sie natürlich nur noch schöner. Okay. Dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Vera? Alles klar. Name mit zwei Silben passt immer. Aber irgendwie klingt Vera ein wenig hart, oder? Ein weicherer Name, ohne dass mir jetzt auch nur ein einziges Beispiel einfallen möchte, würde zu diesem Engel deutlich besser passen. Vielleicht Lily? Oder so etwas. Nee, Lily ist auch nicht schön. Ist scheiße. Vera? Vera? Hm. Ein nicht genauer definiertes, unschönes Gefühl steigt in mir auf. Gab's da nicht mal so eine Fernsehsendung? Keine Ahnung. Wäre mal wieder eine gute Zeit für meinen großartigsten, besondersten, außergewöhnlichsten Kindheitsfreund. Der wüsste bestimmt eine Antwort. Ich. Vera? Nett der Name. Cool. Hallo Vera. Oh Mann. Was für ein Loser. Wenigstens musikalisch geht's bergauf. Britpop, der mich an ein Fußballturnier im Jahr 1996 erinnert. Endlich ein kleiner Lichtblick, mich etwas besser präsentieren zu können. In diesem Stil und Rhythmus laufen auch die folgenden Minuten ab. Smalltalk, bei dem ich mir liebend gern und unterbrochen die Zunge abbeißen will für den Quark, den ich von mir gebe. Aber auch kleine, erste, gegenseitige Information. Kurz zusammengefasst. Vera. 30 Jahre alt, von irgendwo aus der Pfalz, Ort habe ich vergessen oder gar nicht erst aufgenommen. Studienabschluss? Irgendwas mit Literatur, glaube ich. Oder Lehramt? Ist auch unwichtig. Wir wollen ja nicht gleich heiraten. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und mit Reiseziel Köln. Ich, 41 Jahre alt, Kleinstadt an der Ostseeküste, Kfz-Mechaniker, hat sein Leben voll im Griff. Oder besser, ziellos, planlos, hoffnungslos. So langsam verstummen die Gespräche. In den Lautsprechern singt ein amerikanisches Original aus New Jersey über gestrauchelte Helden und Anti-Helden. Ist die Stille unter der Musik bereits die pure Ablehnung? Desinteresse? Ekel? Ich könnte es verstehen. Wenigstens kann ich mich so nicht noch weiter bloßstellen und zusehends in die Scheiße rein. Ein silberner Pkw schießt an uns vorbei und drängelt sich dann direkt zwischen Camper und dem vorausfahrenden Lkw. Ich bin im Begriff, ein Feuerwerk übelster Hass-Tiraden zu starten, kann mich aber noch bremsen. Nein, so sollte Vera mich nicht erleben. Der Arsch ist noch nicht fertig. Nun betätigt er auch noch seine Scheibenwaschanlage. Das meiste von dem Zeug spritzt mir über seine Karre und bei mir direkt auf die Frontscheibe. Jetzt bin auch ich gezwungen zu wischen. Ich ziehe am Hebel. Vier dünne Fäden reinigen in Flüssigkeit verlassen die Spritzdüsen und treffen auf das Glas. Die Scheibenwischer setzen sich in Gang. Das bisschen Wasser, die Menge toter Insekten auf der Scheibe und die etwa zehn Jahre alten Wischergummis ergeben eine toxische Mischung. Statt sauberer verschmiert alles nur. Ein mittelschwerer cholerischer Anfall kündigt sich an. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Die Scheibe ist wieder halbwegs durchschaubar. Auf der Heckklappe seiner Gurke hat der Wichser einen Schriftzug aufgeklebt. Todesstrafe für Kinderschänder ist dort zu lesen. Der Klassiker, denke ich. Volkseinscheid auf Bundesebene wäre noch eine gute Ergänzung. Und natürlich Freibier für alle. Und Waffen für alle. Und so weiter. Wobei alle natürlich nur für einen elitären Haufen der letzten Waren aufrechten in diesem Land steht. Todesstrafe für Drängler fällt mir ein. Ganz genau. Öffentlich auspeitschen sollte man die. Den Fuß abhacken. Den Gasfuß natürlich. Der Genötigte sollte selbst hacken dürfen, um die volle und angemessene Genugtuung zu erhalten. Oder Segen. Ja genau, Segen. Dauert länger und verschafft deutlich mehr Genugtuung. So sieht's doch aus, oder? Der Aufrechte nimmt die nächste Ausfahrt. Tecklenburger Landost. Die Wut verfliegt wieder schnell. Freie Fahrt. Immer noch schweigen. Nur die Musik spielt im Hintergrund. Ein britischer Trommler, der glücklicherweise irgendwann sein Talent zum Singen entdeckt hat, ist zu hören. Leider auch schon arg in die Jahre gekommen, der Gute. Ach, ist das schön. Ich mit sturem Blick auf die Fahrbahn, wäre mit verträumtem Blick in die Landschaft. Ewig könnte ich so weiterfahren. Sie wohl nicht. Vera. Du sag mal, warum bist du überhaupt alleine unterwegs? Gibt's keine Frau und keine Kinder? Für einen kurzen Augenblick bin ich etwas irritiert. Eine vorschnelle Antwort kann ich mir zum Glück verkneifen und versuche, das eben gehörte schnell in einen Kontext zu bringen. Gar nicht so leicht, wenn man die letzten 20 Minuten angestrengt damit beschäftigt war, aus den Autokennzeichen der vorausfahrenden Fahrzeuge ein geistreiches Wort zu formen, um einen neuen Gesprächsaufhänger zu inszenieren. Frau und Kinder? Frau und Kinder? Sie will mich doch nicht etwa auschecken, oder? Vielleicht ja doch. Wäre möglich. Da mir noch nicht genau klar ist, worin die Intention der Frage liegt, antworte ich lieber wie gewohnt. Also kurz gefasst. Ich. Äh, nee du, die gibt's leider nicht. Das leider in der Hoffnung auf Sympathiepunkte. Vera. Oh, das ist schade. Zusammen reisen bringt doch viel mehr Spaß. Wie lange bist du denn schon alleine? Fuck. Von der einen auf die andere Sekunde wendet sich unser Gespräch in eine Richtung, in der ich es überhaupt nicht haben will. Ich bin wieder für still und verträumt aus dem Fenster schauen. Wer ist dafür? Handzeichen bitte. Los, keine falsche Scham. Ähm, danke. Ich seh's schon. Fuck you. Die liebe, bezaubernde, feengleiche Vera hat mich an den Eiern. Und das ganz und gar nicht so, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Sie hat genau den einen Schwachpunkt in meinem Verteidigungsfall getroffen. Alles doppelt und dreifach abgesichert, aber die einzige offene Flanke hat sie genau im Visier. Ich spüre, wie langsam die Schweißdrüsen ihre Arbeit aufnehmen wollen. Jetzt heißt es cool bleiben. Erstmal alle Optionen abwägen. Was haben wir denn da? Äh, Lügen. Lügen geht immer, ganz genau. Meine komplette Kindheit, komplette Jugend war ein straff organisiertes Lügenkonstrukt. Hast du heute keine Hausaufgaben auf? Nö, alles erledigt. Gab's die Klassenarbeit schon zurück? Nö, der Lehrer ist doch immer so langsam. Wer hat da ans Waschbecken gepisst? Äh, ich nicht. Scheiße, hab ich das letzte gerade nur gedacht oder auch gesagt? Kurzer flüchtiger Blick rüber zu meiner Prinzessin. Keine Reaktion. Puh, Glück gehabt. Ich entscheide mich, die Situation noch einmal zu strecken. Etwas Luft zu holen. Vielleicht lässt sie ja nach. Oder gibt gar auf. Ich. Äh, ach genau sagen kann ich das eigentlich nicht. Aber schon sehr lange. So, Mädchen, dann mach erst mal was draus. Vera. Das klingt traurig. Wie lange ist sehr lange? Sie gibt natürlich nicht auf. Jetzt wäre es an der Zeit, die harten Geschütze aufzufahren. Fast schon präventiv vorzugehen. Ein radikaler Vernichtungsschlag, der alle künftigen Fragen im Keim erstickt. Sowas nach dem Motto, ich bin seit vielen Jahren Witwer. Die Silke, Dörte oder wie auch immer, ist damals beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und die Zwillinge gleich mit. Ja genau, die Zwillinge. Das bringt nochmal extra Drama mit rein. Alle verbrannt. Ich bin immer noch nicht drüber weg und kann auch nicht drüber reden. Zwei, dreimal schwer durchatmen und das Thema ist vom Tisch. Und wir schauen wieder friedlich aus den Fenstern. So sehr ich meinen Opfermonolog gerne starten möchte, es gelingt mir nicht. Es will mir einfach nicht über die Lippen gehen. Veras Augen fokussieren mich. Auch wenn ich selbst weiter stur auf die Straße schaue, spüre ich es. Spüre ich eine gewisse Verletzlichkeit in ihrem Blick, die es mir unmöglich macht, sie zu belügen. Verdammt, was ist das? Nie habe ich auch nur den kleinsten Moment gezögert, Dinge in meinem Sinne zu verdrehen, um Probleme zu vermeiden, ihnen aus dem Weg zu gehen. Aber die Gegenwart dieser zarten Person von irgendwoher aus der Pfalz lebt alle jahrelang antrainierten Automatismen. Wo ist eigentlich mein engster, größter, schönster Kindheitsfreund, wenn man ihn mal braucht? Ist wohl Sendeschluss, oder? Ah, Testbild. Schließlich versuche ich meine Vermeidungstaktik noch einmal zu reaktivieren. Alle Kräfte noch einmal bündeln und einen Waffenstillstand aushandeln. So muss es gehen. Ich? Ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Die ehrliche Antwort auf deine Frage ist, äh, also wäre eine sehr unschöne und absolut verrückte Geschichte. Also, ähm, so richtig verrückt. Im Kopf verrückt, verstehst du? Das willst du dir sicher nicht anhören. Lass uns lieber über etwas Schöneres reden. Ganz genau. Oder besser gar nicht reden. Vera Kein Problem, Michi. Ich durfte in den letzten zehn Jahren mehrere Male für längere Zeit die Klapsmühle besuchen. Glaub mal, da habe ich alles Mögliche an verrückten Geschichten erlebt und teilweise auch selbst geschrieben. Wenn deine nicht mindestens neun von zehn Punkten hervorbringt, hast du keine Chance gegen mich. Also erzähl mal. Jetzt bin ich neugierig. Komm bitte, erzähl mal. Danach gibt's meine. Während und nachdem sie das sagt, sehe ich sie zum ersten Mal von ganzem Herzen lachen. Und natürlich wieder nur wunderschön. Aber Klapsmühle? Wieder versuche ich, meine Gedanken zusammenzusammeln. Klapsmühle? Also Irrenhaus? Also, ja, was eigentlich? Mehrmals auch noch. Sitzt hier neben mir gerade eine Verrückte? Ist sie gar auf der Flucht? Eine Psychopathin? Oder eine dieser Kaputten, die sich ständig die Arme zerschneiden? Borderliner heißen die, glaube ich. Also Schnittwunden sehe ich so erstmal keine. Zumindest nicht im sichtbaren Bereich. Auch sonst nichts Verdächtiges. Allmählich dämmert es mir. Alles nur Spaß. Ein Gaudi, um mich zu verunsichern, oder? Fast wäre ich hier auf den Leim gegangen. Hm. So ganz traue ich mich aber noch nicht voll in ihr Lachen mit einzustimmen und suche lieber weiter nach einer Absicherung. Ich? Zu persönlich, wenn ich frage, was du in der Klapse gemacht hast? Vera? Depression. Jetzt bin ich mir sicher. Sie scherzt nur und lasse mich dazu hinreisen, ihre Vorlage aufzunehmen. Ich? Come on. Die hat doch heute echt jeder. Damit kriegst du nicht mal drei von zehn Punkten. Ich schaue schnell vom Verkehr zu ihr herüber. Nur um kurz die Lorbein für meinen kleinen Witz einzufahren. Und sehe plötzlich in ein ernstes Gesicht. Vorbei das herzliche Lachen. Was ist denn nun schon wieder? Oh, verdammte Scheiße. Es ist dir voller Ernst. War ja klar. Loser. Ich? Oh sorry. Das war blöd von mir. Wollte dich nicht kränken. Hab nicht nachgedacht. Ganz genau. Wie so oft am heutigen Tag, du Vollidiot. Bloß kein Fettnäpfchen auslassen. Vera. Nein, du hast schon ein bisschen recht. Viele halten es immer noch für eine Künstlerkrankheit. Oder wichtig machen. Oder einfach nur schlecht drauf sein. Aber glaub mir, es ist echt die Hölle. Das will niemand haben. Ich? Klar, auf jeden Fall. Zustimmend nicke ich mit dem Kopf. Etwas so übertrieben und theatralisch vielleicht. Aber ihre Augen wandern schon wieder weg von mir, leicht verträumt in die Ferne. Für einen Minimoment glaube ich, meine Lage etwas entspannt zu haben. Da stößt sie ihren Ellbogen leicht gegen meinen Oberarm. Vera. Na komm schon. Erzähl mal bitte. Bin echt eine gute Zuhörerin. Danach ich. Jetzt habe ich die Kontrolle über die Schweißdrüsen endgültig verloren. Heiß und kalt zugleich wird mir. Sie hat mich tatsächlich berührt. Ein unbeschreibliches Gefühl. Sagenhaft, paradiesisch, hinreißend. Alle Wörter dieser Welt können es nicht einmal im Ansatz beschreiben. Aber was nochmal erzählen? Hä? Ach scheiße, da war ja noch was. Wie zum Henker macht sie das nur? Noch immer suche ich nach einem winzigen kleinen Schlupfloch, um aus der Nummer gesichtswahnd herauszukommen. Ein Naturereignis. Komm schon, lieber Gott. Lass mich nicht hängen. Bitte, bitte, bitte. Egal was. Ich nehme auch einen ganz banalen Verkehrsunfall. Wo ist ein Unfall, wenn man ihn mal braucht? Ständig rasen Leute in Leitplanken oder Brückenpfeiler. Alltag auf Deutschlands Straßen. Und jetzt, Fehlanzeige. Während meine Gedanken rotieren und suchen, vernehme ich im Weit der Ferne, etwas dumpf, ganz leise, aber lauter werdend, eine Stimme. Es ist meine eigene. Ich. Ähm, also, ähm, ganz ehrlich, äh, also ehrlich gesagt bin ich schon immer alleine. Schon ewig. Ich hatte in meinem ganzen Leben weder als Teenager oder später eine Beziehung mit einem Mädel oder einer Frau. Ich hab weder eins geküsst noch Sex gehabt. Wie gesagt, komplett verrückte Geschichte mit mir. Der Kinderschänder in seiner silbernen Kiste hat uns schon wieder eingeholt. War wohl nur ein kurzer Toilettenbesuch. Diesmal bleibt er links, fährt vorbei und ist weg. Kapitel 4 Hauptgespräch Teil 1 Mir ist schlecht. Ein unangenehmer Brechreiz macht sich breit. Mein Camper hat keinen Rückspiegel in der Mitte der Windschutzscheibe, daher kann ich nur vermuten, dass mein Kopf eine dunkelrote Farbe angenommen haben muss. Anfühlen tut es sich auf jeden Fall so. Die Schweißdrüsen haben jegliche Regulierungsversuche aufgegeben. Frei nach dem Motto, lass einfach laufen. Etwas zu trinken wäre gut, habe ich aber gerade nicht zur Hand. Typisch. Da fährt man mit einem Wohnmobil durchs Land, sämtliche Staufächer und Schränke sind bis ins letzte vollgestopft mit Flüssignahrung und im Fahrerhaus sitzt man auf dem Trocknen. Ich könnte Vera ja bitten, nach hinten zu gehen und... Ah nee, lass mal stecken. Erstmal muss ich mir meinen letzten Funken Menschenwürde erhalten. Ich habe gerade mein bestgehütetes Geheimnis verraten. Und das nicht irgendwem, sondern ihr. Der Liebe meines Lebens. Keine Ahnung, wann sie an diesem Tag dazu wurde. Unter Aufwendung des letzten kleinsten Häufchens Kraft, das mir geblieben ist, drehe ich den Kopf langsam Richtung Vera. Dabei versuche ich, ein entschuldigendes Lächeln hervorzuzaubern. Gott, muss das grotesk und verstörend aussehen. Genau dieses Gesicht sollte man auf Zigarettenschachteln drucken. Kein Mensch auf diesem verfluchten Planeten würde je wieder eine Kippe anfassen. Ganz genau. Was ich sehe, erstaunt mich etwas. Ich kann weder eine zutiefst verständliche Abscheu feststellen, noch erkenne ich einen Anflug von Belustigung. Ich schaue in zwei eher gelangweilte Augen, die immer noch das Allerschönste sind, was ich jemals bewundern durfte. Vera, ist doch nicht schlimm. Stehst du halt auf Kehle. Da hat doch heute keiner mehr ein Problem mit. Scheiße, das hat gesessen. Ich schwöre bei allem, was mir lieb und heilig ist. Hätte ich eine Schusswaffe zur Hand, ich würde sie mir sofort in den Mund stecken und abdrücken. Auf Kehle? Ich? Schwul? Jetzt ist alles zu spät. Für einen kurzen Moment habe ich Angst, dass meine Stimme bricht. Tränen wollen meine Augen verlassen. Der Brechreiz wird stärker. Wo kotze ich hier eigentlich hin? Ich will sie ja auch nicht noch mit besudeln. Ich lasse einfach laufen. Scheißegal. Noch bemitleidenswerter als in diesem Moment kann ich eh nicht aussehen. Ob mit oder ohne Kotze. Ich versuche flach und gleichmäßig zu atmen, um irgendwie wieder Herr über meinen Körper zu werden. Kurz schaue ich nach unten. Kann ja sein, dass ich schon eingepisst habe und es nicht mal mehr mitbekommen. Puh, trocken. Der nächste Griff geht ins Gesicht. In der Vergangenheit neigte ich in Stresssituationen auch mal gerne zu Nasenbluten. Nicht, dass mir die rote Suppe schon am Kinn runterläuft. Aber auch hier. Alles erstmal im Lot. So, wieder etwas gesammelt. Ich bin bereit. Start der Gegenoffensive. Ich. Naja, also nee. Also ich stehe schon so auf Frauen und so. Also schwul bin ich wirklich nicht. Da ist sie wieder. Diese Fratze für die Kippenschachteln. Vera. Und warum ist das bei dir so? Ich. Ja warum? Keine Ahnung. Dachschaden halt. Vera. Dachschaden? Ich. Ja, Dachschaden halt. Keine Ahnung. Komplexe. Geistlich eingeschränkt. Als Kind zu oft von der Wickelkommode gefallen. Irgendwann falsch abgebogen. Also was halt. Weiß nicht. Du bist die mit Klinikerfahrung. Oh. Das war böse. Das wollte ich nicht. Kontrollverlust. Da muss ich gleich etwas Beschwichtigendes nachschieben, oder? Jetzt bloß kein Streit. Aber sie lächelt und schüttelt ein wenig den Kopf. Glück gehabt. Kein Streit. Vera. Ja, gab's denn da irgendeinen Auslöser für? Hast du Angst vor Frauen? Oder bist du schüchtern? Da kann man doch was machen. Klinikerfahrung, sag ich doch. Merkt man sofort. Ich hebe die rechte Hand Richtung Kopf und will mir ans Kind fassen. So eine Art Denkerpose, um etwas Zeit zu gewinnen. Realisiere dann aber noch schnell genug, dass das bei mir mindestens genauso dämlich aussieht, wie mein Kippengesicht. Da die Hand nun schon unterwegs ist, fahre ich mir mehrfach etwas grüblerisch über den Kopf, also durch die Haare oder das, was von denen noch da ist. Viel ist es ja nicht mehr. Das Bittere an diesem Umstand ist leider auch die fehlende Kompensation. Die allermeisten Männer, die ich kenne und die auch sehr früh mit lichten Haupttages straf worden sind, haben dafür schon seit frühesten Teenager-Zeiten einen extrem stark ausgeprägten Bartwuchs. Glatze und Vollbart? Okay. Glatze und eine Gesichtsbehaarung, die sich sehr lückenhaft gerade mal auf Kinn und Oberlippe beschränkt? Scheiße! Logisch, dass ich zu Kategorie 2 neige. Statt Barthaare wie Kupferkabel, bei mir eher die Intimbehaarung vom linken Hodensack jetzt auch im Gesicht. Doppeldanke, Mutter Natur. Fuck you! Vielleicht hätte ich doch lieber ans Kinn... Äh, egal. Erwartungsvoll schaut sie mich an. Ach ja, ich sollte mal wieder etwas sagen. Ich. Äh, naja, machen... Ähm, machen ist so eine Sache. Da kann man nichts machen. Das ist halt so die Natur. Da ist das eine Scheiße und dann wirkt sich das auf das andere aus. Und dann ergibt das eine das andere. Und dann ist das halt so. Jetzt kling ich schon wie der mit Klinikerfahrung. Vera. Jetzt klingst du schon wie der mit Klinikerfahrung. Sag ich doch. Sie schmunzelt wieder. Gott, ist sie schön. Vera. Also was ist denn so... Ähm, naja, Scheiße, was das andere bedingt. Oh Mädchen, du willst es heute echt wissen, oder? Während mein Geständnis, also das mit Beziehungen und Sex und immer nur Handbetrieb und so weiter, in meinem Umfeld vielleicht schon in gewisser Form vermutet wird, wäre ich ohne zu zögern zum Töten bereit, um die nächste Information für alle Zeiten geheim zu halten. Auf ewig wegschließen. In irgendeinem stillgelegten Armeebunker vielleicht. Oder in so einem Salzstock. Ja, genau. Alles zusammen mit dem strahlend leuchtenden nuklearen Restmüll in der Mine versenken. Zusperren, Schlüssel wegwerfen und die nächsten 5000 Jahre erstmal ausglühen lassen. Nie, nie, nie werde ich es zulassen, dass dieses Geheimnis ans Tageslicht gefördert wird. In 5000 Jahren nicht. Ich. Ähm, ja, also, wie soll ich das sagen? Es gibt so körperliche Defizite, also die sind so in bestimmten Kreisen, also bei Mann meine ich. Also da spielt das schon eine große Rolle. Oh Mann, inzwischen rede ich schon wie jemanden, dem zu oft auf den Kopf geschlagen wurde. Vera, verstehe ich jetzt nicht. Ich. Naja, bei Mann und so. Körperlichkeit, du weißt schon. Da geht's einigen besser und die anderen kommen einfach zu, ähm, zu kurz. Meine Hände krallen sich immer fester ans Lenkrad. Die Knöchel treten schon weiß hervor. Gleich habe ich es bestimmt durchgebrochen. Und dann hat der ganze Spuckli endlich ein Ende. Amaghetto, Apokalypse, Tschernobyl, mir egal. Vera, hä, du sprichst jetzt von dem Ding zwischen deinen Beinen, oder was? Jetzt ist es raus. Ich nicke resignierend und sacke in mir zusammen. Ein Häufchen Elend, geprügelter Hund. Ein Mann, der vor den Trümmern seiner Existenz, seines Lebens steht. Und Vera? Lacht. Sie lacht und lacht und lacht. Lachattacke, Lachkrampf, Lachflash. Was weiß denn ich? Kleine Tränchen laufen ihr über die hohen Wangenknochen. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein. Und ich muss mir kurz Mühe geben, sie gerade in diesem Moment immer noch so bezaubernd zu finden. Vera. Tut mir echt leid. Will dich wirklich nicht auslachen. Aber das ist so absurd. Ihr Kehle-E. Wirklich jetzt? Sie legt ihre Hand auf meine Schulter und ich fühle sofort die Energie, die sie ausstrahlt. Aber naja, das Lachen wirkt noch nach. Vera. Du triffst dich seit... Wie alt bist du? 40, oder? Du triffst dich seit über 20 Jahren mit keiner Frau, weil du denkst, sein Schwanz ist zu klein? Kurz will ich noch einwerfen, dass inzwischen auch noch Hämorrhiden dazugekommen sind. Lass es dann aber lieber. Genug Geheimnisse für heute. Vera schüttelt immer noch ungläubig den Kopf, schmunzelt und muss sich, glaube ich, sehr zusammenreißen, nicht wieder loszubrüllen. Dann ist es still. Vera kämpft immer noch ganz leise ein wenig mit dem Lachen. Ich bin inzwischen wieder einigermaßen gefasst. Das Radio, das im Gespräch wohl von Vera oder mir, kann mich nicht erinnern, auf leise gestellt wurde, drehe ich wieder ein wenig auf. Eine deutsche Punkrock-Band, die über den Jahrtausendwechsel sinkt, erklingt. Und ich befürchte dann für einen Moment, ob nicht auch eine amerikanische Disco-Kombo, bestehend aus Bauarbeiter, Polizist, Cowboy und noch ein paar anderen Figuren, auf der Playlist ist. Bin mir dann aber sicher, genau die hätte der Streaming-Dienst mir jetzt reingedrückt. So fahren wir weiter die A1 entlang, den LKWs hinterher. Ständig von Laster zu Laster springen, um dann den einen mühevoll zu überholen und schließlich hinter dem nächsten festzustecken, habe ich irgendwann aufgegeben. Da ist das italienische Triebwerk einfach zu untermotorisiert. Weil Vera sich auch nicht beschwert, bleibe ich schlicht bei dieser Routine. Und wir können länger zusammen sein. Win-win, oder? Fröhlich im Sandwich der stehlenden Riesen. Gemütlich hier. Nun doch ein bisschen Country, Rodeo, CB-Funk, Tracker-Romantik? Feine Kehle sind das doch. Das Ganze ja auf Achse. Schon weder sich noch andere. Breite, beleibte, verschwitzte, haarige Körper, nur verhüllt durch Feinritt-Unterhänden, Jeans, Hosenträger und Plastik-Clocks in allen möglichen Farben. Ähm, wie heißt das doch gleich? Hm, Slapfite? Ja, genau. Slapfite nennt sich mein neuestes Highlight in den verschiedensten Online-Videoportalen. Genau dieser Schlagmensch liefert sich dort atemberaubende Kämpfe. Zwei zu Fleisch gewordene Bierfässer hauen sich abwechselnd eine Backpfeife nach der anderen in die Schnauze. Bis einer umfällt. Oder so ähnlich. In kleinen Spielunken, Deinen oder den Hinterzimmern abgelegener Tankstellen. Bis hin zur Weltmeisterschaft nach Las Vegas. Oder zum Verfall der mentalen Gesundheit. Egal. Seine fünf Minuten Ruhe muss sich halt jeder selbst ganz bedächtig auswählen. Die Jungs machen keine Gefangene. Da ist nichts mit anderer Wange hinhalten. Oder eigentlich ja doch. Egal. Einmal kurz die Zähne zusammenbeißen und dann gibt's die volle Ladung zurück. Und vielleicht sogar das große Preisgeld. Einfach nur wow. Könnte ich Slapfite? Hm. Also ich habe schon Kraft. So ist es nicht. Leider kann ich es nicht durch sichtbare Muskelmasse belegen. Eher Streichholzarme sind das. Oder Kippenarme. Nimm eine leere 0,33 Liter Bierdose als Körper, bastle vier Zigaretten für Arme und Beine dran und du hast mich, wie Gott mich schuf. Scheiß drauf. Ich werde trainieren. Beim Fahren sogar. Alles kein Problem. Ein Arm reicht ja. Der Backpfeifenarm. Mit der einen Hand lenken, mit der anderen die Hantel immer fleißig hoch und runter. Das ganze Jahr über können Vera und ich mit dem Camper so unterwegs sein. Wenn das Geld knapp wird, suchen wir uns einen Wettkampf. Ich siege, sacke die Kohle ein und die Reise geht weiter. Bis zur Weltmeisterschaft nach Vegas. Okay. Vegas wird schwierig. Ein bisschen viel Ozean dazwischen. Wo wäre denn bei uns eine angemessene Location? Oktoberfest? Zu groß wahrscheinlich. Wohl eher eine kleinere Kilme ist. Direkt neben den Steilwandfahrern und der Boxbude. Egal. Ich gewinne den Hauptpreis. Ein nagelneues Wohnmobil. Elf Meter lang das Teil. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ja. Inzwischen ist mir ein wenig die Orientierung verloren gegangen. Die Träumerei und die Versuche, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, haben etwas den Blick auf die Umgebung getrübt. Ach, schau mal da. Nächste Abfahrt längere ich. Bleibt noch Zeit für Zweisamkeit. Ein weinroter Kleintransporter überholt. Ich gehe von einem dieser gängigen Handwerkerfahrzeuge aus. Tischlerei so und so. Klempner so und so. Fliesenleger so und so. Und so weiter. Beim Lesen stutze ich. Hundesalon Tina steht da aufgedruckt. Oder besser geklebt. Hundesalon? Ein Friseur für Tiere? Was das nicht heute alles schon gibt. Absurd finde ich. Zu guterhalten sollte man der lieben Tina, dass sie auf den üblichen Namenssirkus verzichtet. Der Tag, an dem den Menschen hier auffiel, wie viele lustige, also eigentlich eher beschissene, Namenskombinationen mit Haar oder Heer aufzustellen sind, ist sicher ein historischer Tiefpunkt in der Geschichte dieses Landes. Einfach nur, wie herrlich. Aber was sagt so ein Hund beim Friseur? Oder was sagen Härchen und Frauchen, wenn sie bei der Tina stehen? Im Handtäschchen noch ein warmer Kackebeutel von ihrem Vierbeiner. Nur ein wenig die Spitzen? Haben die ein Foto von diesem Hundekommissar dabei und sagen dann, so soll's werden? Oder halten sie der arme Tina einfach direkt ihre eigenen Hackfressen hin und quaken, einmal wie bei mir bitte? Irre. Wie war denn gleich nochmal mein Spruch vor langer Zeit, als Schneiden bei mir noch Sinn ergab? Ähm, ich hab's gleich. Hinten Fasson, die Ohren frei und oben nicht ganz zu viel ab. Ja, ganz genau. Jahrelang dieser eine Satz. Immer stolz und frei, ohne Versprecher vorgetragen. In den ersten Jahren noch etwas aufgeregt, um mir auch ja keinen Fehler zu machen, dann aber routiniert und abgeklärt. Mit dem kontinuierlichen Verlust von Haarmenge und Fülle verschwand bald zusehends das Anspruchsdenken. Ich wechselte den Salon in Richtung Billiger und schon schnell empfiel das Vorgespräch. Ein einfaches, so wie immer, reichte schließlich irgendwann aus. Sagen bei der Tina im Hundesalon wohl auch die meisten. Schafft ja auch Nähe und Bindung. Keine blöden Sätze mehr, die man vorher auswendig lernen muss. Wie das wohl riecht in der Karre? Der Brechreiz kommt zurück. Ekelhaft! Über 20 Jahre in der Kfz-Branche haben mir da einiges ins Gedächtnis geprügelt. Ein Auto von einem Hundebesitzer oder Besitzerin ist echt so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Den Gestank, den so ein Köter bei Zeiten verbreitet, sollte man einfangen und als Kampfstoff konservieren. Bäh, einfach nur widerlich, sag ich doch! Und diese Haare überall? Was wollen die noch beim Friseur? Die verlieren doch eh alle! Okay, bei denen wachsen sie wohl wenigstens wieder nach, oder? Ja, okay, 1 zu 0 für die Hunde. Tina zieht vorbei und verschwindet im Gewusel weit voraus. Vera Zauber hat mich auch wieder voll ergriffen. Die kleine Krise ist überstanden. Wir haben uns offen alles gesagt und gut. Herrliche, schöne, heile Welt. Sie guckt Landschaft, ich verkehr. Könnte ich ewig zu weitermachen. Vera setzt sich wieder etwas aufrechter in den Sitz, beugt sich ein Stück vor und dreht den Punkrockern den Ton wieder ab. Gefällt dir wohl nicht das Lied? Hat vielleicht etwas mit den Depressionen zu tun? Ist okay. No problem, Honey. Bei mir bist du sicher. Vera, sag mal, wie kommst du überhaupt darauf, dass dein Ding also, du weißt schon, zu klein sein soll? Dem Floh musst dir doch irgendjemand mal das Ohr gesetzt haben. Och nö! Alles war so schön und jetzt verdirbst du es wieder. Ich habe heute schon wahrlich genug gelitten. Du hattest dein Triumph. Kein Gerede mehr über Pimmel, Beziehungen, Sex oder Ähnlichem. Bitte, bitte, bitte! Ich will einfach nur noch friedlich in den Sonnenuntergang fahren. Basta! Ich sage hier gar nichts mehr! Ich? Was gesagt? Das muss dir keiner sagen. Und soll es dir auch nicht. Deswegen zeige ich es doch niemandem. Und bleibe lieber für mich. Das weiß man irgendwann einfach. Toll, wie ich mich durchsetzen kann, oder? Da sollte ich wohl mal dran arbeiten. Vera schüttelt mal wieder ungläubig den Kopf. Ihre hochgesteckten Haare hüpfen der Kopfbewegung ein wenig hinterher. Süß schaut das aus. Einfach nur hinreißen. Vera... Das ist doch komplett der Bullshit. Weil du Angst hast, jemand könnte dich zurückweisen oder etwas sagen, was du nicht hören willst, ziehst du dich in dein Schneckenhaus zurück und bleibst lieber alleine? Jetzt hat sie es verstanden. Besser hätte ich es niemals ausdrücken können. Klinikerfahrungen halt. Sag ich doch. Die Frau ist vom Fach. Großartig. Ich? Ja, genau. So ist es wohl. Können wir jetzt endlich das Thema wechseln? Oder besser gar kein Thema mehr? Vera? Das ist echt das albernste und kindischste, was ich je gehört habe. Ehrlich jetzt. Das ist doch ein trauriges Leben so. Wie kommst du auf den Quatsch? Es gibt doch keine richtigen oder falschen Größen. Alles klar. Kein Themawechsel. Ach ja. Und übrigens hat sie ja auch leicht reden mit ihren 1,80 Meter. War sie gerade etwas böse auf mich? Zeit, ein wenig einsichtiger zu werden. Ich? Ja, mir gefällt das doch auch nicht. Das ist einfach Kopfkino. Für immer eingebrannt in die Birne. Das geht irgendwann in der Pubertät los. Weißt doch sicher, wie Jungs so sind. Da holen einige ihre Schwänze raus, wedeln damit rum und so weiter. Völlig primitiv. Und irgendwann fragst du dich halt, warum ist deren so viel länger als meine? Und das begegnet ihr dann plötzlich überall. Im Schwimmbad, in Zeitschriften, selbst im Schullehrbuch. Vera, wie sahen denn eure Schulbücher aus? Da waren dann auch überall riesige Teile drin? Sicher, dass das nicht etwas andere Literatur war? Bei Literatur malte sie jeweils mit zwei Fingern der linken und rechten Hand Gänsefüßchen in die Luft. Ich? Nee, im Gegenteil. Der war eher kürzer da drin. Was dann zur Belustigung führte. Der Sack ist ja länger wie der Schwanz und so weiter. Vera verdrückt sich ein Schmunzeln. Gelingt aber kaum. Vera, und das hat dich denn so sehr getroffen und traumatisiert? Ich? Naja, ich hab natürlich fleißig mitgelacht. Wusste ja keiner etwas von meinem kleinen Geheimnis. Vera, und du meinst, alle Frauen der Welt warten nur auf mega bestückte Gigolos? Ich? Nein, sicher nicht. Aber auch bestimmt nicht auf das Gegenteil. Sie lacht wieder etwas, aber eher fassungslos. Vera, da soll uns Weibern nochmal einer Penisneid vorwerfen. Einsichtig genug? Kurz schweife ich in die Vergangenheit ab. Mensch, wie hieß denn dieser Vogel, der damals bei jeder Gelegenheit sein Riesenglied aus der Hose holte und damit rumprallte? Ähm, Rico, Rico. Egal, ich komm nicht mehr drauf. Irgendwas mit Rico auf jeden Fall. Allein für diesen Namen gehört er für immer weggesperrt und seine Eltern gleich mit. Als der liebe Gott die Schwanzlenk verteilte, habe ich ja offensichtlich geschlafen. Aber dieses Arschloch hat sich ganz bestimmt gleich zweimal angestellt. Wahrscheinlich hat er sich genau meine Portion unter den Nagel gerissen. Wie niederträchtig kann man nur sein. Später habe ich mal gehört, er hätte seine Darbietung so weit verfeinert, dass er selbst mit dem eigenen Mund an sein Ding... Ähm, naja, hören sagen. Fuck you, Rico. Vera, das ist echt kindisch und pubertär. Da solltest du inzwischen langsam raus sein. Diese Scham verliert sich doch irgendwann beim Erwachsenwerden. Wie hast du das denn beim Sport gemacht? Oder bei der Armee? Warst du bei der Armee? Da duschen doch auch alle zusammen. Ich Ja, da sagst du was. Vom Bund hat's mich echt gegraut. Hab gedacht, da bricht jetzt alles über mir zusammen. Aber man will's nicht glauben. Auch da hab ich mich durchgeschummelt. Kaum vorstellbar. Zehn Monate am Stück nicht geduscht. Vera verzieht angewidert das Gesicht. Vera Zehn Monate nicht geduscht? Bäh, igitt! Ich Na ja, in der Kaserne natürlich, meine ich. So zu Hause, also am Wochenende dann, bin ich schon ganz normal meiner Körperhygiene nachgegangen. Einmal, nach einer Übung im Gelände, da war ich so verdreckt, da bin ich einfach ins Schwimmbad gefahren und hab da geduscht. Vera Und die anderen? Sagt da keiner was? Ich Nee, ist ja nicht so, dass ich ständig schmierig und stinkend durch die Gegend gelaufen bin. Da hängst du dir dein Handtuch über die Schulter, verlässt die Stube und statt in die Gemeinschaftsdusche gehst du einfach in den Waschraum und machst Katzenwäsche. Ich hab so ein typisches Allerweltsgesicht und verschwinde gut in der Masse. Das ist keinem aufgefallen. Vera Und beim Sport auch? Ich Ja, beim Sport, das war eigentlich auch unproblematisch. In der Jugend hab ich Fußball gespielt, also so richtig im Verein. Wir waren aber so ein absoluter Schrottklub, da war alles auf Kante genäht. Kaum Geld für Bälle, Trikots und alles mögliche. Die Kabinen sahen aus wie Dresden 45. Da drin war die Verletzungsgefahr größer als auf dem Platz, da hat keiner geduscht. Eigentlich ging es da auch mehr ums Bier trinken. Ankommen, rauchen, ein bisschen kicken und dann hoch die Tassen. Also Dosen. Schöne Zeit. Mann wurde da gesoffen. Bis zum Verlust der Muttersprache ging das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eckart Dacke kommt mir plötzlich in den Sinn. Der erste Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Ich. Und sonst so mit Freunden hielt sich Gemeinschaftssport eher in Grenzen. Außer natürlich auf dem Bolzplatz. Da gibt's logischerweise aber auch keine Kabinen. Und wenn es doch mal soweit kam, also beim Badminton oder Tennis in so einer Halle zum Beispiel, hab ich mir halt etwas einfallen lassen. Ach, hier kann man auch duschen? Wusste ich ja gar nicht. Hab kein Zeug dabei. Kein Problem. Ich warte schon mal im Auto. Und so weiter. Vera. Und lass mich raten. Bevor du zum Arzt gehst, stirbst du lieber? Könnte ja jemand etwas sehen. Hab ich hier schon von den seit Jahren unbehandelten Hämorrhoiden erzählt? Ich. Oh Mann. Arztbesuche sind echt der totale Horror. Solange mich dort niemand kennt oder jemanden kennt, der oder die mich kennt und so weiter, ist das kein Problem. Aber ansonsten wirklich die reinste Katastrophe. Vera. Und dann bleibst du lieber krank oder experimentierst an dir selbst herum? Sie kann hell sehen. Definitiv. Scheiß Hämorrhoiden. Ich. Naja, einmal hab ich das schon durch. Das war echt erniedrigend. Vera. Aha. Ich. Da musste ich zu so einer Darmspielung. Da ging's nicht mehr anders. Also Augen zu, Hose runter und durch. Ich wette, die haben sich bepisst vor Lachen, als ich da an der Narkose lag. Zum Glück gab's damals noch keine Smartphones. Oh. Bepisst hätte ich wohl lieber nicht gesagt. Vera. Du spinnst. Echt jetzt? Die sehen so etwas doch jeden Tag. Glaubst du ernsthaft, das interessiert dort jemanden, wie's bei dir untenrum ausschaut? So etwas? Ach Gott, ach Gott. Ich. Das kam dann ja noch schlimmer. Als ich im Aufrachraum wieder zu mir kam, war ich noch nicht ganz klar an der Birne. Bin trotzdem aber schon aufgestanden. Und wie besoffen da umhergebleiert. Die Schwester fing mich dann irgendwie wieder ein. Als ich nach unten geschaut habe. Einfach nichts. Keine Hose. Keine Shorts. Ich stand völlig blank da. Total peinlich. Da träum ich heut noch hin und wieder von. Völlig traumatisch. Für die Schwester natürlich auch. Vera. Alter, du hast echt die Kurve nicht bekommen. An so einem Blödsinn hältst du dich auf? Unglaublich. Sagt mir das Mädchen mit Depression. Aber sie darf das. Vera. Hast du nie mit jemandem darüber gesprochen? Ich. Worüber? Über diese Geschichte oder allgemein? Vera. Na, über alles meine ich. Ich. Ähm, nö. Du bist die Äste. So was mache ich nun mal mit mir alleine aus. Du wolltest es ja unbedingt wissen. Wieder nur Kopfschütteln bei Vera und wirklich besänftigt, wirkt sie auch nicht. Kapitel 5. Hauptgespräch. Teil 2. Die aktuelle Stille unterscheidet sich deutlich von den vorherigen. Da ist kein verträumter Blick mehr. Die Atmosphäre scheint kühler. Vera schaut eher angestrengt. Grübelt sie über etwas? Sie kaut auf ihrer Unterlippe. Mach das bitte nicht. Die schöne Lippe. Hab ich ihr etwas getan? Bin nicht sicher. Eigentlich bin ich doch hier das Opfer, oder? Wer wird denn hier pausenlos am Nasenring durch die Manege gezerrt? Sollte ich die Musik wieder lauter drehen? Lieber nicht. Aus der Stille heraus meldet Vera sich wieder. Vera. Therapeutische Hilfe. Es gibt auch therapeutische Hilfe. Okay. Hab ich schon mal gehört. Aber was soll mir das jetzt sagen? Spricht sie über ihre Depression oder was? Keine Ahnung, worauf sie hinaus will. Zum Glück erwartet sie offensichtlich keine Antwort von mir, sondern fährt fort. Er spart mir sicher die nächste Peinlichkeit. Vera. Du solltest dir unbedingt einen Therapeuten suchen. Es gibt Profis, die dir helfen können. Glaub mir. Hab da jahrelange Erfahrung. So schnell wie noch nie liegt mir die passende Antwort auf der Zunge. Aber die Tatsache, dass Therapeuten wohl kaum in der Lage sind, meinen Pimmel zu verlängern, behalte ich erstmal lieber für mich. Befürchte, das wäre jetzt nicht das, was die liebe Vera von mir hören will. Also versuche ich ihr den Wind anders aus den Segeln zu nehmen. Welcher Wind und welche Segel überhaupt? Ach, ist auch scheißegal. Bevor ich ansetzen kann, oder er muss, geht sie wieder dazwischen. Vera. Sorry, kann ich hier rauchen? Halt's gerade nicht mehr aus. Lange halte ich dieses Lebenscoaching auch nicht mehr aus. Beschwere ich mich etwa? Sag ich, bring erstmal deinen eigenen Scheiß in Ordnung? Und überhaupt, in meinem Camper wird natürlich nie, nicht, niemals nie geraucht. Ich erschrecke. Zum wiederholten Male der bange Blick Richtung Vera. Das alte Problem mit Gedachte oder Gesagt. Ihr erwartungsvoller Blick lässt mich aufatmen. Alles sicher. Ich. Klar, kein Problem. Rauche doch selbst auch. Asch einfach aus dem Fenster. Die heruntergefahrene Scheibe durchbricht die sonore Geräuschkulisse. Das im Hintergrund leise dröhnen und nagelndes Dieselmotors wird jetzt durch den Fahrtwind überlagert. Vera mit Zigarette? Dazu der Fahrtwind? Das müsste man in Öl auf einer Leinwand verewigen. Oder zumindest ein Foto mit dem Handy davon machen. Dann wäre sie für immer nicht nur in meinem Herzen, sondern auch auf meiner Speicherkarte. Einen Augenblick überlege ich sogar, es zu tun. Ziehe das Vorhaben dann aber wieder zurück. Das Handy steckt fest in der Haltung an der Windschutzscheibe. Zusätzlich sind AOX und Ladekabel angestöpselt. Bis ich das alles mit einer Hand, die andere muss ja noch lenken, auseinandergefriemelt habe, hat sie längst wieder aufgeraucht. Und außerdem, was soll sie davon halten? Oh toll, jetzt macht der gruselige Typ auch noch Fotos von mir. Die Hoffnung, dass das wummernde Geräusch des Fahrtwinds Veras Engagement bezüglich meiner geistigen Gesundheit etwas drosselt, zerschlägt sich auch wieder schnell. Sie spricht jetzt einfach lauter. Vera Tut mir leid, ich hatte dich vorhin unterbrochen. Ich Hattest du das? Hab gerade etwas den Faden verloren. Vera Wir waren bei Therapie. Vielleicht ist das ja was für dich. Stimmt, die Seelenklempner. Diese Absocke. Schicken einmal kurz auf ihre mit Sperma besudelte Couch, reden dir dann ein, dass noch mindestens 25 Sitzungen notwendig sind, um das Problem erstmal einzukreisen, tun dann so, als würden sie höchst wichtige Sachen in einem Collegeblock notieren, dann fleißig abkassieren und nach der Mittagspause zum Golfplatz fahren. Denen helfe ich doch am Ende mehr als die mir. Nee, lass mal lieber. Sage ich so natürlich alles nicht. Ich Schau mal, das hätte vor 20 Jahren sicher Sinn gemacht, aber inzwischen ist der Zug bei mir eher abgefahren. Also wenn du weißt, was ich meine. Keine normale Frau lässt sich auf einen Typen ein, der mit 40 noch Jungfrau und emotional und sozial komplett verkrüppelt ist. So entfasst niemand auch nur mit der Kneifzange an. Das ist halt mein Schicksal. Da muss ich nun durch. Wow. Mehrere gerade deutlich artikulierte Sätze an einem Stück. Bin stolz auf mich und auch etwas ergriffen. Plötzlich nehme ich ein Schluchzen neben mir wahr. Vera hat sich ein wenig nach rechts abgedreht, hält eine Hand leicht vor den Mund, und schluchzt. Sie schluchzt? Hä? Nein, scheiße, sie weint. Kleine, feine Tränen im Gesicht und auf ihrem Handrücken. Bestimmt die Depression. Ich fahre das Fenster wieder hoch. Das Fahrtwindgeräusch ist wieder weg. Ihr Schluchzen dafür, umso deutlicher zu vernehmen. Ich fühle den Drang, ihr über die Wange zu streichen, die Tränen wegzuwischen. Trau mich dann aber doch nicht. Vielleicht auch etwas übergriffig, oder? Ich. Ähm. Alles klar bei dir? Was ist los? Vera. Ich finde das alles mit dir nur so traurig. Das packt mich gerade ein wenig emotional. Sorry. Hört gleich wieder auf. Habe ich manchmal. Alles gut. Na, ganz toll. Prima gemacht. Das gibt eine Runde extra Applaus. Hier kommt das Arschloch der Woche. Jetzt habe ich mein Engelchen auch noch zum Wein getrieben. Nein, nein, nein. Wenn sie dieses Auto irgendwann verlässt, ohne sich vorher umgebracht oder mindestens ein Ohr abgeschnitten zu haben, dürfte man das wohl als Erfolg bewerten. Unbeholfen glotze ich abwechselnd mal auf die Rücklichter des vorausfahrenden Brummis und dann wieder zu Vera. Eine beruhigende Berührung gestatte ich ihr, oder besser mir, immer noch nicht. Genug Porzellan zerbrochen. Das Radio? Jetzt vielleicht? Besser nicht. Vera hat recht. Sie fängt sich wieder schnell. Mit dem Handrücken wischt sie die letzten Tränen ab. Ihr Gesicht ist leicht gerötet, die Augen noch immer etwas feucht. Ich möchte sie jetzt einfach nur noch in den Arm nehmen. Mach ich natürlich nicht. Geht ja auch gar nicht. Muss ja noch fahren. Ein neuer Ton gesellt sich dazu. Nicht so prägnant wie das Wummern des Windes durch die Seitenfenster, eher leise. Ein Pfeifen, würde ich sagen. Was ist das? Von wo kommt das? Ich lausche angestrengt und versuche es einzugrenzen. Mehr von hinten, oder? Ja, definitiv. Mehr von hinten. Macht mich jetzt aber auch nur bedingt klüge. Mein Blick geht für eine Kopfbewegung kurz Richtung Vera. Sie wirkt unbeeindruckt. Sagt auch nichts. Ich will sie auch nicht verunsichern. Keine Ahnung, wie gefestigt sie emotional schon wieder ist. Vielleicht ja doch die Depression. Da sollte man sorgfältig mit umgehen. Ganz genau. Lange ausblenden kann ich diese neuen Umstände aber auch nicht. Zu sehr nackt die Ungewissheit und die Angst vor einem größeren Schaden. Ich. Sag mal, hörst du das auch? Vera. Was hören? Ich. Na dieses Geräusch, dieses Pfeifen, das hört man doch. Vera. Hm. Ja, da ist was. Ist das schlecht? Ich. Weiß nicht, aber ich kann's nicht einordnen. Vera. Kommt mehr von hinten, oder? Ich. Ja, finde ich auch. Vera. Soll ich mal nachsehen? Ich. Ähm. Ja, weiß nicht. Machst du das? Vera. Klar, kein Problem. Eigentlich ist es ja strikt verboten, während der Fahrt seine Gurt zu lösen und im Fahrzeug herumzulaufen. Aber diese besondere Situation lässt mich verstummen und ich erhebe keinen Einwand. Ganz klar, hier gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und was soll schon passieren? Nichts. Ganz genau. Vera löst den Sicherheitsgurt. Sie klappt die linke Armlehne hoch und schiebt sich, etwas gebückt in den Wohnbereich des Campes. Dabei stößt sie mich an. Nicht nur leicht, es ist ein richtiger Remble. Der Durchgang nach hinten ist so eng, dass sie sich förmlich durchzwängen muss. Aber kein Problem, ich kann das ab. So nah waren wir uns vorher noch nie. Ich genieße die Berührung. Vera hangelt sich durch das fahrende Auto, Stück für Stück, weiter Richtung Heck. Sie bleibt stehen. Vera. Ist das ein Schrank? Hier kommt es raus. Ich wende den Kopf in ihre Richtung. Eigentlich den ganzen Körper. Sie steht so ungünstig im Winkel zu mir, dass ich fast aufstehen muss, um zu sehen, was sie meint. Ah, alles klar. Ich. Nee, das ist das Klo, also das Bad meine ich. Vera. Wie geht das hier auf? Sie schwankt ein wenig und muss ab und an ihren Stand korrigieren. Die Unebenheiten der Fahrbahn sorgen für ein permanentes Schaukeln. Zu gerne würde ich mir dieses Schauspiel genauer ansehen. Da sie aber unangegurtet, damit völlig schutzlos ist, gilt meine Konzentration mehr denn je der Straße. Immer wieder drückt sie auf dem Türknopf. Ich will ihr zurufen, dass das Scheißding etwas hängt und sie ein bisschen langsamer, gefühlvoller drücken muss. Das stockt mir der Atem. Panik. Für einen Moment scheint mein Herz auszusetzen. Was ist hinter der Tür? Und ich meine nicht das Geräusch. Meine sprichwärtlichen Leichen im Keller könnten hinter diesem Stück Presspappe mit Holzfurnier liegen. Ist die Klobrille offen? Wenn ja, wurde überhaupt gespült und wie gründlich. Liegen da vielleicht noch alte Unterhosen auf dem Boden? Allein lässt man sich ja gerne mal etwas gehen. Beim Kleidungswechsel kurz abgelegt und dann... Ja, sorry, vergessen. Bei Hämorinproblemen können die Shorts auch mal ganz schön unappetitlich aussehen. Um nicht überall unschöne braun-rote Blutflecken in der Welt von mir zu verteilen, trage ich inzwischen schon zwei Unterhosen übereinander. Doppelter Schutz sozusagen. Es ist echt mit Abstand die schlimmste und widerwärtigste Plage, die der Herr uns auf die Erde geschickt hat. Naja, ganz knapp hinter Kurzschwänzigkeit natürlich. Die neue Salbe macht es auch kaum besser. Meine Markierungen sind nun nicht mehr braun-rot, sondern weiß und auch noch hartnäckiger zu entfernen. Oh Gott! Was soll die liebe Vera nur von mir denken? Bei allem, was sie eh schon von mir denkt. Angestrengt versuche ich mir das Bild meines letzten Badbesuches wieder vor Augen zu bringen. Lag da noch was? Keine Ahnung. Ein Klappern. Und die Tür ist auf. Und? Kein Pfui, kein Bär, kein Igitt. Dafür ein deutlich lauteres Pfeifen. Mehr ein Rauschen. Oder so ähnlich. Vera. Hier ist nur das Dachfenster auf. Dachfenster auf? Das kann nicht sein. Wie ein Zwangsgestörter arbeite ich vor jeder Fahrt meine persönlich selbst konzipierte Checkliste ab. Wie der Pilot einer Boeing 747 vor der nächsten Atlantiküberquerung. Neben Punkten wie Gas abstellen, alle losen Gegenstände sichern, Sattantenne einfahren, steht an erster Stelle, alle Dachluken und Fenster schließen, doppelt unterstrichen. Und die Liste wird nicht nur einmal abgearbeitet. Unmöglich, dass mir ein Fehler unterlaufen sein könnte. Unmöglich. Ich. Links und rechts, runterziehen. Vera. Ich. 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 Böhmädchen. Ich. 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 Schuhe. Ich. Schüttel schnell den Kopf und lass sie gar nicht ausreden. Aktuell ist mir das maximal egal. Ich stürme Richtung Camperbad. Und? Danke, lieber Gott! Keine blutbesudelten Boxershorts auf dem Boden. Mein Blick wandert nach oben. Vera hat Recht. Keine Griffe mehr da. Keine Dachluke mehr da. Nur ein Loch und der blaue Himmel. Klar, der war aus dieser Perspektive auch vorher schon zu sehen, allerdings getrübt durch das schon etwas in die Jahre gekommene Plexiglas und Vogelscheiße. Vera, ist da was weg? Ich nicke stumm. Diese beschissene Dachluke hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Bloß wie? Nie, nie, niemals habe ich die aufgelassen. Unmöglich. Ratlosigkeit macht sich in mir breit und ist aber nur der Vorbote für die nächste Panikattacke. Die Dachluke, wo ist die hin? Was ist, wenn sie jemanden getroffen hat? Ein Auto? Oder noch schlimmer, ein Motorradfahrer? Der hat doch gar keine Chance. Falls er nicht direkt erschlagen wurde, dann doch mindestens ins Fall gebracht. Gestürzt und anschließend von unzähligen, nachfolgenden Autos einfach überrollt. Zerquetscht, zerhäckselt. Da bleibt doch gar nichts mehr übrig. Ein Massaker, geradezu platt gemacht. Oh lieber Gott, steh mir bei. Das jetzt nicht auch noch. Von einem Moment auf den anderen, vom lieben, netten, unbescheutenen Bürger zum Mörder. Oder ist das Totschlag? Bestimmt Totschlag. Das sollte ich unbedingt ganz schnell mal googeln. Wie viele Jahre gibt's dafür? Ich im Knast? Das wird nie was. Ich bin einfach kein Knasttyp. Da steh ich nicht durch. Auf keinen Fall. Vera, du sagst gar nichts. Alles okay? Dabei legt sie mir ihre Hand auf die Schulter. Die nächste Windböe macht den Augenblick aber schnell wieder zunichte. Das Wohnmobil schaukelt kräftig und Vera braucht die Hand aber mal zum Abstützen. Okay? Natürlich ist nichts okay. Wir müssen weg. Wahrscheinlich sucht die Polizei schon nach mir. Im Idealfall ist die Dachluke so zerstört, dass man sie mir nicht mehr zuordnen kann. Könnte ja von jedem sein. Auf der anderen Seite wohl eher unwahrscheinlich. Heutzutage finden die doch an jedem kleinen Mini-Partikel eine DNA-Spur. Da gibt es bestimmt etwas zu finden. Wir entscheiden uns, die nächste Ausfahrt anzupeilen und wanken wieder zurück in die Fahrerkabine. Ich schnüre mir die Schuhe, setze den Blinker links und weiter geht die Fahrt. Es dauert nicht lange. Raststätte Münsterland-West. Wir fahren ab. Mit dem Verringern der Geschwindigkeit nimmt logischerweise auch das Pfeifen ab. Bis es schließlich verstummt. Ich parke wie gewohnt in der Lkw-Zone. Auf dem weitläufigen Areal halten sich aktuell lediglich drei Sattelzüge auf. Sie stehen in fast regelmäßigen Abständen verteilt. Wir wählen einen Stellplatz zwischen dem zweiten und dem dritten Brummi. Zu linken befindet sich ein dunkelgrüner Holzlaster. Er ist unbeladen. An der Zugmaschine sind an den Front- und Seitenscheiben die Gardinen zugezogen. Da schläft wohl jemand. Rechts neben uns ein weißes Tiefladergespann aus schwäbischer Produktion. Auf der Ladefläche ein gelber Bagger. Hoffe, der fehlt jetzt nicht auf irgendeiner Baustelle. Vor dem Gespann sitzt in der Sonne ein Mann. Wahrscheinlich der Fahrer. Ein Namensschild zwischen Windschutzscheibe und Armaturbrett geklemmt, verrät ihn als Yoshi. Yoshi sitzt auf einem Klapphocker, so einer Art Angelhocker, und liest in einer Zeitschrift. Ich schätze mal etwas aus der Regalabteilung, wo die Cover mit dem Hinweis ab 18 Jahren abgedeckt liegen müssen. Es sei ihm gegönnt. Über seinen breiten Schultern und den von einem schwarzen T-Shirt bedeckten, massig beleideten Oberkörper thront ein krebsroter Kopf mit blonden Schnauzbart. So Walross-mäßig. Ein bekannter Profi-Wrestler der 80er und 90er Jahre erscheint mir kurz vor Augen. Ganz genau. Ja, das ist der Bart. Die Rotfärbung lässt mich nicht auf die Sonne schließen. Sie sitzt tiefer. Eher die klassische Alkoholiker-Fresse. Da habe ich ein Auge für. Wann es bei mir wohl soweit sein wird? Ist es das schon? Eggart Dacke klopft wieder an. Ach, der Eggart. Nachdem er uns zur Kenntnis genommen hat, zieht er mit seinem Hocker auf die Rückseite seines Gefährdens. Sag ich doch, ab 18. Vera und ich stehen wieder im hinteren Camper-Bereich und begutachten den Schaden. Vera, wie ist dein Plan? Ich, zukleben. Vera, macht Sinn. Aber wie? Um das Loch effektiv zu schließen, muss ich von oben ran, also aufs Dach. Das Mobil misst stolze 3,12 Meter. Eine Leiter habe ich natürlich nicht dabei. Alles, Unmengen an Werkzeugen, zwei Ersatzbatterien, denn eine könnte ja den Geist aufgeben und die nächste ja auch. Sogar ein zusätzliches Smartphone für den absoluten Notfall. Immer eine vollgeladene Powerbank. Glühlampen, Kilometer an Stromkabel, man weiß ja nie, wie weit die nächste Steckdose entfernt ist. Aber eine Leiter? Fehlanzeige. Wie groß war Vera gleich? 1,80 Meter? Zusammen mit meinen 1,70 Meter? Hm, kurz überschlagen. Äh, das passt doch. Ah, aber wie lange hält sie es aus, wenn ich auf ihren Schultern stehe? Nee, sie ist viel zu zierlich. Ich will ihr auch nichts kaputt machen oder gar abbrechen. Scheiße, scheiße, scheiße. Denk nach. Vera. Und nun? Ich. Ich muss irgendwie aufs Dach. Vera. Ich kann ja mal drüben zur Tankstelle und nach einer Leiter fragen. Ich. Ähm, nee, lass mal. Brauchst du nicht. Das geht auch so. Nach einer Leiterfragen? So weit kommt's noch. Ich frag jedoch keinen. Hab mir schon immer selbst geholfen. Kleinigkeit. Ich beginne die Campingmöbel auszupacken. Was haben wir denn da? Ein Tisch plus zwei Stühle. Ach, schau mal hier. Noch ein kleiner Tritt mit drei Stufen. Und noch viel wichtiger. Eine Rolle Gaffer-Tee. Also wenn das nichts ist. Daraus baue ich, wenn's sein muss, eine Mondrakete. Mein Kospas, der freundlichster und anständigster Kindheitsfreund hat mir alles gezeigt. Wie hieß bloß damals dieser Typ aus dem Nachmittagsprogramm, der mit einer Büroklammer Bomben entschälfte und aus dem BH seiner Freundin einen Heißluftballon bastelte? Ähm, keine Ahnung. Aber der wird sicher stolz auf mich sein. Vera. Und du willst jetzt all diese Teile übereinander bauen? Zufrieden schaue ich sie an. Ich. Ganz genau. Vera verdreht die Augen und wendet sich ab. Vera. Ich bin mal kurz weg. Ich. Bis gleich. Wieder und wieder versuche ich meine Leiteralternative zusammenzustellen. Tisch unten ist klar. Beide Stühle da dann drauf. Und dann der Tritt. Er steht zwar, er scheint mir aber noch zu wackelig. Die Essbesteigung traue ich mir nicht zu. Alles muss noch mit Klebeband stabilisiert werden. Ganz genau. So muss es gehen. Geht natürlich nicht. Loser. Die flexible Bespannung der Campingstühle bietet keinen Halt. Verzweiflung steigt in mir auf. Resignation. Da ertönte der mir eine vertraute Stimme. Vera. Sei mir nicht böse, aber bevor du dir hier noch das Genick brichst und ich mir eine neue Mitfahrgelegenheit suchen muss, habe ich das hier mal organisiert. Vera hält eine ca. 4 Meter lange Aluleiter in ihren Händen. Sie lächelt ihr verschmitztes Lächeln. Das kurze Gefühl der Kränkung, wohl besser des Versagens, verschwindet sofort bei diesem Anblick. Dieser Engel führt mir pausenlos mein Unvermögen vor Augen und macht mich dabei nur noch glücklicher. Wie schafft sie das nur? Nun geht es natürlich deutlich einfacher. Aus dem Wohnmobil hole ich eine Rolle 25 Liter Müllsäcke. Mithilfe des Teeps befestige ich sie über dem Loch. Zur Sicherheit wiederhole ich das Ganze viermal, bis mir das Provisorium stabil genug erscheint. Vera und ich? Ein tolles Team. Sie bringt die Leiter zurück und ich verpacke den ganzen Krempel, den ich in den vergangenen Minuten hervorgekramt habe. Fast heiter über dieses kleine Abenteuer springen wir ins Auto und fahren wieder auf die A1. Jetzt wird alles gut. Kann doch nur. Ganz genau. Ich wage sogar den Griff an den Lautstärkeregler des Radios. 80er Jahre Glamrock. Fünf blonde, dauergewählte Herrmetaller singen etwas von alleine immer weiter nach vorne gehen. Sag ich doch, alles wird gut. 40 Kilometer bis Dortmund steht auf dem blau-weißen Autobahnschild. Dann sind es auch nur noch etwa 140 bis Köln. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr zusammen. Ein Stau wäre schön. Aber beim bisherigen Tagesverlauf kann ich den wohl vergessen. Vera rutscht kurz auf ihrem Sitz hin und her und wendet sich dann wieder in meine Richtung. Gott sei Dank, oder? Glamrock wieder aus. Die blonden Metalheads wollen gerade den Refrain starten. Ich überlege übermütig, ob ich eher zum Luftschlagzeug oder zu Luftgitarre ansetzen soll. Da dreht Vera wieder auf Stumm. Sie hat zu ihrem alten Lieblingsthema zurückgefunden. Mir. Vera. Und dein Umfeld? Ich meine Verwandte und Freunde und so. Die gibt es doch hoffentlich. Denen muss das doch auch komisch vorkommen. Spricht dich da dann keiner mal drauf an? Die gibt es doch hoffentlich? Klar. Die leben alle bei mir im Keller. Zehn Meter unter der Erde. Bei Zeiten gehe ich hin und wieder mal runter, lockere etwas die Ketten und mache die Eimer mit Pisse und Scheiße leer. Was für ein jämmerliches Bild ich doch abgeben muss, wenn sie mir nicht mal mehr Freunde zutraut. Ich. Klar gibt's die. Aber da sagt keiner was. Nö, eigentlich nicht. Die allermeisten sind noch aus der Schulzeit oder so den Dreh. Die kennen mich nicht anders. Das lief immer so weiter. Und plötzlich sind 20 Jahre um, der Michi hat immer noch keine Freundin. Lass ihn doch. Muss ja auch nicht. Denke mal, die halten mich alle für einen verkackten Schwulen oder so. Der sich nicht outen will. Keine Ahnung. Die wissen einfach, dass man mich darauf nicht anspricht. Puh. Das war jetzt aber eine Menge Text. Vera nickt etwas Gedanken verloren. Ist dann aber sofort wieder da. Vera. Warst du denn nie verliebt? Du hast doch auch Gefühle. Die kannst du doch nicht immer einfach unterdrücken. Das macht doch krank und total kaputt im Kopf. Da sagst du was, mein Engelchen. Aber kaputt im Kopf war ich wahrscheinlich schon vorher. Das ist wie die Frage mit Henne und Ei. Was war zuerst da? Gib doch da so ein Sprichwort, oder? Ich. Ach du. Verliebt war ich schon. Oft sogar. Vera. Erzähl mal. Ich. Puh. Da muss ich erst mal überlegen. Ähm. Da gab's diese eine da im TV. Eine Moderatorin. Bei diesem Musiksender. Aus Köln war der, glaube ich. Da war so eine Blonde. Voll hübsch. In die war ich verliebt. Eigentlich war ich in die meisten Moderatoren bei dem Sender mal verliebt. War eine schöne Zeit. Ähm. Und sonst noch? Ja, jetzt hab ich's. Da gab's damals so eine Fernsehserie. Irgendwas mit Beverly Hills und dahinter noch ein paar Zahlen. Da spielte auch eine Blonde mit. In die ich total verliebt war. Den Namen hab ich leider auch vergessen. Und. Und. Diese Sandra natürlich. So eine brünette amerikanische Schauspielerin. Mit deutschen Wurzeln. Die war heiß. In die war ich auch sehr lange verliebt. Heute auch noch ein bisschen. Und in dich natürlich, liebste Willi. Vera. Sag ich so natürlich nicht. Mein Gesprächsanteil scheint größer zu werden. Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Ich sollte mich zügeln. Zu groß die Gefahr, gleich wieder eine weinende Vera am Auto sitzen zu haben. Aber vorher scheine ich, wie auch immer, den richtigen Ton getroffen zu haben. Vera lacht mal wieder. Nicht so sehr wie über meinen Pimmel, aber es kommt von Herzen. Vera. Die Blonde aus dem Fernsehen. Die brünette Sandra. Echt jetzt? Der war gut. Wie meint sie das? Der war gut. Ach, sie denkt sicher, ich habe einen Scherz gemacht. Okay. Nicht sehr einfühlsam von ihr. Aber für etwas Freude. Was soll's. Die Tatsache, dass ich nicht sofort mit in ihr Lachen einsteige, sondern weiter dümmlich Richtung Verkehr schaue, muss sie wohl klar machen, der irre Scherz gar nicht. Schnell beruhigt sie sich wieder. Vera. Oh Gott, das war dein Ernst? Sorry, ich meinte eher so echte Menschen. Dass einige meiner ehemals Angehimmelten dank Schönheitswahn und der dazugehörigen Chirurgie heute nicht mehr so zu 100% echt sind, gebe ich ja gerne zu. Aber Menschen sind das doch auch, oder? Egal. Ich. Ja, das gab's auch, klar. Das waren mehr so Schwärmereien für Mädchen aus der Klasse. Erinnere mich da an ein Mädel. Das war so in der achten, glaube ich. Die war echt schön. Mit der habe ich mir alles Mögliche vorgestellt. Sie war dann aber schnell mit einem anderen zusammen. Ernst, da wurde es erst so zum Ende der Schulzeit hin. Vera. Ernst, da? Ich. Naja, jetzt nicht mega ernst oder so. Aber fast wäre da mal was gelaufen. Vera. Komm, erzähl schon. Los, komm, bitte. Ich. Da war dieses Mädchen, Bianca. Wir gingen zusammen zur Schule. Wir waren im selben Freundeskreis und so. Sie war eigentlich mit einem Kumpel zusammen. Aber irgendwann fing sie an, immer netter zu mir zu werden. Wir waren da noch häufiger alleine unterwegs. Also ohne Freundeskreis. Da wurde sie dann noch netter. Vera. Das klingt doch nach einer ganz normalen Teenager-Erfahrung. Toll. Wie ging's weiter? Ich blicke kurz zu ihr rüber. Erwartungsvoll, fast ein wenig aufgeregt, schaut sie mich an. So begeistert man dich also? Hätte ich das doch nur früher gewusst. Es wäre uns, also eher mir, doch einiges erspart geblieben. Ich. Ja, wie war das? Da muss ich kurz überlegen. So im Detail bekomme ich das nicht mehr hin. Also wir waren abends zusammen unterwegs, oder? Nee, wir hatten uns in einem Lokal verabredet. Genau so war das. Da hatten wir eine Weile verbracht. Sie übernahm dann immer mehr das Ruder. Mal lag ihre Hand auf meinem Knie, Oberschenkel, Brust und so weiter. Am Ende stand nur noch die Frage, wo wir jetzt hingehen, um den Abend erfolgreich zu beschließen. Ich glaube, Hotelzimmer hatte zwischendurch mal die Nase vorn. Vera. Und dann? Ich. Dann hab ich den Schwanz eingezogen. Vera. Ihr habt schon über das Hotel gesprochen und dann hast du sie abblitzen lassen? Oh Gott. Warum und wie? Bist du zur Toilette und einfach nicht wiedergekommen? Coole Idee. Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. Aber so kreativ war ich damals wohl noch nicht. Ich. Toilette? Nee. Da setzte irgendwann das Kopfkino bei mir ein. Wenn sie jetzt mein Na-du-weiß-schon sieht, da weiß das morgen die ganze Schule und dann die ganze Stadt. Da mach ich mich doch zum Gespött aller Menschen. Ich hab dann einfach die Moralkarte gezogen. Vera. Die Moralkarte? Ich. Ja, genau. Sie war doch eigentlich mit einem Kumpel zusammen. Da hab ich dann einfach gesagt, dass ich das aus moralischen Gründen nicht bringen kann. Freundschaft geht vor. Bruder vor Luder. Und so eine Scheiße. War natürlich alles gelogen. Ich war geil wie ein Schimpanse. Und hätte für etwas mehr Schwanzlänge in diesem Moment das Augenblick meiner zukünftigen Kinder verkauft. Aber die Option gab's ja nicht. Am Ende hat sie mich dann auch noch bei ihm verpetzt. Unschöne Sache. War aber schnell wieder alles okay. Vera schüttelt wieder den Kopf. Eine gewisse Fassungslosigkeit, glaube ich, bei ihr auszumachen. Aber sie weint nicht. Das ist schön. Vera. Oh Mann, du bist echt verrückt. Dach, Sian, sag ich doch. Vera. Und danach hast du dann beschlossen, nie wieder oder was? Ich. Nee, das war jetzt nicht so ein klassischer Entschluss. Es gab schon immer mal wieder Situationen in Discos und so weiter. Bis zum gewissen Punkt bin ich auch schon mitgegangen. Nur wenn's ernst wurde, hab ich dann die Reißleine gezogen. Dann hab ich zum Beispiel einfach so getan, als wenn ich zu besoffen sei, um die eindeutigen Signale von ihr zu erkennen. Das funktionierte immer. Ehrlich gesagt war's meist aber andersrum. Da hätte ich wirklich zu viel getankt. Sag ich so natürlich nicht. Ein wenig stolz, warum auch immer, wende ich mich wieder der Fahrbahn zu und zucke im nächsten Moment schon wieder zusammen. Ein knallorangefarbener Blitz schießt an uns vorbei. Ein gepimpter Flitzer aus deutscher Produktion. Baujahr? Definitiv Anfang der 90er. Das in Ofenrohrgröße gehaltene Auspuff-Endstück gibt einen ohrenbetäubenden Lähm von sich. Vera erschrickt kurz. Ich auch. Auf der Heckscheibe steht irgendwas mit Motorsport-Team so und so. Zu schnell der Typ. Unmöglich ist, genau zu lesen. Zusätzlich sind eine Vielzahl weiterer Aufkleber zu erkennen. Wahrscheinlich Relikte diverser Club- oder Markentreffen. Ich erinnere mich deutlich an die Zeiten, als das noch modern oder in war. Ist es das heute vielleicht auch noch? Oder wieder? Keine Ahnung. Ende des letzten Jahrtausends bestimmten diese Mannis und Bätis mit ihren tiefer gelegten Kisten bei uns auf jeden Fall ab einer bestimmten Uhrzeit das Straßenbild. Da wurde getuht, was das kleine Lehrlingsgehalt hergab. Tiefer, breiter, lauter oder so ähnlich. Was für Clowns. Kompensieren die damit etwas? Könnte ja sein. Okay, wenn ja, ich bin euer Präsident. Da bin ich früher gar nicht drauf gekommen. Sollte einer etwas zu kompensieren haben, dann ja wohl ich. Hat mir damals niemand gesagt. Aber wenn schon nach der Arbeit die Hände schmutzig machen und an Autoschrauben, dann doch lieber Oldtimer erhalten oder restaurieren. Nee, nee. Wirklich merkwürdiges Volk war das. Ihre Bibel? Ein Tuning-Katalog aus dem tiefen Westen. Feuchte Träumer ausgelöst durch Heckspoiler, Schweller, Tiefbettfelgen, Sportsitze und so weiter. Auch bei mir löste dieser Katalog des öfteren Feuchte Träumer aus. Das lag aber mehr an den Damen, die das ganze Zeug, was dort angeboten wurde, sehr freizügig präsentierten und anpriesen. Gibt's den eigentlich noch? Muss ich später unbedingt mal googeln. Warum dieser beschissene, orange-lackierte Eimer meine Gedanken so lange binden kann, merke ich, als mir eine längst verdrängte Erinnerung wieder ins Gedächtnis zurückkommt. Spätherbst 1998. Auf dem Parkplatz des örtlichen Fastfood-Restaurants steht ein Trabant 601. In dieser Zeit das genaue Gegenstück zu dem, was unter jungen Fahranfängern mit Ambitionen Richtung weiblichen Geschlecht so gefragt war. Eher Mittel zum Zweck sozusagen. Also um von A nach B zu kommen. Viele hätten sich wohl eher für einen Holzroller entschieden, bevor sie dieses gesellschaftliche Wagnis eingehen. Da ist nichts, aber auch gar nichts, um jemanden zu beeindrucken. Der Trabant ist beige mit weißem oder mehr grauem Dach. Es ist bereits dunkel. Der Abend wird langsam zur Nacht. Ein Wunderwerk ostdeutscher Ingenieurskunst steht da am Schein der Leuchtreklame. Der 26 PS starke Zweitaktmotor soll dieses Gefährt auf über 100 Stundenkilometer beschleunigen. Für das Setup erstmal okay. Trotzdem sicher keine Eintrittskarte in die lokale Tuner-Szene. Aber irgendwas scheint nicht zu funktionieren. In dem Trabi sitzen zwei Menschen. Offensichtlich junge Männer. Und streiten. Um das Auto herum ist es still. In einem anderen Bereich des Parkplatzes herrscht dagegen Trubel. Das pure Leben. Musik läuft. Mit ordentlich Bass natürlich. Sie kommt aus den Fahrzeugen, die dort fein nebeneinander, wie bei einer Ausstellung oder in einem Verkaufsraum, abgestellt sind. Fahrzeuge, die Ende der 80er, Anfang der 90er vom Fließband in die weite Welt geschubst wurden. Hersteller aller Länder sind vertreten. Egal ob Deutschland, Frankreich, Italien, Japan. Keiner fehlt. Das Who is Who der motorisierten Mittelklasse. Klar, die sehen im Original echt scheiße aus. Jedes macht den Eindruck, am Nachmittag noch stundenlang per Hand aufpoliert worden zu sein. Die Autos wurden gegenüber ihrer Beschaffenheit bei der Auslieferung, abhängig wahrscheinlich vom finanziellen Budget oder der Größe des Dispos, stark verändert. Sportfahrwerk und Breitreifen scheinen aber Pflicht. Die örtliche Freizeitschraubergemeinde feiert hier, wie jedes Wochenende, ihr Stelldich ein. Im Trabi wird immer noch gestritten und inzwischen auch geraucht. Es ist mein Trabant 601 und er springt nicht an. Auf den vorderen Sitzen mein Kumpel Mirko und ich. Schon beim Start in den Armen war das Problem aufgetreten. Meine erste Diagnose als angehender Kfz-Mechaniker? Klar, Batterie. Das Scheißding ist leer. Ganz genau. Kein Problem. Ich. Los Mirko, schieb an. Mirko schiebt, ich lege den Gang ein, lasse die Kupplung kommen und der Zweitaktmotor nimmt erst widerwillig, dann aber folgsam seine Arbeit auf. Um die Batterie über Lichtmaschine wieder aufzuladen, fahren wir etwas in der Gegend herum. Nachdem wir überzeugt sind, das muss reichen, steuern wir Richtung Burgerparadies. Mahlzeit. Die Erkenntnis, dass es offensichtlich nicht am Energiespeicher, sondern wohl eher am Anlasser liegt, trifft uns unvorbereitet und macht uns erstmal sprachlos. Also, kippen raus und nachdenken. Ich. Hilft nichts, Mirko. Du musst nochmal schieben. Mirko deutet stumm in die Ecke des Parkplatzes, wo sich rund 20 junge Erwachsene, bestimmt auch ein paar Mädels, ihre neuesten Umbauten vorführen und fachsimpeln. Fragen schaue ich ihn an. Mirko. Siehst du die da nicht? Ich schieb doch hier nicht deinen peinlichen Pappen über den Parkplatz. Da kann ich mir ja gleich selbst die Hose runterziehen. Da hat er ein Argument. Verstehe ich. Ich. Und nun? Erst schweigen, dann Mirko. Du schiebst. Ich. Und wer fährt? Mirko. Na ich. Ich. Wie du? Du hast doch gar keinen Führerschein. Mirko. Bin aber bei. Das kriege ich schon hin. Ich. Und dann mach ich mich hier zum Vollpfosten vor dem Polz da hinten? Mirko. So oder wir warten die halbe Nacht, bis die weg sind. Die Diskussion geht noch etwas hin und her. Am Ende lass ich mich aber breitschlagen und wir machen uns auf, Mirkos Plan umzusetzen. Möglichst leise wechseln wir die Plätze. Beziehungsweise Mirko nimmt meinen. Ich bleibe ja draußen. Leise und unauffällig schiebe ich mein Auto aus der Parklücke. Nicht leise genug. Schon aufgefallen. Die ersten höhnischen Rufe schallen herüber. Anfeuerung. Wie schneller, schneller, nehme ich wahr. Scheißegal. Noch haben die Penner mich nicht erkannt. Oder so gut gesehen, um mich irgendwann dieser Schande wieder zuzuordnen. Ich gehe ins Laufen über. Glücklicherweise wiegt meine Rennpappe nur um die 650 Kilogramm. Die Parkplatzausfahrt ist leicht abschüssig. Also bergrunter. Das hilft. Ich. Mirko. Gang einlegen und kommen lassen. Mirko. Scheiße. Wie schaltet man hier? Ja, da schalten du Trottel. Ist wohl etwas anders als bei dem Hobel in der Fahrschule. Das kriege ich schon hin, oder wie war das? Durch die Heckscheibe kann ich verfolgen, wie Mirko wild am Hebel der Lenkradschaltung umherreist. Gleich hat er ihn abgebrochen, denke ich noch. Dann kommt der Wagen am Ende der Ausfahrt zum Stehen. Berg zu Ende. Und auf die Hauptstraße wollte ich ihn nicht schieben. Spätestens jetzt sind wir zu Samstagabendunterhaltung der Hobbyschrauber-Gemeinde geworden. Mirko hat es ordentlich verkackt. Das weiß er sicher. Und ich sage es ihm. Natürlich mit Nachdruck. Wie zwei geprügelte Hunde schieben wir gemeinsam, jetzt gegen das Gefälle, zurück auf los. Unser neuer Fanclub grölt und lacht. Danke Mirko. Fuck you. Und fuck you, ihr Wichser. Wir tauschen wieder die Plätze. Nun geht es schnell. Berg wieder runter. Einkuppeln. Kurz anhalten. Mirko einladen. Und weg. Eigentlich hätte ich ihn stehen lassen sollen. Danach wieder Stille im Wagen. Über diesen Abend haben wir im Nachhinein nie wieder gesprochen. Zu traumatisch, glaube ich. Ich löse mich von den Erinnerungen. Egal. Lange her. Kapitel 6. Hauptgespräch. Teil 3. Wir sind am Kamener Kreuz angekommen. Diesen Mega-Autobahn-Knoten in der Mitte von Nordrhein-Westfalen. An dem sich A1 und A2 kreuzen. Die ersten beiden Autobahnen des Landes. Ein geschichtsträchtiger Ort sozusagen, oder? In der Ferne kann ich schon den ADAC-Hubschrauber erspähen. Der dort immer, keine Ahnung warum, auf diesen komischen Säulen steht. Fliegt der eigentlich noch? Hm. Ich glaube eher nicht. Der Verkehr wird merklich langsamer. Und kommt abrupt zum Stillstand. Bremslichter. Warnblinker. Ach ja. Rettungsgasse nicht vergessen. Ganz wichtig. Rettet Leben. Und schont den Geldbeutel. Ist das? Ist das? Ja, ist es. Ein Stau. Ich kann mein Glück kaum fassen. Schwere Verkehrsunfall. Mit langer Bergezeit hoffe ich. Oder noch besser. Vollsperrung. Drei Tage auf der Autobahn. Wie damals in diesen Katastrophenfintern. Eingeschneit und von allem abgeschnitten. Vera, mach dir keine Sorgen. Im Camper habe ich alles dabei. Nur die Heizung würde ich vielleicht verschweigen. Unter dem Argument, dass nur die gegenseitige Körperwärme uns retten kann. In der ersten Stauphase immer das gleiche Spiel. Wie bei einem Autorennen in den frühen Runden. Alle suchen die Ideallinie. Welche Spur wird wohl die schnellste sein? Im Zickzack geht es aufgeregt hin und her. Niemand möchte auch nur einen Millimeter am Boden verlieren und gönnt seinem Kontrahenten, eigentlicher Leidensgenossen, nur das Allerschlechteste. Heute ist es natürlich nicht anders. Außer für mich. Heute kann ich gönnen. Also nur das Beste, meine ich. Bereitwillig lasse ich durchgängig etwa 20 Meter Platz zwischen dem Wohnmobil und dem Fahrzeug vor mir, sodass jeder, der will, sich problemlos einordnen kann. Will bloß keiner. Die rechte Spur scheint schlicht zu unattraktiv. Nach wenigen Minuten haben die meisten ihre Idealposition gefunden. Einige zweifeln sich ja immer noch, aber das große Wechsel in das Spiel ist vorüber. Nun verschieben sich die kompletten Fahrspuren nur noch gegeneinander. Mal geht es in der Mitte vorwärts, dann links und so weiter. Staubhaare bilden sich. Die immer selben Fahrzeuge, die einem in bestimmten Abständen wieder begegnen. Mal überholen sie ein, mal holt man sie wieder ein. Neben mir steht gerade eine typische Familienkutsche der Mittelklasse. Ein dunkler Kombi mit Dachbox aufgeschnallt. Da geht es sicher Richtung Ferien. An der hinteren Seitenscheibe ist ein Sonnenschutz befestigt. So eine schwarze Matte, die meist mit Saugnäpfen mehr oder weniger provisorisch an die Scheibe geklebt wird. Auf der Matte abgebildet sind zwei Handpuppen, die mir schon in jungen Jahren durch den Konsum vom Westfernsehen geläufig waren. Ein, ähm, etwas merkwürdiges, zusammenlebendes Herrenpärchen aus dem Nachmittagsprogramm für die Kleinen. Mein fabelhaftes, der tüchtigste, ordentlichste Kindheitsfreund hat mich stets vor ihnen gewarnt. Mit den beiden Figuren traumatisiert man seinen Nachwuchs also heute noch. Etwas weiter vorne, ein Leichenwagen. Bestattungsinstitut Pietät steht da geschrieben. Okay, gut, dass sie es noch einmal extra betonen. Dachte, das versteht sich von selbst. Naja, die müssen doch aber echt Zeit haben. Gehören die nicht auf meine, also die Bummelspur? Denen läuft doch nun wirklich keiner mehr weg, oder? Ob da einer drin liegt? Oh Gott, bloß schnell auf andere Gedanken kommen. So vergehen die nächsten Minuten. Ich hoffe, es werden Stunden. Vera zündet sich wieder eine Zigarette an. Das Fenster macht sie jetzt ganz runter. Der lästige Fahrtwind hat sich ja nun erledigt. Auch ich beschließe zu rauchen. Aus der Seitenverkleidung der Tür hole ich ein kleines braunes Metallschächtelchen, filter Zigarillos mit der Aufschrift Tabakko Mini hervor. Ja klar, Mini. Was auch sonst. Fuck you. Auch ich fahre die Scheibe nach unten und genieße kurz den leichten Durchzug, der entstanden ist. Und Vera? Nein, die ist immer noch nicht fertig. Vera? Wenn das nicht alles so tragisch wäre. Mensch, du weißt gar nicht, was dir alles Tolles entgeht. Das ist doch nicht schön so. Etwas in Gedanken schaue ich über dieses mehr von Stahl, Gummi und leider auch inzwischen immer mehr Kunststoff, das uns hier aktuell den Weg versperrt, und nehme Vera nur etwas unterbewusst wahr. Und ohne ihre Wörter richtig verarbeitet zu haben, ergleitet mir der nächste Käse. Ich? Ähm, muss man sich halt schön trinken. Nein, nein, nein. Das ist ja nun wirklich der Gipfel aller Primitivität. Das hat man nun davon. Einmal kurz zurückgelehnt, die Konzentration für einen kleinen Augenblick aufgegeben, und schon schaufelt man wieder fleißig am eigenen Loch und reißt mit dem Arsch alles ein. Schön trinken? Wer bin ich? Egger Dackel? Leider nicht. Ängstlicher Blick Richtung Vera. Aber auch sie scheint etwas in Gedanken, meldet sich dann aber wieder zu Wort. Vera, hast du überhaupt mal eine Frau von deiner Seite aus angesprochen? So flirtmäßig? Oder nach einem Date gefragt? Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, dass das Radio wieder an ist. Allerdings läuft ständig dasselbe Lied, so ähnlich wie eine Platte, die einen Sprung hat. Immer wieder dieselbe Kerbe, die von ihr bearbeitet wird. Wollte sie nicht auch etwas über sich erzählen? Von wegen Depression und neun von zehn Punkten und so? Vielleicht sollte ich mal anfangen, unangenehme, bohrende Fragen zu stellen. Mach ich natürlich nicht. Ich? Ähm, äh, kurz überlegen. Also so wirklich nicht. Da war mal so eine Sache, so ein Date, das haben aber andere organisiert. Das war so ein, ich kenn sie nicht, sie kennt mich nicht Ding. Da war ich etwas engagierter. Vera? Ja, klingt interessant. Wie kam's denn dazu? Ich? Das war schon etwas später. Ich glaube, so Mitte, Ende 20 war das. Mensch, wie ging denn das los? Irgendwie hatte die Schwester von einem Kumpel, übrigens der Ex von Bianca, eine Freundin, die Single war. Und keine Ahnung wem ist dann die Eingebung gekommen, es wäre doch eine gute Idee, die beiden mal vorzustellen. Vera? Ja, witzig. Ich? Ja, und so wurde das dann eingetütet. Vera? Das klingt doch gut. Ich? Na, so halb und halb, würde ich sagen. Auf der einen Seite fand ich das schon gut so, musste ja selbst nicht viel machen. Auf der anderen Seite natürlich der Rucksack. Ich war ja schon damals ein Freak und für die meisten Frauen etwas wunderlich. Keine Ahnung, ob sie im Bilde war und die anderen sie ein wenig vorbereitet haben. Vera? Und das geht? In die Fahrbahn känt wieder etwas Leben zurück. Langsam setzt sich die Kolonne in Bewegung. Ich schnippe den Filter aus dem Fenster, fahre die Scheibe wieder hoch und schalte in den ersten Gang. Ich? Ja, ich hab dann ihre Nummer bekommen oder sie meine. Kann ich nicht mehr sagen. Auch nicht, wer da wen zuerst angeschrieben hat. Aber wahrscheinlich wohl eher sie mich. Auf jeden Fall haben wir uns dann verabredet. Ich hab dann einen Strauß Blumen für sie gekauft und sie von zu Hause abgeholt und... Vera? Warte kurz, du hast dir Blumen mitgebracht? Das ist ja süß. Ja, ganz ein Süßer bin ich. Interessiert alles bloß niemanden, oder? Egal. Ich? Wir sind ja zum Weihnachtsmarkt gefahren. Das war so alles in der Adventszeit. Da sind wir dann eine Weile rumgelaufen. Glühwein und so weiter. Und danach noch in ein Lokal. Vera? Und wie fandest du das? Ich? Sie fand ich großartig. Tolle Frau. Mich fand ich eher scheiße. Vera? Hä? Ich? Auf dem Markt ging's noch, glaube ich. Dann hab ich nur noch ziemlich einen Stuss gelabert. Immer noch ein fragender Gesichtsausdruck bei Vera. Ich? Na ja, sie stand so voll im Leben. Studium kurz vor dem Ende. Riesige Pläne. Und ich erzähl irgendwas davon, wie scheiße ich meinen Job finde. Und wie sehr mich das alles runterzieht und so. Ich würde ja auch gerne mehr Sport machen. Aber, aber, aber. Zukunftspläne hatte ich natürlich auch keine. Am Ende wurde dann am Tisch auch ziemlich viel geschwiegen. Vera? Und dann seid ihr quasi stillschweigend auseinandergegangen? Ich? Nee, das wurde dann noch ein bisschen skurriler. Sie sagte mir dann, dass sie am nächsten Tag in die Innenstadt will, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Worauf ich denn mit, oh, oh, witzig, das mach ich morgen auch, um die Ecke kam. Das war wirklich meine Absicht. Schon vorher. Und hatte echt nichts mit ihren Plänen zu tun. Auch wenn es wohl anders gewirkt haben mag. Glaub es oder nicht. Auf jeden Fall bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir uns beim Einkaufsbummel nochmal hätten verabreden können. Vera? Okay, ja, das hätte sich angeboten. Ich? Am nächsten Tag laufen wir uns dann natürlich in der Einkaufspassage auch noch direkt in die Arme. Sie muss echt den Eindruck gehabt haben, ich hätte dort den ganzen Tag gelauert, um sie abzupassen. Wie so ein verrückter Stalker oder so. Bestimmt hat sie als nächstes statt Geschenke für ihre Liebsten eine Dose Pfefferspray gekauft. Vera, vielleicht hat sie auch auf dich gewartet. Ich? Nee, sicher nicht. Ich hab meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihr ein, zwei Tage später noch eine SMS geschrieben. So nach dem Motto, wollen wir uns mal wieder treffen? War doch alles so schön. Sie schrieb dann sowas in die Richtung, gerade ist schlecht, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Später vielleicht mal. Oder so ähnlich. Vera. Und dann? Nie wieder Kontakt? Ich? Nie wieder. Vera. Und wie hast du dich dann gefühlt? Konntest du damit umgehen? Ich? Hm, das war schon ein ziemlicher Downer und tat ordentlich weh. Weiß nicht, was das war. Will es aber auch nicht nochmal erleben. Am Ende wäre es sowieso wie immer gelaufen. Kurz vorm Elfmeterpunkt wäre ich links abgebogen und hätte mich aus dem Staub gemacht. Vera. Mensch, Michi, echt jetzt? Das gehört doch dazu. Ein Misserfolg und du schmeißt hin? Das ist doch nicht dein Ernst. Lass dir helfen. Dein Kopfkino kann man echt runterfahren. Im Schritttempo, welches immer wieder durch längere Stehpausen unterbrochen wird, kriechen wir Richtung ADAC-Hubschrauber. Das ständige Kupplung treten, wiederkommen lassen, ersten Gang schalten, wieder Kupplung, Bremse, Kupplung, erster Gang, nervt einfach nur. Aber ich trage es wie ein Mann. Alles um meine Prinzessin an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und Vera? Wird einfach nicht müde. Genau, ein kleines Schläfchen würde sich doch anbieten. Sie sieht sicher himmlisch aus, wenn sie schläft. Dann könnte ich sie auch viel ungenierter anstarren. Selbst die Handyfotoaktion würde ich nochmal überlegen. Aber nö. Vera. Und diese ganzen Online-Dating-Sachen? Vielleicht ist das ja besser für dich. Ich. Ja, da war ich auch schon mal bei. Vera. Und? Ich. Ja, wenn man da kein Foto hochlädt, läuft da nicht so viel. Vera. Nee, ist doch logisch. Man will doch sehen, wer da auf der anderen Seite sitzt, oder nicht? Ich. Ja, verstehe ich schon. Schau mir auch gerne die Bilder an. Vera. Aber warum willst du dein Foto denn nicht zeigen? Fehlt nur noch, dass sie sagt, so hässlich siehst du doch gar nicht aus. Ich. Ähm, naja, wie soll ich das sagen? Also muss ja nicht jeder wissen, dass ich in solchen Apps unterwegs bin. Und in einer Kleinstadt spricht sich das schnell rum. Da sieht dich eine und schon weiß es am nächsten Tag das ganze Kaff. Wie stehe ich denn da? Guck mal, der Loser. Jetzt ist er komplett verzweifelt und so weiter. Da kann ich mir beim nächsten Klassentreffen die Unterhose ja gleich selbst bis unter die Achseln ziehen. Veras Oberkörper fällt etwas nach vorne. Sie schlägt die Hände vor ihr wunderschönes Gesicht. Zu wiederholten Male schüttelt sie ungläubig den Kopf. Vera. Sag mal, kann es sein, dass einige Denkprozesse in deinem Kopf irgendwo in der achten Klasse hängen geblieben sind? Das interessiert doch keine Sau, ob du auf einer D-Ding-Seite unterwegs bist. Das macht inzwischen das halbe Land. Mensch, Kerl, wach auf! Jetzt ist sie wieder ein wenig böse, glaube ich, oder? Die beiden eigentümlichen Handpuppen auf dem Sonnenschutzen wieder da. Und die Totengräber? Dürfen die eigentlich durch die Rettungsgasse? Ach, da vorne! Nicht weit gekommen. Vera. Warst du als Kind schon so verkopft? Also wenn du weißt, was ich meine? Kindheit? Vera zieht jetzt echt alle Register. Jeder auch noch so kleiner Abgrund wird mitgenommen. Es wird tiefenpsychologisch. Zu viel Klinikerfahrung. Deutlich zu viel. Ich. Kindheit? Puh, da war ich sicher auch schon merkwürdig. Vera. Merkwürdig? Ich. Ja, keine Ahnung, merkwürdig halt. Wie soll ich das erklären? Vera. Versuch's. Ich. Ja, also vor kurzem hatte ich den Auftrag, alte Familienvideos zu digitalisieren. Von Urlauben und Feiern und so ein Zeug. Vera. Alte Familienvideos? Das klingt ja witzig. So mit dem Campcorder gemacht? Und alles schön verwackelt und unscharf? Mann, du bist echt alt. Danke. Ich nicke resignierend mit dem Kopf. Ich. Witzig? Also wie man's nimmt. Ich wäre vor Scham am liebsten in den Keller gegangen und nie wieder rausgekommen. Den Jungen, den ich da sah, der war völlig drüber. Laut. Immer große Fresse. Hohe Piepstimme. Total durchgedreht einfach. Vera. Klingt für mich alles ganz normal. So sind Kinder eben. Ich. Nee, nee. Normal war das nicht. Ich hab mich ständig gefragt, warum kommt da keiner mit dem Kochlöffel und bringt dem Vogel manieren bei. Vera. Komm jetzt. Das wäre nicht normal. Ich. Immer das Gequietsche von dem Bengel. Furchtbar. Vera. Genau wie wahrscheinlich jedes andere Kind. Wie ich sicher auch. Ganz normal. Da bildest du dir echt was ein. Normal? Normal? Was soll das sein? Das neue Nett? Also irgendwas mit Scheiße? Mehr so komplett dämlich wahrscheinlich. Ich. Keine Ahnung. Aber sonst war ich auch eher komisch. Vera. Oh Gott, komisch? Wie denn nun schon wieder? Hast du gerne Süßes gegessen oder mit Bauklötzern gespielt? Jetzt bist du komisch. Ich. Nee, anders. Fremde Leute, also Kinder, waren mir echt ein Graus. Ich konnte keinen Anschluss finden. Sperr zehn Kinder in einen Raum ein, neun spielen irgendwas zusammen und einer sitzt in der Ecke und schaut zu oder doof in der Gegend rum. Das war ich. Unglaublich, dass ich überhaupt Freunde gefunden habe. Vera. So komisch warst du dann ja offensichtlich doch nicht. Ich. Doch, doch. In den Schulferien gab es etwas bei uns, das nannte sich Ferienlager. Heute heißt das irgendwie Jugendfreizeit oder Ferienfreizeit oder so ähnlich. Alle Kinder haben sich wie irre drauf gefreut. Zwei Wochen von zu Hause weg, ohne Eltern und so. Ich hab da nur geheult. Zwei Wochen am Stück. Ununterbrochen. Völlig bescheuert. Vera. Und warum? Ich. Ja, wegen Heimweh, glaube ich. Vera. Wie alt bist du da gewesen? Ich. So sechs, sieben den Dreh. Vera. Finde ich auch normal in dem Alter. Du hingst halt sehr an zu Hause. Normal, da haben wir es wieder. Komm, sprich es aus. Muttersöhnchen, Waschlappen, Heulsuse. Ich. Und gelogen habe ich halt auch viel. Vera. Wie? Einfach so oder was? Ohne Grund? Ich. Bequemlichkeit. Allen unangenehmen aus dem Weg gehen. Bevor ich auch nur einen Handschlag für die Schule gemacht hätte, habe ich lieber schlechte Zensuren oder Hausaufgaben verschwiegen. Die gab's nie oder waren schon erledigt. Das dicke Ende kam natürlich immer mit den Zeugnissen. Das war aber nur zweimal im Jahr. Vera. Wie gesagt, für mich alles ein ganz normales Kinderverhalten. Ja, voll normal! Ich folge schon ein wenig abwesend Vera's Worten. Während sie noch spricht, wandern meine Gedanken langsam von ihr weg. Eine Szenerie entsteht vor meinen Augen. Es ist fast wie in einem Film. Es ist Nacht. Ein Junge oder eher schon ein Jugendlicher sitzt an einem Schreibtisch. Bekleidet ist er nur mit einer langen, gestreiften Schlafanzughose. Licht spendet eine Tischlampe, die den Arbeitsplatz etwas grell beleuchtet. Der Rest des Raums liegt im Dunkeln. Die Kamera zieht auf den Jungen und fährt dann einmal 360 Grad um ihn herum. Anschließend ein kurzer Schnitt. Die Kamera jetzt von oben. Der Junge aus der Deckenperspektive in der Totalen. Dann fährt der Fokus immer weiter vertikal Richtung Tischoberfläche. Direkt auf seine rechte Hand. In der Hand ein blauer Filzstift. Unablässig, irgendwie mechanisch, bewegt die Hand den Stift über das Papier. Kein Motiv wird da gezeichnet oder ist erkennbar. Der Stift fährt ununterbrochen über das Blatt. Hin und her. Die Szene ist wieder weg. Unverkennbar. Der Junge bin ich. Musste diese Nervensäge ja erst kürzlich viel zu lange in diesen alten Videos ertragen. Aber was mache ich da? Sollte ich nicht schlafen? Oder wenigstens unter der Bettdecke an mir herumspielen? Ich versuche mich weiter auf das ständige Anfahren und Abbremsen zu konzentrieren. Aber die Gedanken lassen mich nicht gehen. Jetzt! Ja klar, das ist es! Die Erinnerung setzt ein. Der Ursprung dieser Szene liegt einen Tag zuvor in der Schule. Für mich zur damaligen Zeit der sicher schlimmste aller Orte im ganzen verfickten Universum. Nicht, weil ich Außenseiter war, gemobbt wurde oder einem anderen ähnlichen Klischee entsprach. Eher das Gegenteil war der Fall. Sondern einfach nur faul. Stinkend faul. Ich springe in mein damaliges Ich. Chemieraum. Rückgabe der letzten Klassenarbeit. Sehr schlecht ausgefallen. Alle vier, fünf oder sechs. Vielleicht ein, zwei Streber besser. Keine Ahnung. Ich? Sechs. Logisch. Die Ehre, dieses Komplettversagen von den Eltern unterschreiben lassen zu müssen, um die zur Kenntnisnahme zu bestätigen, wird nur mir und zwei weiteren, ebenfalls sehr faulen, Klassenkameraden zuteil. Welchen pädagogischen Wert das haben sollte, ist mir bis heute unklar. Meine Reaktion neben den üblichen gedanklichen Verwünschungen, wie Wichser, Arschloch, Hurensohn, dir werde ich zeigen. Also erstmal alles weglächeln und nichts anmerken lassen. Business as usual. Nach der Schule das normale Nachmittagsprogramm. Mein großartigster, wundervollster, liebster Kindheitsfreund erwartet mich bereits. Talkshow-Marathon. Auf Bärbel folgt Ilona, dann dieser dicke, grauhaarige Uhu mit der Brille. Und dann? Ist zu lange her. Ricky, Arabella, Sonja waren da auch noch irgendwo. Schöne Zeit. Wie war heute die Schule? Alles toppi. Keine Hausaufgaben? Alles fertig. Musst du nicht auch mal lernen? Nö. Nach dem Abendessen. Weckerstellen für die Nacht. Ich sitze an meinem Schreibtisch und bin längst entschieden. Die Klassenarbeit werde ich natürlich selbst unterschreiben. Ehrensache. Trotz meiner Entschlossenheit doch ein kleines, flaues, fast ängstliches Gefühl. Mit zittriger Hand setze ich den Stift an. Und? Versaue es! Scheiße, scheiße, scheiße! Beim Ansetzen schon fast abgerutscht und dann nur halbherzig durchgezogen. Das geht niemals als glaubwürdige Unterschrift durch. Du Idiot! Amateur! Loser! Egal wie oft schon gemacht, Routine will sich da einfach nicht einstellen. Okay. Cool bleiben. Retten, was zu retten ist. Die Option? Durchstreichen und dann nochmal? Blödsinn! Mach kein normaler Mensch so! Tintenkiller! Das könnte passen. Dieses Wunderding, das geschriebene Tinte von einem Blatt Papier wieder verschwinden lässt. Genau! Das ist der Plan. Nicht verrückt machen lassen. Alles im Griff. Ich lasse den Schriftzug also wieder verschwinden. Im grellen Licht der Schreibtischleuchte sieht das aber schon ziemlich bescheiden aus. Auch die neue Unterschrift ist nur minimal besser als die erste. Und mir scheint es, als würde die alte noch durchschimmern. Schluss mit cool bleiben. Ich werde panisch. Selbst wenn ich mich überwinden könnte, dieses Dokument, meiner absoluten Blödheit und die schlechte Note, doch noch meinen Eltern zu beichten, mit dieser Katastrophe von Urkundenfälschung ist es einfach unmöglich. Das ist mein Untergang. Kinderheim oder Militärakademie für Minderjährige. Am besten gleich nach Sibirien, ins Arbeitslager. Die nächsten 20 Jahre erstmal nur Schnee schaufeln oder im Bergwerk schuften. Ich bin am Arsch, aber so richtig. Ich versuche wieder zur Ruhe zu kommen. Plan C, D oder E müssen her. Und zwar schnell. Plan C. Hm. Selbstmord. Ganz klar, ganz einfach. Ich stehe auf, öffne das Fenster und springe. Niemanden werde ich mehr zur Last fallen. Endlich weckt dieser faule Schmarotze. Ich springe und werde von einem Schwarm Zugvögel noch rechtzeitig gerettet. Fliege mit ihnen durch die Nacht, bis die Sonne am Horizont wieder auftaucht. Zum Vogelmenschen werde ich mutieren. Mit meinen neuen Freunden, den Störchen, liefere ich in Zukunft den Nachwuchs an Junge und den nächst überforderten Eltern aus. Ab und zu mal zwei vertauschen, nur so zum Spaß. Aber fliegen Vögel überhaupt in der Nacht, um mich aufzufangen? Die schlafen doch alle. Fledermäuse vielleicht. Ja, ganz bestimmt. Aber einfach zu eklig. Wie hieß denn dieser Grieche, der zu hoch hinaus wollte? Icarus, oder? Flügel verschmort und ab in den Fahrstuhl nach unten. Scheiß tot, das bringe ich nicht. Nee, das muss auch anders gehen. Also, Plan D. Klar, logisch, viel besser. Lehrermord. Ich werde das alte Arschloch in seinem Chemieraum einfach mit dem ganzen Zeug, was da so herumsteht, übergießen und anzünden. Oder vergiften. Alles wie ein Unfall aussehen lassen. Mein schönster, engster, tollster Kindheitsfreund hat mir das Notwendigste bereits beigebracht. Aber was brennt davon überhaupt? Oder ist giftig? Keine Ahnung. Chemie 6. Setzen, du Vollpfosten. An den Bremsen vom Auto manipulieren ist wohl besser. Machen die in den Filmen ja auch immer so. Aber wie geht das? Die Räder? Ja, genau. Die Räder nehme ich mir vor. Radschrauben lösen sollte ich hinbekommen. Und dann ab in den Straßengraben. Gute Reise, du hinterfotziger Wichser. Fahr zur Hölle. Aber auch diese Option erscheint mir ein Stück weit zu gewagt. Plan E muss her. Muss mich retten. Lieber Gott, lass mich jetzt nicht hängen. Es ist doch das allerallerletzte Mal. Und? Es muss ihn geben. Es wird ein Nein-Mein-Meisterstück. Aus einem Block reiße ich eine jungfräuliche DIN A4-Seite kariertes Papier und leiste die zu fälschende Unterschrift an etwa die Stelle, wo sie auch auf dem Original hätte stehen müssen. Zauberhaft, wie einfach das geht, ohne Druck es verkacken zu können. Papier habe ich schließlich mehr als genug. Anschließend schreibe ich die Klassenarbeit mit all meinen gemachten Fehlern noch einmal ab. Easy. Ist mir auch beim ersten Mal nicht aufgefallen, wie dumm das alles ist. Nun kommt es zu Königsdisziplin. Die Lehrerkorrektur. Anders als üblich, mit dem klassischen Rotstift ist dieses Exemplar mit Blau verbessert und bewertet worden. Blauer Filzstift, dessen Füllung zur Neige gegangen sein muss. Die Farbe ist nur noch sehr schwach auf der Klassenarbeit zu erkennen. Nimmt zum Ende hin auch noch ab. Heißt also, das Scheißteil ist fast leer. Meine sind aber alle randvoll. Daher mache ich mich an die Aufgabe, diesen Umstand zu ändern. Wild und unkontrolliert fahre ich mit dem Stift über weitere Blätter, um die Farbfüllung zu verbrauchen. Da, jetzt scheint der Augenblick gekommen. Ein paar Testversuche. Ja, identisch. Mit einer nicht für möglich gehaltenen Selbstverständlichkeit, Plan C und D habe ich ja schließlich noch in der Hinterhand, bringe ich die Lehrerkorrektur an. Wie von einer höheren Macht geführt, setze ich die Fehlerzeichen bis hin zur Note und den Namenskürzel. Und? Perfekt. Einfach perfekt. Kujau hätte es nicht besser hinbekommen. Dieses Talent sollte man fördern. Ich erhebe mich stolz, schalte die Schreibtischlampe aus und lege mich selig und zufrieden ins Bett. Still grinse ich in mich hinein. Der Stolz auf dieses Meisterstück ist auch so viele Jahre später nicht ganz verflogen. Vera mustert mich kritisch. Vera, alles klar bei dir? Du wirkst so abwesend. Ich nicke zufrieden. Wenn sie wüsste! Kapitel 7 Hauptgespräch Teil 4 Das Schritttempo erhöht sich so allmählich. Jetzt muss ich auch schon hin und wieder in den dritten Gang schalten. Die Windgeräusche durch Veras noch voll geöffnetes Fenster nehmen zu. Ich will sagen, mach hoch, sonst bekommst du noch Zug oder erkältest dich. Aber genieße dann doch lieber, wie der Wind sich in ihren Haaren verfängt. Was für ein Schauspiel! Sicher auch unwahrscheinlich, dass sie auf meine väterlichen Ratschläge überhaupt eingehen würde. Das ewige Vor- und Zurückschieben der Fahrzeugschlangen auf den einzelnen Spuren hat ein Ende. Die beiden Kolonnen links von uns sind wieder deutlich schneller unterwegs. Die sonderbaren Handpuppen und die Totengräber machen sich aus dem Staub. War nett mit euch! Ein matt-grau lackierter Kombi aus ehemals tschechischer, heute wohl deutscher Produktion erreicht unsere Höhe. Diese matten Farben neuerdings! Was soll das bloß? Egal. Laute, kraftvolle, böse Musik schallt von ihm zu uns herüber. Kämpfen! Niemals aufgeben! Wehr dich! Und all so ein Zeug ist dort zu hören. Schon ist er wieder an uns vorbei und weg. Vera zeigt keine Reaktion. Und ich? Ich habe schon wieder eine erste Reihe Premium-Platzkarte für die Achterbahn in meinem Kopf ergattert. Mitte der 90er Jahre. Irgendwo in einer Kleinstadt an der Ostseeküste. Zwei Teenager, mein Kumpel Miko und ich, sitzen auf Klappstühlen in einem schäbigen, versifften, runtergerockten Wohnzimmer. Seiner ist weiß, meiner in der Erinnerung lila. Oder violett? Ist das nicht dasselbe? Egal. Ich denke mal, das ist das Wohnzimmer, oder? So groß scheint das hier alles nicht zu sein. Weitere Räume müssten sich schon hinter möglichen Geheimtüren verstecken und dann eigentlich schon Teil der Nachbarwohnung sein. Unwahrscheinlich. An den Wänden hängen Militarier. So nennt man das, glaube ich, korrekt. Ich würde sagen, irgendwelcher Kriegs- und Nazi-Scheiß. Zwei Dolchen mit SS-Ruhm kann ich ausmachen. Und ähnliches Zeug. In einer Vitrine steht eine Handgranate. Ob die echt ist? Die Fahne eines Rostocker Fußballvereins ist auch dabei. Also an der Wand natürlich. Vor dem Fenster steht ein Wäscheständer. So ein Klappding. Überwiegend mit Armeekleidung behängt. Schätze ich zumindest mal. Alles grün. Oder besser Oliv. Steingrauer Oliv. Auf einem abgelebten schwarzen Sofa aus Kunstleder oder Echemleder. Keine Ahnung. Und an einem klebrigen, ebenfalls abgelebten Kacheltisch sitzt ein Typ und stopft Kippen. Der Tisch ist übersät mit kleinen Tabakfusseln, die ihren Weg nicht in die Hülsen gefunden haben. Am Rand des Tisches steht ein mehr als vollständig gefüllter Aschenbecher. Eine frisch angesteckte Zigarette liegt oben auf. Fast symmetrisch gespiegelt, auf der anderen Seite befindet sich ein Tetrapak-Eistee. Geschmacksrichtung fehl sich, glaube ich, auszumachen. Der Pappkarton erscheint als Leuchtturm in einer kleinen Pfütze. Entweder Kondenswasser da frisch aus dem Kühlschrank oder einfach nur gekleckert. Der Typ heißt Ulf. Oder Sven. Oder? Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mikos Bruder hat ihn wohl bei Bund kennengelernt. Ja! Klassischer Bund-Typ. Ufts oder Stufts. Typischer Unteroffizier halt. Ganz genau. Oder nicht mal das. Ewiger Mannschaftler vielleicht. Oberstabsgefreiter mit unzähligen Streifen auf den Schultern. Zur Menschenführung ungeeignet. Besser bei den niederen Dienstgraden aufgehoben. Aber Ulf oder Sven oder wie auch immer ist eine Erscheinung. Er ist groß. Er ist schon im Sitzen groß. Aus seinem grünen, besser steingrau olivgrünen Bundeswehr-Shirt pressen sich zwei muskulöse tätowierte Arme. Alles eher so das klassische Zeug würde ich sagen. Totenköpfe, Spinnennetze und so weiter. Das Angebot in den 90er war sicher auch noch eher begrenzt. An tätowierte Bundesliga-Fußballer oder gar Profiboxer kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Was Eckart Dacke wohl dazu sagen würde. Hm. Nazi-Kram kann ich nicht entdecken. Geht wohl nicht beim Bund. Obwohl, wer weiß. Der Grund unseres Besuchs ist eine CD. Eine verbotene CD. Sie ist das Frühwerk einer Deutschrock-Band mit zweifelhafter Vergangenheit. Ich war zur damaligen Zeit Hardcore-Fan dieser Kapelle. Fanatiker. Fundamentalist. Alles passte genau zu meiner Teenager- Selbstfindungsphase. Die meisten nennen das wohl Pubertät. Gefunden habe ich mich ja offensichtlich nicht. Es gab nichts anderes. Zusammenhalt. Nicht unterkriegen lassen. Durchhalten. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und dann natürlich wieder alles von vorn. Mach nicht gerade. Niemals aufgeben. Das war voll mein Ding. So wie die bin ich auch. Ganz genau. Obwohl ich nie gekämpft habe. Viel zu feige. Und mich aus nie. Tätowiert war ich schon gar nicht. Bis heute nicht. Egal. Mitte der 90er war es allgemein schon etwas schwieriger an die Alben zu kommen. Einige große Ketten weigerten sich nämlich sie zu vertreiben. Aber dieses Teil gab es sowieso nirgends. Irgendwann verboten und für alle Zeit weggeschlossen. Damit Spinner wie ich erst gar nicht in die Versuchung kommen. Der heilige Gral meiner musikalischen Parallelwelt. Aber Ulf oder Sven oder wie auch immer hat eine. Und ich will sie haben. Koste es was es wolle. Um jenen Preis. 100 Deutsche Mark. Fleißig zusammengespart. Der Riese im Bundeswehr Shirt erhebt sich. Wahnsinn. Er ist wirklich riesig. Er sieht aus wie ein Profi Wrestler. Ganz genau. Da würde er perfekt hinpassen. General Ulf oder Sven oder so. Der Wüstenfuchs kämpft im Seil geführt gegen die amerikanischen Patrioten. Bekommt natürlich immer auf die Schnauze. Die Geschichte soll ja nicht komplett verfälscht werden. Draufgeschissen er kann das ab und frisst jeden fiesen Trick der Amis. Ulf oder Sven oder wie auch immer steht jetzt hinter dem Kacheltisch und und er trägt nur Boxer Shorts? Okay darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Hoffe dass da nicht gleich noch etwas raushängt. Das Teil ist eher weit geschnitten. Auch die Beine sind tätowiert. Da ist das nicht ein Hakenkreuz? Äh nee glaube nicht. Miko und ich schauen uns verunsichert an und ihm dann hinterher. Er geht an uns vorüber Richtung Flur der Wohnung also da wo wir dieses Loch betreten haben. Reingelassen hat uns die Freundin des Riesen. Vermute ich zumindest mal. Nach unserem Klopfen wurde die Tür schnell geöffnet und eine weibliche Stimme wies uns an gerade durch zu gehen. Also ins Wohnzimmer wie sich dann herausstellte. Bevor wir eingetreten sind um hinter der Tür ein gastfreundliches Gesicht erblicken zu können war sie auch schon wieder verschwunden. Bestimmt in die Küche. Der Riese vertilgt sich ja Unmengen Tür reißt er so kräftig auf dass ein mit Klebestreifen fixiertes Poster direkt neben der Öffnung fast von der Wand fällt. Das Poster im DIN A4 Format erscheint mir mehr wie das Deckblatt eines alten Kalenders. Unter der Überschrift Topcats 1993 sind zwei leicht beziehungsweise gar nicht begleidete Frauen abgebildet. Krass wo gibt's denn sowas? Egal nicht ablenken lassen. Er erscheint Da ist sie! Aufgeregt kram ich die Scheine aus meiner Hosentasche und reiche sie Ulf oder Sven oder so ähnlich mit zittriger Hand. Der gibt mir völlig emotionslos die etwas zerkratzte und abgegriffene Hülle aus Plastik. Auf der Rückseite schon ein Riss. Auch der Silberling an sich ist arg zerkratzt. Egal das hier ist nicht nur ein Musikträger das ist Geschichte. Als Schliemann Troja ausgrub sah der ganze Krimskrams den die da hochholten ja auch nicht aus wie frisch aus dem Laden oder? Deal ist Deal. Mirko und ich verlassen fluchtartig dieses dunkle verqualmte irgendwas von einem Zuhause. Aufgeregt radeln wir zu mir. Im Kinderzimmer angekommen legen wir den neu erworbenen Schatz in meine Stereoanlage. Play. Gespanntes Warten. Und nichts. Kein einziger Ton. Nur die verzweifelten Versuche des CD-Players diese Scheibe zu lesen sind leise hörbar. Sonst nur Stille. Ulf oder Sven oder Leck mich am Arsch wie dieser Penner auch heißt hat mich angeschissen so richtig angeschissen und ich kenne nicht mal seinen Namen. Du du ich weiß wo du wohnst du Arsch jetzt werde ich kämpfen aufstehen mich gerade machen auf die Zähne beißen und den ganzen Müll dem werde ich es zeigen der ist fällig aber sowas von mache ich natürlich alles nicht später haben wir es dann mit Mekos Discman ausprobiert da lief sie tatsächlich ab und an mal irgendwie schafften wir es sogar noch eine Kopie auf Kassette zu ziehen aber wirklich toll war das ganze Album sowieso nicht eigentlich total erschrott gestanden wir uns natürlich nicht ein besonders ich nicht 100 Mark und so wie Vera wohl diese Band findet bestimmt beschissen ist okay der ADAC Helikopter auf seinen komischen Stelzen ist inzwischen passiert das Tempo zieht an und wir erreichen allmählich wieder die normale Fahrt Geschwindigkeit tschüss stau wehmütig schaue ich noch einmal in meinen linken Außenspiegel ein wirkliches Mysterium erst alles steht dann alles schleicht und plötzlich wie von Zauberhand nimmt wieder alles seinen gewohnten Gang keine Unfallstelle wo man noch mal ein wenig Gaffen und ein paar Fotos für den Status machen könnte keine Polizei Absperrung auch keine Krankenwagen nichts dieser Stau kommt aus dem nichts und löst sich einfach wieder auf das nächste blau weiße Autobahnschild verrät mir dass es nach Köln nicht mal mehr 100 Kilometer sind verdränge aber noch die Gedanken an den Abschied Vera schließt jetzt doch ihr Fenster und im Camper wird es wieder stiller der Sound des italienischen Vierzylinders übernimmt wieder die Hintergrundgeräusche ich würde ja gerne das Radio aber nee besser nicht und Vera sie grübelt wieder und wenn ich eines inzwischen sicher weiß dann kann muss und wird das nichts Gutes bedeuten sie kaut jetzt auf den Fingern keine Ahnung ob an den Nägeln oder nur so ein kleines nerviges Stückchen Haut am Nagelbett kann ich nicht genau ausmachen mein Fokus wäre zwar lieber auf ihr liegt aber immer noch auf den Rückleuchten des vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers soll ja auf den letzten Kilometern nicht noch ein Unglück geschehen oh sie ist fertig die Nägel waren es wohl nicht die sahen auch einfach viel zu perfekt aus logisch dass mich mein Kopf jetzt auch auf die eigenen Nägel stößt unauffällig begutachte ich meine Finger frisch und sauber weggekaut eine der wenigen sachen bei dem man über die jahre immer besser wird aber die füße zum kauen einfach zu weit weg scheußlich sehen die aus ganz wichtig vera sollte mich nie ohne socken sehen vera du ich weiß dass ich dir inzwischen tierisch auf die nerven gehe aber kann ich noch was fragen sag einfach wenn es dich stört ok das Angebot ist neu oder habe ich das bei themen wie schwänze einsamkeit und dating apps einfach überhört na gut obwohl ich immer noch ein wenig genervt bin weiß diese märchenhafte erscheinung seit ein zwei stunden mehr über mich als irgendeine andere seele auf diesem planet also was soll's trotzdem versuche ich etwas gequält und gestresst rüber zu kommen und setze einen leicht härteren gesichtsausdruck auf hat mich mein attraktivster positivster bezauberndster kindheitsfreund ja alles gelehrt wahrscheinlich schaue ich gerade ein bisschen aus wie so ein egozentrischer amerikanischer weltkriegsgeneral der seinen jungs in den arsch tritt die nächste rheinbrücke zu übernehmen lieber heute ein guter plan als morgen ein perfekter ich schieß los vera also ähm du bist ja noch jungfrau quasi oder eine frage die ein us general sicher niemals gestellt bekam und wenn doch gab es sicher tote ich ja so kann man das sagen herrlich wenn alles einfach scheißegal ist vera aber du musst doch auch ähm ein gewisses verlangen haben das sind doch natürliche triebe und treibt es dich nicht um das auch mal erleben zu wollen inzwischen bin ich vom kriegshelden wieder weiter entfernt als man es nur irgendwie sein kann ich führe ein gespräch über meine triebe loser ich klar will ich das gehören halt immer zwei zu vera hä du du ziehst doch immer den schwanz ein oh sorry sie lächelt ein wenig entschuldigend ein wenig peinlich berührt vera aber du lässt es doch gar nicht zu ich naja nur da wo man mich kennt woanders wäre mir das wahrscheinlich egal um was sie da so reden und denken da kennt mich ja dann keiner veras blick spricht bände über ihren kopf scheint ein riesiges imaginäres Fragezeichen zu und warum gehst du nicht einfach in den puff nicht dass ich das gut finde aber da kennt dich doch auch keiner knickknack du hast es hinter dir erkennst dass es mit jeder Größe geht und schmeißt den ganzen ballast weg und befreist dich von diesem ganzen wirren Gedanken die dich plagen ob sie mir wohl direkt eine rein haut wenn ich sage dass mir das einfach zu teuer also dass es mir den preis nicht wert ist ich mache es lieber etwas diplomatischer ich ja dass mich da keiner kennt ist ja auch nicht gesagt zumindest nicht in der eigenen stadt da müsste man allein schon aufpassen wo man sein auto abstellt das bedarf einer gewissen logistik wenn ich früher also vor internet und so für bestimmte na du weißt schon Filme in die Videothek bin dann auch nur drei Städte weiter entfernt wo ich völlig anonym war vera was okay das war vielleicht zu viel information jetzt hält sie mich mit Sicherheit für völlig durchgeknallt bei nächster Gelegenheit wird sie mir ein Tuch mit Chloroform ins Gesicht drücken die Jungs mit den Zwangsjacken anrufen und mich einweisen lassen diplomatie gescheitert ich ähm das kam jetzt etwas falsch rüber das hat sich einfach nie so ergeben wenn ich mit meinen Freunden in diesem Milieu unterwegs war dann ist für alle nach dem Strip Schuppen Feierabend da ist jeder in einer festen Beziehung das hat keiner morgens um drei habt ihr noch ein bisschen wahres dabei wir gehen jetzt noch schön ein weg stecken und selbst proaktiv ins Auto und ab ins nächste Bordell triggert mich einfach nicht Vera nicht ich nö irgendwie nicht da irgendeine Dame die eh schon keinen schönen Abend hat dann noch mit meiner Anwesenheit zu belästigen ich weiß nicht die ekelt sich vor mir und ihr Ekel schüttert dann sicher auch in mir einen Ekel der ja am Umkehrschluss nur auf mir selbst beruht und dafür auch noch Geld ausgeben Vera sag mal kannst du auch mal abschalten ohne mehr gleich in dem das folgt dem da sieht mich der wenn ich das tue passiert das Modus zu verfallen da hat sie einen Punkt keine Frage schlaues Mädchen ich boah schaut nicht so aus oder Vera und alles nur weil dir irgendeine Stimme im Kopf sagt da unten stimmt was bei dir nicht ich hebe und senke kurz die Schultern sie schaut als würde sie langsam aufgeben Vera und stattdessen schleißt du dich lieber in Piepschuss herum und holst dir irgendwelche Filme drei Städte weiter weg das ist zum Glück alles Geschichte seit einem Jahr ist die Digitalisierung also ein Breitband Hausanschluss auch Teil meiner Realität hat auch nur 15 Jahre gedauert egal vergessen das peinliche verschämte herumdrücken in diesen Schmuddelecken zumal es die ja auch kaum noch gibt Videotheken alle ausgestorben der lokale Sexshop aufgrund der örtlichen Nähe und der Gefahr des gesehen werdens eine No-Go Area da bleibt nicht mehr viel mein letzter Ausweg war bis vor kurzem ein Erotik Shop auf einem Autohof irgendwo zwischen Hamburg und Bremen den ich regelmäßig angefahren habe wenn ich in dieser Gegend unterwegs war da steht man dann mit einem halbsteifen von dieser Fülle an Filmchen beziehungsweise Covern und wählt mit ordentlich Schweiß auf der Glatze möglichst schnell drei oder vier aus ich will natürlich nicht negativ auffallen ist ja keine Buchhandlung wo in aller Seelenruhe erstmal ein wenig hineingelesen wird bevor man sich für den Kauf entscheidet am Ende hat man eine neutral gehaltene schwarze plastiktüte mit dvds für 100 euro in der hand und tritt die weiterreise an die ernüchterung ist vorprogrammiert und sie tritt ein garantiert immer die pure enttäuschung gefolgt von Hass dann selbst Hass und dann die erkenntnismangelnde alternativen also alles gar nicht so schlecht oder doch es lebe das internet danke lieber Gott ich ähm ja nee wie gesagt das war früher heute kommt inzwischen alles aus der netzwerkdose vera ach da hast du keine angst jemand könnte dich sehen hört man doch immer wieder handy oder notebook gehackt und die aufnahmen gehen auf social media rum das ist doch viel beängstigender als dass jemand dein foto auf irgendeiner datingseite entdeckt und dich da sogar noch interessant findet das sogar nehme ich gefasst zur kenntnis egal ich das passiert in der regel nur anfängern kameras natürlich grundsätzlich abkleben das gilt eigentlich auch für das normale leben und handys immer besser in ein anderes zimmer legen besser noch in einen schrank im anderen zimmer man weiß ja nie vorhänge oder gardien logischerweise auch immer zu es sei denn man hat so in etwa den winkel des einsiebereis in Abstimmung zur höhe der fensterbank berechnet dann kann man etwas zu selbstverständlich vorgetragen den gruselfaktor noch einmal ordentlich gesteigert und vera seufzt vor und schert ein weißer lieferwagen ein eines dieser unzähligen zustellfahrzeuge von diesen unzähligen zustell- und logistikunternehmen neben den hellblauen filmschriftzug ein aufkleber kollege gesucht melden sie sich unter der nummer so und so ein traumjob muss das sein ja ganz genau den lebenlangen tag durch die gegend fahren und mit netten leuten in kontakt kommen ist doch wunderbar in meiner welt nennt sich das urlaub denke ich an die tägliche plagerei in der werkstatt werde ich richtig wehmütig bei der Vorstellung den kommt ich dagegen zerbreche regelmäßig an den Kreationen irgendwelche verrückter gemeiner bösartiger Ingenieure deren größte Freude es ist dem schraubenden Pöbel das Leben so schwer wie möglich zu machen dieser Arschlöcher fuck you in früheren Jahren behauptete ich in privaten Runde gerne des öfteren mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben das war natürlich damals auch schon alles gelogen vielleicht sollte ich mir die Der Camper macht eine kleine aber in diesen Momenten immer wieder überraschende Linksbewegung kurz muss ich am Lenkrad korrigieren das passiert immer dann wenn mich einer dieser 40 Tonner überholt durch den Windzug oder den Sog der dabei entsteht der Sattelzug vor mir fährt 90 ich fahre 90 und dieser Penner von Spedition Wolter aus Duisburg überholt mich einfach die dürfen doch eh nur unbedingt später mal googlen ich ziehe das Wohnmobil wieder in die Spur und fluche leise in mich hinein Vera hat jetzt ihr Smartphone rausgekramt plant wohl schon den restlichen Tag wenn sie mich endlich los ist Ausfahrt Wuppertal Nord fliegt vorbei langsam werde ich schon melancholisch Vera wischt und schiebt und drückt beidhändig auf ihrem Handy herum nickt ab und an mal kurz fährt sich eine strähne aus dem gesicht und macht weiter es gab heute mal phasen da hätte mich das gekränkt jetzt stehe ich darüber ruhe in mir selbst und bin froh dass mein verkorkstes leben nicht mehr ihr hauptinteresse zu sein scheint vera schau mal habe ich gerade gefunden die bieten hier penisverlängerung an drei bis sechs zentimeter in der länge zwei bis drei im umfang ohne voll narkose oh gott oh gott wenn sie jetzt auch noch vorschlägt das geld für den eingriff soll ich mir über eine crowdfunding aktion beworben mit einem nacktbild vor mir selbst erbetteln brauche ich eine voll narkose und zwar für den rest meines lebens vera sieht mich begeistert und erwartungsvoll an steht ihr der gesichtsausdruck natürlich steht er ihr was auch sonst sie schaut als hätte sie gerade ein mittel gegen krebs entdeckt oder eins mit dem man auch scheiße bonbons machen kann ich zögere kurz und überlege über welches ich mich mehr freuen würde sie blickt noch immer mit ihren wundervollen jetzt weit aufgerissenen augen zu mir rüber erwartet sie applaus natürlich erwartet sie den nur das lenkrad verhindert dass ich beide hände hochreiße und beginne ekstatisch zu klatschen ähm sicher nicht ich ok ja danke google ich nachher gleich mal vera sag mal deine nummer ich schicke dir den link meine nummer ihre nummer dann sind wir für immer miteinander verbunden connected oder ich sage sie ihr im nächsten moment piepst kurz das handy an der windschutzscheibe inzwischen hat es sich wohl vom radio entkoppelt dann durchfährt es mich für eine winzigkeit was ist wenn sie in den nächsten tagen ein verbrechen zum opfer fällt und gott bewahre tot irgendwo am rheinufer gefunden wird dann ist ihr letzter kontakt zur außenwelt womöglich eine nachricht an mich bezüglich einer Penisvergrößerung gewesen bei wem werden die Bullen dann wohl als erstes vor der tür stehen scheiß kopf kino fuck you ich danke scheint geklappt zu haben allerdings verschweige ich ihr mich selbst in der vergangenheit mit dem thema schon beschäftigt zu haben meine meinung alles absocke drei bis sechs zentimeter dann sind das in der realität wahrscheinlich eher ein bis zwei sorry aber die helfen mir dann auch nicht wirklich weiter im schlechtesten fall geht auch noch ordentlich was in die hose im wahrsten sinne und mein nächster treuester liebster freund ist ein pissebeutel den ich immer an meiner seite mit mir umher schleppe nee danke lass mal gut sein vera ist immer noch am telefon was macht sie da nur würde mich nicht wundern wenn sie zur erfolgreichen schwanzverlängung jetzt die passende ehefrau für aus amerika kommt aus moldawien kann kochen putzen und ist bestimmt total lieb wenn ich nicht aufpasse wohne ich in einem halben jahr in einem häuschen im grün mit dieser moldawischen zendra zusammen mit ihren brüdern und den großeltern die irgendwann mal zu besuch kamen und nie wieder abgehauen sind alle leben fröhlich in den tag und ich bin der trottel der die kohle heimbringt einer der brüder gehört bestimmt gar eigentlicher liebhaber ne ne fuck you da Vera keine anstalt macht ihr handy aus der hand zu legen entscheide ich mich nun doch wieder für musik zu sorgen etwas umständlich verbinde ich das Telefon wieder mit dem radio ständig wackelt es mir im rhythmus der fahrbahnunnebenheiten in seiner halterung an der scheibe immer ein kleines stückchen aus dem fokus wiederholt verdrücke ich mich und öffne diverse apps verschiebe sie ungewollt an der desktop oberfläche hin und her bis alles komplett durcheinander ist glücklicherweise kann ich es vermeiden dass auch noch der letzte browser verläuf auf dem display erscheint hätte peinlich werden können nun doch endlich geschafft die camper urlaubs playlist im zufalls modus schnell am radio wieder auf aux eingangs stellen und los geht's eine band der hamburger schule fragt wie man sein leben nur so ruinieren kann och nö ist es möglich dass diese wichser vom streaming dienst die letzten stunden über eine heimlich installierte abhörsoftware die ganze zeit mit dabei waren und das jetzt hier gruß an mich ist vera scheint von all dem nichts mitzubekommen immer noch das handy wärmels kirchen erscheint auf einem autobahnschild komische ortsnamen die die hier haben leverkusen und damit auch köln liegen jetzt unmittelbar vor uns aus den lautsprechern hämmert nun 70er jahre motorcity wohlfühlrock aus detroit endlich yeah this is music that's what i'm living for der soundtrack zu jedem guten roadtrip so hätte die ganze fahrt laufen sollen ja man so hätte es laufen sollen wir beide total ausgelassen singen zusammen aus voller kehle ein megahead nach den anderen raten autokennzeichen halten am straßenrand laufen bis soffen vor glück durch ein maisfeld verlieren uns wieder springen mit blumen im haar wieder in den camper und haben den sommer unseres lebens vielleicht sollte ich einfach eine der folgenden abfahrten nehmen oder am nächsten autobahnkreuz unauffällig mal eine andere Richtung am gang erkennen und die fahrt zum hotel einfach fünfmal so lange gestalten wie eigentlich nötig die versuchung ist wirklich groß aber das merkt sie bestimmt und vera wippt inzwischen mit den füßen leicht zum takt der musik oh handy weg sie ist wieder am start vera du kannst mich an einer der nächsten raststätten raus lassen ich schau mal wie ich dann nach köln reinkomme vielleicht holt mich auch jemand ab wer holt dich ab dein freund etwa dieses durchtriebene schwein ich mache hier die ganze arbeit und der enttet die lorbeeren der blitz soll ihn erschlagen ach was eine lange schwere krankheit ja nee ist quatsch dauert zu lange ich ach was ich kann nicht reinfahren muss eh mal nacht tanken das ist ja auf der autobahn sowieso viel zu teuer vera brauchst du wirklich nicht ich mache ich aber der general ist zurück im spiel kapitel 8 abschied vor uns wieder bremslichter der verkehr verlangsamt sich rheinbrücke leverkusen der liebe gott schenkt uns noch ein wenig zeit vera du um doch mal auf unser gespräch zurück zu kommen nein 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 keine gespräche mehr bitte ich bin bereits in der trauerphase und will mich meiner schwermut und melancholie voll hingeben ich ja vera du musst da echt was machen bist du nicht traurig ich wie jetzt im moment vera ja ähm nee im allgemeinen meine ich du bist doch in deinen besten jahren das kommt nie wieder du solltest noch so viel erleben das hat gesessen immer wieder diese beste jahre geschichte übermorgen bist du alt und über übermorgen tot danke weiß ich selbst so viel tiefgründigkeit muss ich jetzt eigentlich nicht mehr haben trotzdem will ich ihr eine ehrliche antwort geben keine ahnung warum irgendwie erscheint es mir wichtig ich vera ich bin schon nicht ganz glücklich mit allem aber man arrangiert sich einfach mit den umständen mir selbst klar dass das nicht die richtige herangehensweise ist aber der kopf lässt einfach nicht mehr zu es gibt immer phasen in dem mir das herz schwer wird glaubt mir und dann unternehme ich auch kleine aktivitäten am ende oder eigentlich schon am anfang weiß ich aber ich werde es nicht durchziehen und je mehr jahre ins land gehen umso größer ist der rucksack scheiße wo kam denn diese selbsterkenntnis jetzt her vera genau im kopf da gibt es wirklich möglichkeiten zu helfen gäbe es die nicht ich wäre schon lange nicht mehr auf dieser welt veras Augen haben jetzt wieder diesen glanz wie vorhin als sie geweint hat ich hoffe das wiederholt sich nicht inzwischen ist mir aber selbst schon zum weinen zumute kein plan wo das jetzt wieder herkommt ist das der bevorstehende abschied veras appell ihre traurigkeit oder der blick auf mein kaputtes leben vera du wünschst dir doch eigentlich dass es anders wäre oder ich klar aber es ist doch schon so wie ich gesagt habe ich bin verbrannte erde selbst wenn ich dieses ganze pimmelding mal außen vor lasse und ich glaube dazu könnte ich mich vielleicht überwinden ist doch alles so verfahren ja keine Ahnung bei allen gelaber von inneren Werten und so zählt doch am Ende das Gesamtpaket wenn ich eine Frau erzähle da lief noch nie etwas und ich weiß nicht mal wie man küsst hält die mich doch für komplett verrückt und das zu recht schreib das mal so in eine deiner dating apps da will mich sicher keine näher kennenlernen oder gar ihre kinder mit mir alleine lassen und selbst wenn 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 weiß ja auch nicht was dann kommt vera wie was kommt ich naja so ungefähr jetzt ist zwar nicht alles super aber ich weiß was ich und und hab's im Griff alles anderes ungewiss das ist wie mit diesem sprichwort mit dem spatz in der hand vera hä was für ein spatz der nun schon wieder ich na lieber den spatz in der hand als die taube auf dem dach geht das nicht so und bei mir die meise im Kopf wahrscheinlich vera schmunzelt etwas aber überzeugt wirkt sie nicht vera aber das ist doch das leben es gibt doch nicht auf alles eine garantie du bist irgendwann alt und wirst vieles bereuen wenn du es nicht ausprobierst krieg den arsch endlich hoch das letzte sagt sie etwas lauter ich ja das sagst du so leicht ich brauche diese garantien einfach ich muss immer auf alle eventualitäten vorbereitet sein sonst steht man am Ende wie der letzte trottel da vera wo steht man wie ein trottel da ich naja also beim sex zum beispiel das kannst du ja nirgendwo lernen will ich auto fahren gehe ich zur fahrschule und so die zeigen einem wie es geht da kannst du dich dann in jede karre setzen immer das gleiche aber da ist es ja anders vera karl jetzt bist du voll bescheuert menschen sind doch keine autos das macht doch den ja aber ich bin 41 und fang bei 0 an das ist doch unnormal oder nicht vera da gibt es kein normal und unnormal mach dich doch nicht so klein klein da ist es wieder und jeder top findet seinen deckel oder was sage ich so natürlich nicht ich und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht ob ich das überhaupt alles so will ich komme doch ganz gut klar eigentlich mich auf einen anderen menschen einzulassen mich abstimmen danach richten müssen würde mich wohl eher einschränken also ich mag ja schon so das verliebt sein aber ständig aufeinander hängen vera mensch bei dir gibt es immer nur ganz oder gar nicht oder was da ist auch noch was dazwischen und es gibt einem so viel einfach ausprobieren wir rollen langsam auf die Rheinbrücke hier ist alles nicht durchpassen die veränderte verkehrssituation bringt mich kurz raus aus unserem intensiven gespräch ich realisiere gerade dass hier nur fahrzeuge bis dreieinhalb tonnen gesamt gewicht und einer breite von zwei meter dreißig passieren dürfen panisch beginne ich im kopf den camper zu vermessen dreieinhalb tonnen okay das sollte passen wobei wäre ja noch dazu kommt das ist ein risiko und die breite im alkoven kann ich quer gut schlafen ich etwa ein meter siebzig tendenz leicht fallend habe etwas luft an kopf und füßen das sollte passen aber die außenspiegel zählen die mit kaum auszumalen wie ich hier plötzlich stecken bleibe und den ganzen verkehr lahm lege familienväter die in die ferien wollen seit stunden von ihren kindern gequält wurden werden mich aus dem campbett ziehen und in den reinwerfen und Vera die arme Vera will mir gar nicht ausmalen was dieser mob mit ihr anstellen wird während ich noch rechne schätze und überschlage durchfahren wir den kontrollpunkt am anfang der brücke ohne probleme natürlich war doch klar alles im griff Vera scheint meine kurze innere unsicherheit mitbekommen zu haben wahrscheinlich ziert mich mal wieder eine dunkelrote gesichtsfarbe an Mimik will ich gar nicht ich ja klar alles easy nur ein wenig eng hier musste mich kurz konzentrieren auf der brücke sind streng 40 kmh vorgeschrieben schilder mit der aufschrift radarkontrolle warnen am straßenrand ich kram in meine erinnerung und versuche das letzte foto für eine geschwindigkeits überschreitung das mir warfalle ist wohl die letzte gelegenheit wäre für mich auf bild festzuhalten mensch denk nach keine chance es will mir einfach nicht zurück ins gedächtnis kommen sind da nicht schon leute auf pferden durchgeritten oder mit dem rad da wird doch anscheinend alles erfasst also dann ja auch das ganze auto ein versuch ist es wert meine gedanken erübrigen sich allerdings schnell wieder das Tempo will einfach keine Fahrt aufnehmen so knacken wir die 40er Schallmauer nie unser Gespräch scheint auch erstmal wieder beendet zu sein die Camper Playlist liefert die nächste Hamburger Schule Band oder gehören die überhaupt dazu auf jeden Fall Indie Szene ganz sicher der Song besingt eine Person die im Leben wenig geregelt bekommt und allmählich in der Wirklichkeit erwacht aha langsam wird es echt beängstigend Schaut verträumt über den Rhein das Lied scheint aber auch sie voll aufzunehmen und wippt wieder mit den Füßen Vera hast du das gehört ich erschrecke kurz ich was ist was mit dem Auto ich lasse suchend meinen Blick einmal durch die Kabine kreisen Vera nein die Musik du Depp Depp sagt sie mit einem natürlich bezaubernden Lächeln Vera erinnert mich sie lächelt noch immer ich setze mein unschuldigstes Gesicht auf und schmutzle auch ein wenig wahrscheinlich die Fresse von den Zigaretten Packung ich weiß nicht wen du meinst wir sind über die Brücke und Vera schaut immer intensiver auf die Schilder die die nächsten Abfahrten ankündigen Vera so hier müssen wir gleich irgendwo runter noch immer verspüre ich ein Gefühl gleich völlig enthemmt losheulen zu müssen ich will einfach nicht dass es zu Ende geht bitte bitte nicht ich kein Problem gibt einfach Bescheid wo sind eigentlich diese ganzen türkischen Hochzeitsgesellschaften wenn man sie mal braucht legen ständig mit ihrem übermotorisierten Luxusschlitten Autobahn und Schnellstraßen lahm um dort zu tanzen aber okay heute wohl keine Hochzeitsfeiern angesetzt die Abfahrt kündigt sich an Vera gibt Zeichen dass es die wohl nun sein müsste ich lenke den Camper die Ausfahrt direkt auf die A57 Richtung Köln Zentrum also nochmal auf die nächste Autobahn nur kurz schnell verlassen wir diese wieder an der Abfahrt Köln Ich brauche einen kurzen Moment um mich auf die veränderte Verkehrslage einzustellen nach etlichen Kilometern nur geradeaus jetzt auch mal wieder Ampeln Kreuzungen Fußgänger und so weiter schon klopfte in meinem Kopf das nächste Problem an ist das hier nicht alles Umweltzone der liebe Italo Diesel ist nämlich noch ein Verbrenner alter Schule und in vielen Innenstädten einfach nicht gerne gesehen riesengroß ist der Drang in mir auf den nächsten Parkplatz zu fahren und das erstmal aufwendig zu recherchieren Wer will denn schon Ärger mit den örtlichen Behörden bekommen Vera zu fragen traue ich mich auch nicht Womöglich würde sie in ihrer Selbstlosigkeit mich sofort stoppen lassen schnell rausspringen und mich wieder zurück auf die Bahn schicken Also sage ich wie so oft heute nichts und stürze mich ins Risiko Alles für meine Vera Wir befinden uns jetzt auf einer zweispurigen Fahrbahn Richtung Ja Welche Richtung überhaupt Ich weiß es nicht Rechts neben uns taucht ein großes Möbelhaus auf Vera Da kannst du abbiegen Wir fahren hier auf den Parkplatz So kannst du schnell wieder zur Autobahn zurück und da hinten fährt die U-Bahn Die kann ich nehmen Nein bitte Ich will nicht Doch alle Diskussionen würden nicht mehr helfen Die liebe Vera an der U-Bahn Furchtbar Meine letzten Erfahrungen in diesem Fortbewegungsmittel Einfach nur katastrophal Überall Verbrecher Schlecht erzogene Zeitgenossen Die maximale Konzentration von Lärm und Kriminalität Pausenlos klingelt ein Handy Und Telefoniert wird natürlich grundsätzlich in allen möglichen Landessprachen ausschließlich über Lautsprecher Damit es auch der letzte normale Fahrgast mitbekommt Wer nicht telefoniert schaut Videos oder hört Musik Über Lautsprecher versteht sich Ganz klar Die Definition von Ehrenhaus Ich fahre auf den riesigen Parkplatz und schaue kurz nach einer Abstellmöglichkeit die es mir einfach macht ohne großes Rangieren da auch wieder heraus zu kommen Will aber vermeiden hier ewig im Kreis zu fahren Das würde Vera womöglich noch verunsichern Egal Scheißegal Da eine Lücke Ich stoße mit dem Camper vorwärts rein Normalerweise ein absolutes No-Go Für den Moment kann ich das aber gut ausblenden Trotz der Angst ist später wieder zu bereuen Wir stehen Ich lasse dem Motor noch etwas nachlaufen Macht man bei Turbotriebwerken so um die Öl- und Wasser Zirkulation nicht abrupt enden zu lassen Kein Plan ob das faktisch bewiesen ist aber sicher ist sicher Ich schaue nach vorn durch die Windschutzscheibe kaum fähig mich Vera zuzuwenden Meine Tür lasse ich noch geschlossen Auch sie reißt ihre nicht sofort auf sondern verharrt in ihrer Position Doch auch etwas Abschiedsschmerz bei ihr Wenige Meter von uns entfernt geht eine Frau vorüber Über die Schulter trägt sie eine völlig überdimensionierte blaue Tragetasche Die Tasche zieht das Logo des Möbelhauses Ihr Alter ist schlecht zu schätzen Ist auch völlig egal keine Ablenkung jetzt Dann bleibe ich doch kurz hängen Die Frau hat direkt an der linken Schläfe einen riesigen Leberfleck oder Mutter mal Ist das eigentlich dasselbe Vielleicht später mal googeln Im Vergleich zum Gesicht ist der oder das mindestens genauso überdimensioniert wie die Einkaufstasche So groß wie ein altes 5 Mark Stück Lieber schnell zurück zu Vera Los mach jetzt Geht nicht Das ist ja echt bitte so verdammt scheiße groß das Ding da wachsen doch meist auch noch Haare draus oder überall reinste Babyhaut nur aus dem Muttermal sprießen dicke schwarze Borsten Bäh widerlich das kann man doch wegmachen lassen oder nicht lasern oder rausschneiden oder Schminke einfach übermalen dafür gibt's doch das ganze Zeug ach Gott ach Gott echt nicht schön sie ist vorbei zum Glück dann öffnet Vera doch die Tür anstatt auszusteigen kramt sie wieder ihre Zigarettenschachtel aus der Tasche hervor sie zündet sich noch eine die allerletzte Zigarette an quasi die Zigarette danach kommt mir in den Sinn peinlich peinlich beziehungsweise sie versucht es ihr Feuerzeug will einfach nicht mehr sie versucht es immer wieder ratsch 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 ohne Erfolg anstatt ihr Hilfe anzubieten läuft bei mir schon wieder das Kopf Kino ein Wink der Schicksals aber wie gut oder böse will irgendeine hörgestellte Macht verhindern dass unsere Wege sich trennen oder geht es nur darum diesen letzten Moment der Zweisamkeit zu zerstören ich komme es wieder zu mir als das ratschen verstummt und ich Wehras Blick auf mir spüre ich oh sorry war kurz in Gedanken hier hast du meins ich reiche ihr mein Feuerzeug und ärgere mich in derselben Sekunde zum x-ten Mal am heutigen Tag über meine Unfähigkeit bestimmte Situation zu erkennen natürlich hätte ich ihr so wie mich das mein liebster tollster klügster Kindheitsfreund doch jahrelang gelehrt hat kein Gentleman Geheimagent im Auftrag ihrer Majestät hätte in vergleichbarer Situation mit seinem 1 Euro Plastikfeuerzeug von der Tanke um sich geworfen egal Zigarette brennt und sie gibt es mir zurück soll ich sagen dass sie es behalten kann zu spät wieder eine Chance verpasst auch ich rauche jetzt für einen kurzen Moment ist es still und wir pusten den eben noch so gierig inhalierten Rauch wieder aus vera verrückte Fahrt was ich nicke und nehme den nächsten zug schaue kurz in ihr bezauberndes gesicht was ist denn da zum ersten mal entdecke ich ein grübchen an ihrem kinn das ist mir die ganze zeit über nicht aufgefallen wie konnte mir das denn entgehen man ist das süß ich möchte sie einfach nur noch küssen auch wenn ich nicht weiß wie das geht da hat sie noch mal glück gehabt vera wohin geht deine reise eigentlich oder habe ich das schon gefragt ne hat sie nicht ich versuche mir den rasthof damer berge ins gedächtnis zu holen plötzlich war ich da und es ging richtung sommerurlaub wohin sollte der gleich noch mal gehen ratlosigkeit macht sich in mir breit ist das schon das alte demenz es will mir einfach nichts einfallen ich och frankreich im saarland über die grenze und dann mal schau wo es mich hin verschlägt wie immer ziellos planlos hoffnungslos und wie komme ich überhaupt auf frankreich was will ich da denn meine letzte und bis jetzt einzige camping erfahrung auf der anderen seite des Rheins war eine absolute katastrophe die wasserrutsche und der dazugehörige pool waren etwa zehn meter von meiner parzelle entfernt und da wurde viel gerutscht und lange und vor allem laut sehr laut und sehr sehr lange das highlight waren allerdings die sanitären anlagen keine klobrillen auf der keramik hä was ist das denn pfui teufel mein erster verdacht dass das nur die klosettes für die lieben deutschen nachbarn sein könnten der rest bekommt sicher einen schlüssel für die normalen einrichtung bestätigte sich nicht ist dort wohl so üblich wer setzt sich denn mit dem blanken arsch auf die vollgepisste schüssel oder steht man in der hocke da drüber keine ahnung also nichts für mich auf jeden fall egal nun halt doch frankreich es brennt mir unter den nägeln auch ihr die frage nach dem ziel zu bestimmt kommt gleich ihr stecher mit seinem feuerroten cabrio auf den parkplatz geschossen wehende blonde mähne perlweiße zähne solarium gebräunte haut einen rosé gehaltenen pullover über den schultern hängen und vor der brust zusammen gebunden so befreit er sie aus meinen fängen beide küssen sich innig und dann nini wieder gesehen vera ähm michi was ich heute gesagt habe das meine ich auch so ich nicke wieder und puste den rauch aus mein blick geht durch die windschutzscheibe gerade über den parkplatz vera ähm die penis vergrößerung natürlich nicht fragen schwenke ich zu ihr herüber ein verschmitztes lächeln kann ich erkennen und dieses grübchen oh dieses grübchen vera das war natürlich ein witz aber du bist so ernst geblieben und nicht mit eingestiegen da habe ich mich lieber zurückgehalten ich nee nee ich fand's auch lustig wusste aber nicht ob du das ernst meinst jetzt lachen wir beide so richtig zusammen ich glaube das erste mal vera schnippt ihren filter durch die geöffnete tür auf den parkplatz ich habe noch etwas dran wie der stille wir beide schmunzeln aber noch ein wenig ich und wie viele punkte vera ist etwas irritiert vera wie punkte verstehe ich nicht hilf mir kurz ich na wie viele von zehn für die verrückte story du weißt schon deine fehlt mir übrigens noch vera lacht wieder vera ach ach das meinst du ähm keine ahnung nicht viele auf jeden fall du bist doch ganz normal da hast du in meiner bewertungsskala keine chance etwas verrückt vielleicht aber das sind wir doch alle irgendwie lass dir helfen und du lebst ein völlig normales leben bitte lass dir helfen ouch das hat weh keine ahnung ob es die niedrige punktzahl ist oder veras liebgemeinten worte die tränen sind wieder im anmarsch bei mir natürlich jetzt habe auch ich zu ende geraucht ewig könnte ich hier so hocken bleiben vera erhebt sich vom sitz und klettert aus dem auto ich folge ihr wir holen ihren rucksack aus dem staufach ich hebe ihr das schwere ding auf die schultern und fixiere ihre jacke an einer der haltes schlaufen die dafür wohl vorgesehen sind da steht sie vor mir dieses wesen von einzigartiger schönheit ich befinde mich irgendwo zwischen emotionalen zusammenbruch und einfach direkt auf dem beton kotzen lasse mir aber natürlich nichts anmerken vera richtet ihr gepäck und zupft ein wenig an der kleidung umher die unter dem rucksack etwas verrutscht ist ihre handtasche stellt sie noch einmal ab sie macht einen schritt auf mich zu und umarmt mich fester als ich es erwartet habe es ist eine lange also für mich lange kraftvolle umarmung ich greife auch fest weiß aber dass sie die dauer und das ende bestimmt und bin jederzeit darauf vorbereitet loszulassen es ist wohl nein mit Sicherheit der nichts haut an meine ich rieche ihren wunderbaren duft und vera löst sich sie gibt mir einen kuss auf die wange diesen augenblick möchte ich für immer für alle zeiten für alle ewigkeit konservieren einfangen in stein meißeln ich bin bereit zu sterben und möchte nie wieder etwas anderes fühlen vera zwinkert mir zu dreht sich um und geht Richtung Parkplatz sie geht der schönste und der schlimmste Moment in meinem Leben sind nur eine Körper drehung voneinander entfernt wie ein kleinkind möchte ich mich um ihr bein krallen und sie am gehen hindern ich hätte sie betäuben fesseln und entführen sollen irgendwann hätte sie eingesehen wie gut ich ihr tue und hätte mich auch geliebt hab ich das gerade gedacht oder auch ist ja scheißegal sie ist weg ich hinten dran hängt so ein banner für werbung nehme ich mal an ach gott sowas habe ich bei uns bestimmt das letzte mal in den neunzigern gesehen möbelhaus so und so oder gebrauchtwagen handel xy bei dem letzten verzweifelten versuch die sicher bevorstehende pleite abzuwenden was steht da keine chance zu weit weg wäre ich liebe dich oder willst du mich heiraten sollte da stehen oder wenigstens verlass mich nicht da würde sie augen machen egal zu spät das bekomme ich jetzt nicht mehr organisiert ich steige wieder in den camper und schaue ihr hinterher stolzen Schrittes marschiert sie Richtung U-Bahn-Station Richtung Menschenmenge an ihrem mintgrünen Rucksack ist sie noch deutlich auszumachen darüber wippt ihr Haarschub frech im Rhythmus ihrer Schritte sie entfernt sich immer mehr und taucht Stück für Stück in der Masse unter nun bleibt mir nur noch ihr wundervolles Haar dem ich anfänglich noch gut dann nur noch hin und wieder folgen kann da ist sie das nicht das muss sie sein und dann und dann ist sie weg wie eigieriger Junkie der nach dem nächsten Schuss lächzt versuche ich immer wieder wäre an der Menge zu erkennen bilde mir noch zwei dreimal ein das könnte sie sein aber nichts nie war ich einsamer als genau jetzt ich drehe den Zündschlüssel der Motor springt an und auch das Radio kommt wieder in die Gänge eine raue Stimme mit Gitarren Unterstützung singt über eine Liebe in der weißen amerikanischen Unterschicht White Trash nennt man die da wohl oh Vera meine liebste Vera du bist sicher alles aber ganz bestimmt kein White Trash dafür so so beautiful Kapitel 9 Outro Ich bewege den Camper wieder aus der Parklücke Mann ist das eng hier Kommt Vera doch noch mal zurück Ein Funke Resthoffnung der aber stetig abnimmt bleibt Vielleicht hat sie etwas vergessen Den Haustürschlüssel oder so Eventuell sollte ich doch noch ein wenig warten Sonst steht sie später vor der Wohnungstür und kommt nicht rein und ich fahre ihren Schlüssel durch die Republik Kaum auszumalen Ein Drama wäre das ja Zweimal muss ich aussteigen um mich zu vergewissern wie weit ich noch zurücksetzen kann Echt eng hier Scheiß Parkplatz Ein älterer Herr der es offensichtlich vorgezogen hat im Auto auf seine Begleitung zu warten anstatt sich von ihr durchs Möbelhaus schleifen zu lassen beobachtet das Szenario Er überlegt wohl noch ob er mir als Einweiser seine Dienste anbieten soll Da habe ich es geschafft Runter vom Parkplatz nur weg von diesem verfluchten Ort Ich steuere zurück Richtung Autobahn Welche Auffahrt soll ich nur nehmen Wo geht es überhaupt Richtung Saarland oder Frankreich Keine Ahnung Wie immer Planlos Hoffnungslos Eigentlich auch zierlos Das Navi im Telefon wäre sicher die Lösung Es während der Fahrt neu zu programmieren ist mir aber zu riskant Gleichzeitig den Verkehr im Auge behalten und auf dem Handy rum drücken bekomme ich nicht unter einen Hut Eine Ampel Ich halte und überlege kurz doch noch das Navi Aber da da hinten der Rucksack Ist sie das nicht Nee natürlich nicht Weiter geht's Ich entscheide mich in Richtung Dortmund aufzufahren Dass das geografisch eher unklug ist leuchtet selbst mir ein Aber die anderen ausgewiesenen Orte und vor allem deren Lage sagen mir einfach nichts Also erstmal wieder Das kenne ich Da kann mir nichts passieren Ich reihe mich wie gewohnt in den langen Zug der LKWs Lieferwagen und Transporter ein Die Konzentration auf dem Verkehr kann wieder runtergefahren werden Die auf die Gedanken in meinem Kopf dagegen wieder hoch Die Schwermut ist wieder da Zum Glück Zwischendurch empfand ich mich schon ein wenig zu abgeklärt und mit der neuen Realität im Rhein Aber dem ist sicher nicht so Die Wunden sind frisch und sie sind tief und ich will sie spüren Aus den Lautsprechern einen zwischen 80 jähriger mittlerweile geadelter Engländer aus Liverpool Er singt von einem Jungen auf der Suche nach der Liebe Es ist alles so ungerecht Die Geschichte die sie mir noch schuldet ihre Geschichte Plötzlich schießen mir Am Himmel ist ganz schwach das kleine Propeller Flugzeug mit dem Werbebanner zu erkennen Natürlich ist auch aus dieser Entfernung der Schriftzug absolut unlesbar Immer zu weit weg das Scheißding Loser sollte da stehen Versager Flasche Niete Blindgänger Mini Pimmel All das Ganz genau Und dann den lieben langen Tag über meinen Kopf kreisen Immer fleißig seine Runden drehen Wo sie wohl gerade Ganz genau Weiß ich nicht Hab mich ja nicht getraut zu fragen Sitzt sie noch in der U-Bahn Wird sie vielleicht gerade von zwei Typen belästigt Keiner da der ihr hilft Ich bin nicht da Oh Gott oh Gott Sag ich doch in der U-Bahn Alles Verbrecher Die übrigen Passanten stehen einfach dumm herum und gaffen Machen Handy Filmchen Von Polizei ist wie immer weit und breit nicht zu sehen Freund und Helfer Fehlanzeige Danke Polizei Fuck you Arme Vera Du hast meine Nummer Melde dich wenn du Hilfe brauchst Ich komme sofort Langsam wird es schräg fällt sogar mir auf Immer noch dieses weinerliche Gefühl Dieser Kloß in der Magengegend Irgendwie verkrampft Alles heut Gesagte ist wieder präsent und prasselt ohne Erbarmen auf mich ein Wird komprimiert in meinem Körper in meinem Magen oder gar in der Seele Gibt's die überhaupt Unbedingt googeln Zusammen mit meiner Brummi Kolonne passiere ich ein Kombi aus oberbayerischer Produktion der auf der Standspur gestrandet ist Ich erkenne einen Plattfuß hinten links Tja es gab mal Zeiten da hat Fatih in so einem Fall den Kofferraum geöffnet den ganzen Urlaubskrempel auf der Straße verteilt das Reserverad ausgepackt und ist unter einem Feuerwerk von Hasstiraden und Verwünschung zur Tat geschritten Selbst ist der Mann oder von mir aus auch die Frau Heute Fehlanzeige nix mit Reserverad wegrationalisiert alles nur Gewicht im Kampf gegen den Spritverbrauch Wer Glück hat findet in der ehemaligen Ersatzradmulde noch ein Reifendichtmittel Die Erfolgschancen leider gering sehr gering Also warten auf den Abschleppwagen Das Warndreieck ist im vorbildlichen Abstand postiert Die Schiffbrüchigen stehen auch vorbildlich auf der Böschung vor dem Wildzaun Arme Teufel müssen das sein In der prallen Sonne auf die gelben Engel warten für die man sie selbst was halten möchte durch ihre neon leuchtenden Westen Keine Angst will ich Ihnen zurufen Hilfe Naht Oh Mann Was war das denn schon wieder So allmählich drehe ich wohl durch fällt mir wieder ein Da war die Welt noch in Ordnung War das schön Ein Rapper aus der mecklenburgischen Heimat erklingt in den Lautsprechern und feiert unsere Herkunft Er ist vor kurzem auf die Camper Playlist aufgenommen Ja Mann Klasse Wenn das nicht der Soundtrack zum Besser draufkommen ist kann mir gar nichts mehr helfen Yeah Dickie Zeig's den Wessis Wie Vera das wohl gefunden hätte Wo kam sie gleich noch mal her Falls oder Egal Ist ja nur Spaß Und den will ich jetzt auch wieder haben Also abgeht die Post Ähm Nee Klappt nicht Will einfach nicht klappen Gefühlslage immer noch eher suizidal Sagt man das so Keine Ahnung Googeln Ich treibe weiter durch den Verkehr Es läuft Anders als vor einigen Stunden brauche ich jetzt wirklich auch keinen Stau Das würde mich brechen endgültig Zu viel Zeit für Kopf Kino Gut möglich dass ich einfach aussteigen das Auto zurück lassen und kurzerhand davon marschieren würde Alles egal Staufach auf Pumpgun raus und los geht's Ja ganz genau rette sich wer kann Meine aktuelle Position ist ungewiss Die Kraft zum Navigieren fehlt mir einfach Schwächling Der Blick geht weiter stur auf die Rückleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs Oh mal kein Schwerlaster sondern auch ein Wohnmobil Grüß dich Kollege Hilde unterwegs ist dort zu lesen Ach Gott Normal würde ich meine Verachtung für derartige Schriftzüge und der Vermenschlichung von Gegenständen jetzt freien Lauf lassen aber aber mein labiler Zustand veranlasst mich das fast schon süß zu finden Vera hat wohl recht ich brauche Hilfe natürlich hat sie recht wie immer und dann das unausweichliche lässt sich nicht mehr länger vermeiden es ist nun doch soweit das Kartenhaus stürzt ein Zusammenbruch Kapitulation ja bedingungslose Kapitulation vor den eigenen Gefühlen okay ihr jetzt mach mal was draus es überkommt mich tatsächlich fange ich an zu weinen tränen ach Gott ach Gott wann ist das denn das letzte Mal passiert ähm ich weiß es verdränge es aber schnell zu traumatisch es ist kein kindliches Geplärre auch kein durchgängiger Impuls schubweise ja an Wellen eigentlich entlädt sich aus dem tiefsten Innern ein Schluchzen immer und immer wieder soll ich besser raus fahren aber wann kommt die nächste Abfahrt oder auf den Standstreifen kämpfe einfach parken warndreieck aufstellen weste an ab hinter die leitplanke und hoch an den wild sauen wenn helfer wissen wollen wo der schuh drückt und wie man mich unterstützen kann sage ich einfach dass ich hier nur eine runde heule nur so für mich kein problem danke der nachfrage tschüssi ich bleibe auf der bahn die nächste welle was wohl die anderen verkehrsteilnehmer denken bekommen die das mit egal sieht bestimmt keiner oder ich halte jetzt doch lieber die rechte hand vor den mund will ja niemanden beunruhigen da hat ja keiner was davon das löst ja auch bei anderen kopfkino aus da vermutet man schnell mal das schlimmste geiselnahme oder so sieht ja niemand was da hinten im boom mobil los ist da könnte jemand stehen der mich mit einer waffe bedroht oder die Kinder die armen Kinder entführt von zwei durchgeknallten Bankräubern kurz vor dem einsetzen des stockholm syndroms ganz genau und gegen wen verschwören sich am ende alle ist ja klar die Kinder entscheiden sich lieber bei ihren neuen Freunden den Banditen bleiben zu wollen und fordern meine Hinrichtung nächste Welle diesmal in die Hand ich merke zunehmend wie die Anspannung sich löst weinen echt ein bereinigender Vorgang und es wird weniger auch der Streaming Dienst lässt mich nicht im Stich endlich der Soundtrack einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Boxermilieu versteht sich ich sehe den Protagonisten förmlich vor mir wie er mit seinem schwarzen italienischen Sportwagen durch die Nacht grust italienisch ganz genau wie bei mir beide verarbeiten wir Schicksalsschläge indem wir ziellos umherfahren er den Tod eines Freundes und ich ja was ich eigentlich mein Versagen im Leben meine Unfähigkeit Komplexen den Mittelfinger zu zeigen einfach den Arsch hoch kriegen vielleicht ein wenig von allem aber am Ende eigentlich doch nur eins vera vera die entzückende hinreißende ästhetisch elegante märchenhafte frau die mir heute eine so schöne zeit schenkte die mir geduldig zugehört hat die mir die welt erklärte die mir helfen wollte ein besserer mensch zu werden genau das sind die tränen und doch noch mal eine Welle sie ist weg ja verdammte scheiße ich weiß sie wird es für immer bleiben kein Foto kein Bild von ihr ich hätte einfach mit dem Handy ach egal zu spät ähm ein Phantom Zeichner ja genau wie in diesen ganzen Krimi Serien so einen muss ich aufsuchen solange die Erinnerungen noch frisch sind das verschwimmt ja alles mit der Zeit das muss ich unbedingt mal google ich stelle mir Veras Gesicht ganz fest vor und überlege mir wie ich dem Typen alle Einzelheiten die Augen die hohen Wangenknochen das Grübchen im Kinn oh ja das Grübchen alles möglich plastisch und anschaulich beschreiben kann ein ohrenbetäubendes Geräusch durchbricht das Chaos in meinem Kopf ich bin unfähig mich zu bewegen er starrt wie gelähmt Veras Antlitz noch vor Augen es wird schwächer und er gleitet immer mehr nein 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 das Geräusch wird lauter es ist ein sich ständig wiederholender Piepton jetzt begreife ich der Wecker der verfluchte scheiß Drecks Wecker ich öffne langsam meine Augen und schaue in die roten leuchtenden Ziffern 6 Uhr 30 schreien besser piepen sie mir entgegen ich liege irgendwie verbogen im Bett nur so halb auf dem Kissen dieses Drecks Kissen die Bettdecke in den Kniekehlen zusammengestaucht die Hitze hat sich auch nicht verzogen alles klebt ist feucht ein schmerzendes ziehen der Kiefermuskulatur schiebt sich in der Wahrnehmung nach vorn da wurde sicher wieder ordentlich gemahlen ich muss doch bald wie ein Nussknacker aussehen wie diese Holzfiguren aus dem Erzgebirge oder so ähnlich Mann wie bin ich bloß noch eingeschlafen und wann viel Erholung kann dann nicht bei rumgekommen sein was liegt heute im Geschäft an wohl besser mal über einen Krankenschein nachdenken also ab zum Arzt nee zu faul dann doch lieber in die Werkstatt trotzdem fühle ich mich irgendwie zufrieden oder behaglich keine Ahnung wie ich dieses Gefühl in Worte packen soll gut vielleicht einfach nur gut hatte ich nicht was geträumt bestimmt sicher was schön daher auch diese angenehmen Empfindungen aber es will mir einfach nicht einfallen verrückt wie doch unser Kopf funktioniert da arbeitet er die ganze Nacht an einer Traumwelt setzt die komplexesten Drehbücher in die Tat um und am Ende hat er nicht genug Arbeitsspeicher um das Ganze auch noch auf die Festplatte zu bringen noch einmal versuche ich die Erinnerung zurück zu holen wieder kein Erfolg sinnlos manchmal kommt es ja noch Uhr plötzlich aus dem Nichts im Tagesverlauf wieder abwarten ich quäle mich aus dem verschwitzten Bettzeug und setze mich auf Bier holen heute unbedingt Bier holen keine Ausreden mehr